Werner Bergengrün Zwieselchen Gelesen von Karl-Heinz Gabur Wir beginnen mit Zwieselchen im Zoo Liebe Kinder, die Geschichte von Hänsel und Gretel und auch die Geschichten von Dornröschen oder Rotkäppchen kennt ihr alle. Aber die Geschichte vom Zwieselchen kennt ihr bestimmt noch nicht, denn ich habe sie ja noch keinem erzählt. Ihr seid die Ersten. Natürlich hieß das Zwieselchen in Wirklichkeit gar nicht so, sondern ganz anders. Aber wer von euch Bubi oder Pumpel oder Muckchen oder Mieze oder Pudelchen genannt wird, der heißt ja in Wirklichkeit auch nicht so. Und zum Zwieselchen sagten eben alle Menschen Zwieselchen, der Vater und die Mutter und die Else und die Kinder im Kindergarten und auch die gute Tante Montessori, so hieß nämlich die Kindergartentante. Und weil die alle Zwieselchen zu ihm sagten, so wollen wir es auch tun. Das Zwieselchen lebte mit seinen Eltern und der Else in einem kleinen Häuschen am Waldrand in der Nähe von Onkel Toms Hütte, das ist in Berlin, wo am Sonntag so viele Autos angefahren kommen, dass das Zwieselchen sie gar nicht zählen konnte. Aber es konnte ja auch noch nicht ganz richtig zählen. Es sagte immer elf, zwölf, dreizehn, zwanzig, einundachtzig, hundert, tausendzig. Und solange man auf diese Weise zählt, ist es schwer dahinter zu kommen, wie viele Autos denn nun eigentlich am Sonntag vor Onkel Toms Hütte halten. Die Autos kamen aus der Stadt. Das Zwieselchen war erst ein paar Mal in der Stadt gewesen, aber es hatte oft davon gehört, was dort alles zu sehen sein sollte. Manchmal hatte ihm die Else beim Zu-Bett-Bringen vom Zoologischen Garten erzählt. Und dann hatte der Bibi, sein Kindergartenfreund, ihm eines Tages gesagt, »Heute Nachmittag darf ich in den Zoo.« Am nächsten Morgen hatte das Zwieselchen den Bibi gefragt, wie es denn im Zoo gewesen wäre. Da hatte der Bibi geantwortet, »Ach, so fein, dass man gar nichts davon erzählen kann. Das muss man selbst sehen. Aber du bist ja wahrscheinlich noch viel zu klein.« Der Bibi war nämlich sehr stolz darauf, dass er ein Vierteljahr älter war. »Dass der Bibi ein Junge ist, das habt ihr wohl schon gemerkt. Ob aber das Zwieselchen ein Junge oder ein Mädchen ist?« Davon habe ich noch gar nichts gesagt. Nun ratet mal. Zwieselchen ist ein Junge und hat einen roten Wollzweater und hellblonde Haare. Wie groß er ist, kann ich nicht genau sagen. Seine Mutter hat immer Bleistiftstriche an den Türpfosten in der Küche gemacht, damit man später noch sehen soll, wie er gewachsen ist. Aber vorige Woche ist die Küche frisch gestrichen worden, und da hat der Maler die Bleistiftstriche überpinselt. Das Zwieselchen hatte große Lust, den zoologischen Garten kennenzulernen, weil es aber nicht allein in den Zoo kam, sondern mit dem Onkel Sebastian. Darum muss ich zuerst etwas vom Onkel Sebastian erzählen. Der Onkel Sebastian machte sehr viel Spaß mit ihm, und darum freute es sich sehr, wenn er zu Besuch kam. Aber er kam nicht sehr oft, weil er in einer anderen Stadt wohnte und außerdem sehr viel herumreiste. Wenn er aber kam, dann brachte er immer etwas mit. Der Onkel Sebastian war der Bruder von Zwieselchens Mutter und hieß mit seinem anderen Namen Dr. Frieselmeier. Aber seine Freunde sagten bloß »Frieselchen« zu ihm, und das passte ja auch sehr gut mit Zwieselchen zusammen. Obwohl der Onkel Sebastian ein Onkel und ein Doktor war, war er doch kein Onkel-Doktor. Darüber wunderte das Zwieselchen sich manchmal. Weil es aber noch mehr Dinge gibt, über die es sich wunderte, so wollen wir es ruhig sich wundern lassen. Zwieselchens Eltern waren für den ganzen Tag zur Stadt gefahren, und es sollte mit der Elsa allein zum Mittagessen. Bis das Essen fertig wurde, setzte das Zwieselchen, das gerade aus dem Kindergarten zurückgekommen war, sich ins Wohnzimmer, nahm einen Bleistift und ein Blatt Papier und zeichnete. Es wollte ein Auto zeichnen, aber die Räder wurden nicht recht rund, und weil ein Auto mit eckigen Rädern nicht so gut fahren kann wie mit Runden, darum wollte es die Räder wegradieren und dann neue machen, die wirklich ganz rund sein sollten. Also ging es in des Vaters Zimmer, um sich den Radiergummi vom Schreibtisch zu holen. Es streckte gerade die Hand nach dem Radiergummi aus, da klingelte das Telefon. Das Telefon, müsst ihr wissen, steht nämlich bei dem Vater auf dem Schreibtisch, gleich neben der Briefwaage. Das Zwieselchen hatte noch nie telefoniert, aber es hatte manchmal zugehört, wenn der Vater oder die Mutter telefoniert hatten. Daher wusste es, wie das gemacht wird. Also nahm es den Hörer ab und sagte, »Hallo?« »Ist dort 48, 69«, fragte jemand. »Ja?« »Herr so und so?« Das Zwieselchen dachte einen Augenblick nach und sagte dann, »Ja, denn es hieß doch mit seinem Nachnamen so, weil sein Vater Herr Sohn so hieß und sein Großvater auch. Und ein Herr muss ich doch schließlich auch sein, dachte es, denn eine Frau oder ein Fräulein bin ich bestimmt nicht. »Hier spricht Gebrüder Schmidt Junior«, sagte die Stimme im Telefon, und dann fing sie gleich an, furchtbar schnell und furchtbar viel zu sprechen. »Ich habe gehört, dass Sie noch kein Auto haben, Herr Sohn so, ich habe wunderbare Autos zu verkaufen, und so billig beinahe geschenkt. Sie werden sich wundern, verehrte Herr Sohn so, Sie müssen sich unbedingt meine Autos ansehen. Natürlich sollen Sie sich nicht die Mühe machen, zu mir ins Geschäft zu kommen. Nein, es wird mir ein Vergnügen sein, bei Ihnen vorzusprechen. Dann machen wir gleich alles ab. Erlauben Sie, dass ich Sie heute besuche? Schön, dann darf ich um vier Uhr kommen. Auf Wiedersehen, Herr Sohn so.« Das war alles so schnell gegangen, dass das Zwieselchen gar nichts mehr hatte sagen können. Als es den Hörer zurücklegen wollte, da fiel ihm ein, dass es vielleicht doch lieber erst den Vater oder die Mutter fragen wollte, und dass Herr Gebrüder Schmidt Junior besser an einem anderen Tag käme. Aber als es ihm das sagte, da machte es bloß noch »Dudud« aus dem Telefon und gab keine richtigen Antworten mehr. Beim Mittagessen sagte das Zwieselchen zu Else, »Du, ich bekomme heute Besuch.« »Von wem denn?«, fragte die Else. »Von einem Herrn, mit Vornamen heißt er Gebrüder Schmidt und mit Nachnamen Junior und hat wunderbare Autos zu verkaufen. Er kommt um vier Uhr, gerade wenn ich ausgeschlafen und meine Milch getrunken habe.« »Ach, du«, sagte die Else und lachte. Das Zwieselchen schlief etwas unruhig, weil es immer von dem Herrn und den Autos träumte. Nach dem Aufstehen sagte die Else, »Nun mach aber schnell, dass du deine Milch trinkst. Der Herr ist schon da und sitzt im Wohnzimmer.« »Ach, Else, komm doch lieber mit ins Wohnzimmer.« »Nee, ich habe keine Zeit. Ich muss deine Strümpfe stopfen, und dann ist es ja auch dein Besuch.« Es war ihm doch ein bisschen ängstlich zumute, aber die Else sagte, »Los, los jetzt, geh nur zu deinem Besuch.« Da half nichts, und das Zwieselchen machte ganz tapfer die Tür zum Wohnzimmer auf. Auf dem Sofa saß ein alter Herr mit weißen Haaren und einer blauen Brille und einem weißen Bart. Er stand auf, machte einen tiefen Diener und sagte, »Guten Tag, Sie sind doch sicher, Herr Sonzo?« »Ja, der Herr Sonzo bin ich.« »Nehmen Sie nur Platz, Herr Sonzo.« »Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten, Herr Sonzo?« »Nein, danke.« Herr Gebrüder Schmidt Junior zündete sich eine Zigarre an und sagte, »Also, mein lieber Herr Sonzo, wir hatten abgemacht, dass Sie ein Auto von mir kaufen, oder vielleicht auch mehrere. Jetzt wollen Sie natürlich die Autos sehen. Passen Sie einmal auf.« Nun zog Herr Gebrüder Schmidt Junior ein großes Paket unter dem Tisch hervor, und während er es aufmachte, erklärte er, »Ich habe meine Autos nicht alle mitgebracht, weil meine Chauffeure gerade Ferien haben, aber das ist auch nicht nötig. Ich habe von jedem Auto ein kleines Probestück machen lassen. Darin können Sie ganz genau sehen, wie meine Autos sind.« Jetzt war er mit dem Auspacken fertig und stellte fünf ganz kleine Autos auf den Tisch. Das Zwieselchen machte große Augen, denn diese Autos waren zwar nur so groß wie kleine Spielsachen, aber es war alles genau wie bei einem richtigen Auto. Das sah man schon auf den ersten Blick. Und außerdem fing der Herr Gebrüder Schmidt Junior gleich an, alles zu erklären. »Sehen Sie mal, Herr Sonzo, wenn Sie Gas geben wollen, dann machen Sie bloß so, und wenn Sie den zweiten Gang einschalten wollen, dann machen Sie einfach so. Das Wichtigste ist natürlich das Hupen, das müssen Sie zuerst lernen, aber wahrscheinlich können Sie das schon.« Das Zwieselchen probierte. Es ging wirklich sehr schön. »Hup, hup, hup, das geht ja schon wunderbar. Ich muss Ihnen noch ein paar andere Kleinigkeiten erklären. Das ist der Stoßdämpfer und dies das Lenkrad. Und der hier, das ist der Kühler. Und der ist bei meinen Autos so wunderbar kühl eingerichtet, dass man damit sogar Eis machen kann. Bei diesem Auto hier ist der Kühler braun, das gibt Schokoladeneis. Hier ist der Rot, das gibt Himbeereis. Und hier Gelb, das gibt Zitroneneis. »Nun sagen Sie mir noch schnell, mit wieviel Pferdekräften Sie den Wagen haben wollen.« »Überhaupt mit keinem. Es soll doch ein richtiges Auto sein und ganz ohne Pferde.« Darauf begann der Gebrüder Schmidt Junior zu lachen, und das Zwieselchen wußte nicht recht vorüber. Es kam ihm überhaupt manches etwas sonderbar vor. Aber weil es doch noch nie mit einem Autoverkäufer zu tun gehabt hatte, so dachte es schließlich, das müsste wohl so sein. Als der Herr Gebrüder Schmidt Junior aufgehört hatte zu lachen, da sagte er, »Ich habe Ihnen gleich fünf Wagen mitgebracht zum Aussuchen. Der eine Wagen heißt Naschwagen, weil er so zuckersüß aussieht. Der zweite heißt Horchmal, weil man immer horchen muss, wie laut er toten kann. Der dritte heißt Bück, weil man sich bücken muss, wenn man hinein will. Dafür hat er aber auch vier Türen. Der kleine heißt Rolls-Royce Jüngere Linie. Der muss noch ein bisschen wachsen. Und der fünfte heißt Zitronenlimonade. Das ist der mit dem gelben Kühler, wo auch das Zitroneneis gemacht wird. Welchen wollen Sie haben? »Eigentlich finde ich sie ja alle gleich schön. Aber welcher fährt denn am schnellsten?« »Das wollen wir gleich ausprobieren.« Damit hockte er sich auf den Fußboden und stellte alle fünf Autos nebeneinander hin. »So, welches zuerst beim Ofen ankommt, das hat gewonnen. Das ist das Schnellste.« Nun zog er zwei Autos auf. »Halten Sie die fest, Herr Sonzo, bis ich die anderen drei aufgezogen habe.« Alle fünf wurden nun wieder hingestellt. »Bei drei loslassen. Eins, zwei, drei.« Jetzt rasselten die Autos los. Und was glaubt Ihr, welches kam zuerst beim Ofen an? »Nein, Ihr braucht nicht erst zu raten, denn sie kamen alle zugleich an.« Da konnten Sie nun nicht weiter, und darum schnurrten Sie noch ein bisschen, und dann wurden Sie still. »Ja, wenn Sie alle gleich schnell fahren, dann müssen Sie eigentlich alle fünf zusammen kaufen.« »Und wissen Sie was, Sie müssen auch noch ein Motorboot kaufen, ganz bestimmt. Und wenn Sie erst die Autos haben, dann können Sie doch in zehn Minuten am Wannsee sein. Und da werden Sie gewiss Lust haben, auf dem Wasser spazieren zu fahren und Goldfische zu fangen.« »Ja, das wird wohl so sein.« »Also schön, ich sehe schon, Sie sind sehr vernünftig, Herr Sonzo. Das Motorboot ist wirklich ausgezeichnet. Es hat 25.000 Tonnen.« »Wozu denn Tonnen?« »Ach, das sagt man so nur bei Motorbooten. So wie man bei Äpfeln oder Backpflaumen immer Pfund sagt.« »Das wäre also abgemacht. Jetzt müssen wir nur noch eine Kleinigkeit besprechen. Haben Sie auch genug Geld?« Daran hatte das Zwieselchen noch gar nicht gedacht. Und darum erschrak es ein bisschen. »Aber neulich hatte ich noch zehn Cent. Die hatte meine Mutter mir geschenkt, damit ich den Bibi Pfefferminz kaufen konnte, weil er mich doch zum Geburtstag eingeladen hatte.« Herrgebrüder Schmidt Junior machte ein strenges Gesicht. »Na, hören Sie mal, Herr Sonzo, das finde ich aber sehr schlimm. Sie kaufen mir hier alle meine Sachen ab, und dabei haben Sie gar kein Geld.« Das Zwieselchen schämte sich sehr und antwortete nichts. »Ja, was machen wir denn da? Wissen Sie, da fällt mir etwas ein. Wenn Sie kein Geld haben, dann müssen Sie mir etwas anderes geben, nicht wahr?« Das Zwieselchen nickte, aber es war ihm gar nicht mehr sehr vergnügt zumute. »Sie haben doch sicher ein Schaukelpferd?« »Ja.« »Und auch einen Roller?« »Ja.« »Und auch Bilderbücher?« »Ja.« »Also, dann ist es sehr einfach. Für den Bückwagen geben Sie mir das Schaukelpferd, denn wozu wollen Sie noch reiten, wenn Sie fahren können? Für die jüngere Linie und den Naschwagen kriege ich Ihren Roller, denn wer eigene Autos hat, der fährt ja nicht mehr mit Rollern. Für den Horchmal geben Sie mir Ihre Bilderbücher und für die Zitrone-Limonade geben Sie mir alle Silbersachen, die in der Kommode im Esszimmer sind. Sie können dann mit Holzlöffeln essen, das schmeckt genauso gut und ist viel gesünder. Und für das Motorboot geben Sie mir Ihr Haus.« »Das Haus?« fragte Zwieselchen erschrocken. »Ja, natürlich, wenn Sie erst die feinen Autos haben. Dann mögen Sie ja doch nicht mehr zu Hause sitzen, sondern fahren immer zuherum. Na, also abgemacht.« Dem armen Zwieselchen war es immer ängstlicher geworden, und es wusste sich gar nicht mehr zu helfen. Aber weil es doch ein Herr sein wollte, so schluckte es seine Tränen hinunter und sagte bloß, »Ich glaube, da muss ich doch erst meine Eltern fragen.« »Ach, Ihre lieben Eltern wohnen bei Ihnen im Hause, Herr so und so, aber das tut nichts. Wenn Sie erst die fünf Autos haben, dann brauchen Ihre Eltern das Haus auch nicht mehr. Aber eben fällt mir erst ein, dass ich ganz vergessen habe, Ihnen das Motorboot zu zeigen.« »Äh, ja, gehen Sie doch zur Else und bitten Sie, dass sie uns Wasser in die Badewanne einlässt, damit ich Ihnen zeigen kann, wie schön das Motorboot fährt.« Nun lief das Zwieselchen so schnell es konnte zur Else in die Küche und sagte, »Denke nur, Else, wie schrecklich, ich soll dem Herrn, Gebrüder Schmidt Junior, alle meine Bilderbücher geben und mein Schaukelpferd und meinen Roller und alle Silbersachen, die in der Kommode im Esszimmer sind und das ganze Haus.« »Na, sowas«, sagte die Else und stopfte weiter an Zwieselchensstrümpfen. »Und dann hat er gesagt, du möchtest Wasser in die Badewanne lassen, damit er mir das Motorboot zeigen kann, aber ich will es gar nicht haben und die Autos will ich auch nicht mehr haben. Er soll bloß weggehen. Du musst ihm sagen, dass er weggehen soll, Else.« »Nee, das musst du ihm selber sagen. Aber wenn du so viel Angst vor ihm hast, dann kann ich ja mal mitkommen.« Aber kaum waren sie im Wohnzimmer drin, da machte das Zwieselchen ganz große, verwunderte Augen und der Mund blieb ihm offen stehen vor Staunen. »Onkel Sebastian, da sitzt ja der Onkel Sebastian!« Und nun rannte es auf den Onkel Sebastian zu und hatte gar keine Angst mehr. Aber dann blieb es plötzlich stehen und fragte, »Wo ist denn der herrge Brüder Schmidt Junior geblieben?« »Hier«, sagte der Onkel Sebastian und hielt einen weißen Bart und einen weißen Haarschopf und eine blaue Brille in die Höhe, und nun lachten sie alle drei. »Die fünf kleinen Autos und das Motorboot kannst du behalten. Die habe ich dir mitgebracht. Und jetzt gehen wir ins Badezimmer und spielen mit dem Motorboot, bis deine Eltern nach Hause kommen.« Am nächsten Tage, als der Onkel Sebastian zum Mittagessen da war, dachte das Zwieselchen, »Gestern hat er mich angeführt. Heute muss ich ihn einmal anführen.« Und weil das Zwieselchen es sich sehr lange überlegte, zuerst bei der Suppe und dann beim Braten und dann noch einmal beim Obstsalat, darum fiel ihm schließlich auch etwas ein. Der Herbst hatte schon angefangen, und wenn es vom Kindergarten nach Hause ging, dann hob es sich unterwegs immer Kastanien auf. Darunter war an diesem Tage auch eine gewesen, die noch in ihrer grünen Schale mit den spitzen Stacheln steckte. Gleich nach dem Essen ging es ins Wohnzimmer und warf diese Kastanie in Onkel Sebastians Manteltasche und dachte dabei, »Wenn er hineinfasst, dann werden ihm die Stacheln ein bisschen in die Finger pieken. Dann habe ich ihn auch einmal angeführt.« Als der Onkel Sebastian am übernächsten Tage wiederkam, da sagte er, »Du, ich muss dir etwas sehr Sonderbares erzählen. Als ich neulich zu euch ging, da kam ich an einem Garten vorbei, darin grub ein Gärtner. Der Gärtner hob gerade eine Schaufel, da blies der Wind darüber hin und pustete ein bisschen Erde von der Schaufel zu mir auf die Straße, und ein ganz, ganz klein wenig Erde ist dabei in meine Manteltasche geraten. Ich glaube aber, in dieser Erde muss etwas Samen gewesen sein, und so fing es an zu wachsen, und weil mein Mantel aus besonders gutem Stoff ist, so wuchs er furchtbar schnell. Als ich von euch wegging, da war es schon so groß wie eine Kastanie. Sie liegt im Vorzimmer auf der grünen Truhe. Lauf mal hin und hole sie. Dann wollen wir sie ansehen.« Das Zwieselchen schämte sich ein bisschen, weil es gewollt hatte, dass der Onkel Sebastian sich in die Finger pieken sollte, aber zugleich war es auch sehr neugierig, was für eine Frucht das sein mochte. Es war ein ordentliches Paket in weißes Papier gewickelt und so schwer wie eine ganze Tüte voll Äpfel. Und während es die Frucht trug, da merkte es, dass in ihr etwas gluckerte. Onkel Sebastian machte das Papier ab, da kam etwas länglich Rundes heraus, das war haarig und braun, und zwei dunkle Augen hatte es auch. »Ja, Donnerwetter«, sagte der Onkel Sebastian, »das ist ja eine Kokosnuss. Es ist doch nicht zu glauben, was für Dinge einem in der Manteltasche wachsen können. Nun bring mir mal einen Riesen-Nussknacker her.« »Wir haben nur einen kleinen.« »Und was macht ihr denn, wenn mal Riesen zu euch zu Besuch kommen?« Dann ging er zu Zwieselchens Mutter und ließ sich von ihr Bohrer, Hammer und Stemmeisen aus dem Handwerkszeugschränkchen geben. Onkel Sebastian bohrte die Kokosnuss an, da floss Milch in die Tasse. Onkel Sebastian stemmte und hämmerte, da ging die Nuss auseinander, und es gab sehr viel schneeweißes Nussfleisch zum Essen und zwei braune Schalen, in denen das Zwieselchen seine Murmeln aufbewahren konnte, damit sie ihm nicht immer wieder davonrollten, unter das Bett, unter den Schrank und sonst überall hin, wo sie schwer hervorzuholen sind. Und aus dem braunen Haar drehte der Onkel Sebastian zwei Schnurrbarthälften, eine rechte und eine linke, die klebte er dem Schaukelpferd an, gleich über dem Maul. Das Zwieselchen trank die Milch etwas vorsichtig, weil man doch nicht wissen kann, ob die Kokosnüsse das Milchmachen ebenso gut gelernt haben wie die Kühe. Onkel Sebastian, das schmeckt ja genauso wie die Kokosmakronen. Na siehst du, Zwieselchen, darum heißt diese Nuss hier auch Kokosnuss. So was soll in unserem Garten auch wachsen? Ich weiß nicht recht. Meistens wachsen die Kokosnüsse nur in Manteltaschen oder aber in ganz heißen Ländern wie in Afrika. Afrika kenne ich. Das liegt gerade da, wo in Vaters Atlas der Tintenklecks ist. Das Land Afrika kannte also das Zwieselchen und den Atlas kannte es auch, denn manchmal, wenn es in seines Vaters Zimmer war, erlaubte der Vater ihm, Bücher aus dem Schrank zu nehmen und die Bilder anzugucken. Darunter war nun ein sehr merkwürdiges Buch mit lauter Bildern, die eigentlich gar keine Bilder waren, aber es machte ihm doch Spaß, in diesem Buch zu blättern. Der Vater sagte zu diesem Buch »Atlas«, hier seien alle Länder zu sehen und diese Länder waren meistens grün oder braun, manchmal waren sie aber auch so bunt wie die Ostereier. Und das Meer und die Seen und die Flüsse erkannte man immer gleich, weil sie so blau angemalt waren. Dazwischen zeigte der Vater mit dem Finger auf eine Stelle und sagte »Hier wohnen wir« oder »Da steht das Haus von den Großeltern auf dem Berge, wo die Mutter früher immer gespielt hat« oder »Dies ist das Land, wo ich gewohnt habe, als ich so alt war wie du«. Nun fing also der Onkel Sebastian an, von Afrika zu erzählen, von dem heißen Sand, in den der Vogel Strauß seine Rieseneier legt und von den Kokosnussbäumen, den Affen und Löwen und Elefanten, davon konnte das Zwieselchen gar nicht genug hören. »Das möchte ich doch zu gern einmal sehen. Kannst du nicht mit mir dahin fahren, Onkel Sebastian?« »Nein, dazu habe ich keine Zeit.« »Aber am Sonntag?« »Auch am Sonntag nicht.« »Aber weißt du was? Ich will mit dir woanders hinfahren, wo es auch Löwen und Affen und Elefanten gibt. Wenn deine Mutter es erlaubt, dann wollen wir morgen zusammen in den Zoologischen Garten.« Das Erste, was das Zwieselchen im Zoologischen Garten sah, »Ja, das waren wunderbar große Häuser mit Türmen und bunten Malereien.« »So fein wohnen hier die Tiere. Haben die es gut?« »Ja, das ist so, damit sie nicht traurig darüber sind, dass man sie aus ihrem eigenen Land hierher gebracht hat.« Zwei Damen kamen an ihn vorüber, und das Zwieselchen hörte, wie die eine zur anderen sagte, »Nein, die süße, winzige Elefantenbaby! War es nicht fabelhaft?« »Fabelhaft«, antwortete die andere, und dann ging sie weiter. »Hast du gehört, Onkel Sebastian? Die haben von einem kleinen Elefantenbaby gesprochen. Das muss ich sehen. Wird es ebenso klein sein wie ein Menschenbaby? Der Baby hat ein Schwesterchen. Das ist auch noch ein Baby. Ich möchte so gerne auch einmal ein kleines Baby bekommen.« »Tja, das kann ich dir nicht so plötzlich besorgen. Aber das Elefantenbaby wollen wir uns ansehen.« Rechts vom Wege lag das große Elefantenhaus mit seinen bunten Riesentürmen. Links lag die Straußenwohnung, die von unten mit Straußenvögeln bemalt war. Weil aber die Straußenwohnung etwas näher war als das Elefantenhaus, so gingen sie erst zur Straußenwohnung. Das Zwieselchen hätte nie geglaubt, dass es so riesengroße Vögel geben könnte. Es sah sehr spaßig aus, wie sie ganz langsam vor ihrem Haus auf- und abspazierten, und dazu nickten sie mit ihren kleinen Köpfen, die auf langen, dünnen, rötlichen Hälsen saßen. Ebenso lang und dünn und rötlich waren die Beine. Und nicht eine einzige Feder oder ein einziges Haar wuchs darauf, sondern die Federn fingen alle erst viel weiter oben an. Müssen die nicht schrecklich frieren, wenn es mal ein bisschen kühl ist? »Ach wo«, meinte der Onkel Sebastian, »sieh dir nur an, wie gut für sie gesorgt wird.« Dabei zeigte er auf einem Bank in der Nähe, neben der zwei Kinderwagen standen. Auf dieser Bank saßen zwei alte Frauen und strickten. Die eine strickte einen grauwollenen Strumpf und die andere einen grauwollenen Schal. Und nun war das Zwieselchen froh darüber, dass die Strauße im Winter nicht frieren würden. Darauf gingen sie zum Elefantenhaus hinüber. Das hatte mehrere Türen, und vor jeder Tür war ein Platz, wo der Elefant spazieren gehen konnte. Jetzt waren die Plötze leer, weil die Elefanten drinnen in ihren Wohnungen waren. Plötzlich aber zeigte sich etwas Großes, Graues in der Tür, sah sich ein bisschen um und schnupperte mit seinem mächtigen Rüssel. »Ist das der allergrößte Elefant von der ganzen Welt?« »Nein, das ist das niedliche, winzige Baby.« Das Zwieselchen glaubte, der Onkel Sebastian hätte wieder einen von seinen Späßen gemacht. Aber dann kam wirklich die Elefantenmutter dazu und war doppelt oder dreimal so groß. Zwieselchen fasste den Onkel Sebastian bei der Hand und fragte ganz ängstlich, »Wenn die aber das Gitter kaputt macht?« Aber die Elefantenmutter dachte gar nicht an das Gitter, sondern an ihr Riesenbaby, streichelte es mit dem Rüssel und wedelte dazu mit den Ohrlappen, die so groß waren wie Badeteppiche, um die Fliegen von ihrem Kind wegzujagen. Ein Herr, der neben den beiden stand, warf Äpfel über das Gitter. Die Elefantenmutter hob jeden Apfel mit ihrem Rüssel auf und warf ihn sich ins Maul. Da trabte das Elefantenkind heran und wollte auch Äpfel haben, aber es war noch ungeschickt, und jedes Mal, wenn es einen aufgehoben hatte, ließ es ihn wieder fallen. Die Mutter machte es ihm vor, immer mit demselben Apfel, und nun musste das Kind es auch lernen und so lange üben, bis es seine Sache konnte. Aber weil das zu lange dauerte, so waren die beiden schon weitergegangen. Jetzt müsst ihr nicht glauben, ich wollte euch von allen Tieren erzählen, die da zu sehen waren. Dazu sind es zu viele, und wahrscheinlich hat das Zwieselchen die meisten von ihnen wieder vergessen. Ja, wenn ich die Wahrheit sagen soll, eine ganze Menge von ihnen habe ich auch vergessen, und euch wird es ebenso gehen. Wer von euch schon einmal im Zoo war, der weiß ja, wie groß der Zoo ist, und wer noch nicht da war, der muss es mir so glauben. Weil das Zwieselchen aber so klein war, darum kam ihm der große Zoo noch viel größer vor, als er ist, nämlich gar nicht wie ein zoologischer Garten, sondern wie ein ganzes Land. In diesem Land gab es alles, was es in einem richtigen Land geben muss, nämlich Spielplätze und Kaufläden und Seen und Flüsse und Brücken und Bäume und Büsche und Beete. Und es gab nicht nur Häuser, sondern ganze Dörfer, in denen wohnten die Tiere. Onkel Sebastian, der ja alles weiß, wusste auch immer gleich, wie die Orte hießen. In Brüllersdorf wohnten die Löwen und Tiger und Panther und Leoparden, in Wildbad die Wasservögel, in Oberschaukelheim die Affen, in Flatterhausen die meisten Vögel, in Eisleben die Eisbären, Quakenbrück hieß die Gegend, wo die Brücke über den Froschteich führt. Und wer in Strausberg, Wolfenbüttel und Adlerhof wohnte, »Das könnt ihr euch ja denken, so schlau wie ihr seid.« Von einigen Tieren will ich aber doch genauer erzählen und zuerst von den Affen, weil die mit A anfangen. Das Zwieselchen wollte gar nicht weg von ihnen, immer wieder ging es von einer Affenwohnung zur anderen und sah zu, wie die Affen schaukelten und turnten und kletterten und spielten und sich zangten. Bei den Affen standen immer die meisten Menschen und viele gaben den Affen zu essen. »Wir wollen auch die Affen füttern, Onkel Sebastian.« Und da gingen sie zu einer Verkaufsbude und der Onkel Sebastian kaufte eine Affentüte. Das Zwieselchen machte sie gleich auf, denn es wollte doch sehen, was die Affen von ihm zu essen bekommen sollten. Es waren Feigen und Erdnüsse darin. »Darf ich auch was davon haben?« »Meinetwegen. Nimm dir auch etwas.« Es aß nun eine Feige und ein paar Erdnüsse und sagte dann, »Ja, es schmeckt wirklich sehr gut. Wir können es den Affen ruhig geben.« Das war wunderbar, wie schnell die Affen angesprungen kamen und die Pfoten zwischen den Gitterstäben durchsteckten und wie sie bettelten und mit den Augen zwinkerten. Und wenn einer etwas gekriegt hatte, dann wollten die anderen ihn zur Seite drängen, um auch etwas zu bekommen. Und so gab es immer Lärm und Spaß. Und wenn ein Affe aus der Wohnung auf die Veranda oder aus der Veranda in die Wohnung lief, dann schließt er einfach die Klapptür auf und hinter ihm knallte sie von selbst wieder zu. Der Onkel Sebastian hatte sich vorhin am Eingang ein kleines Buch gekauft, in dem der ganze Zoologische Garten beschrieben war, damit man gleich wusste, wie man gehen sollte. Und ein Atlas vom Zoo war auch dabei. Aber er war wohl dem Käfig etwas zu nahe gekommen, denn plötzlich kam eine Affenhand und riß ihm das Buch aus den Fingern. Der Affe, der das Buch genommen hatte, sah den Onkel Sebastian sehr stolz an und wollte das Buch in den Käfig hereintragen. Aber weil es aufgeschlagen war, so ging es nicht zwischen den Eisenstäben durch und der Affe gab sich große Mühe, es zusammenzuklappen. Darüber lachten alle Menschen und es sah so aus, als lachten die Affen auch. Beinahe hätte der Affe das Buch zugeklappt, da fiel es ihm aus der Hand und nun lag es draußen. Der Onkel Sebastian hob es auf und ein fremder Mann meinte, na, nun haben sie es ja wieder. Der Onkel Sebastian sagte aber, was meinst du, soll ich es nicht lieber den Affen geben? Ich habe ja schon gelesen, was drin steht und die Affen möchten doch so gerne wissen, was über sie gedruckt ist. Können die denn das lesen? Das weiß ich nicht, aber wenn sie auch nicht lesen können, so können sie sich doch die Bilder und den Atlas ansehen und dann wissen sie genau, wo der Ort Oberschaukelheim liegt. Damit klappte er das Buch sehr ordentlich zu und reichte es durch das Gitter hinein. Der Affe nahm es und fing sehr schnell an zu blättern. Alle anderen Affen kamen angesprungen und sahen auch hinein. Aber da kam ein großer, alter Affe mit einem grauen Backenbärter zu, schubste die anderen beiseite und ein kleines Äffchen, das ihm nicht schnell genug Platz machte, bekam eine Ohrfeige. Der alte Affe riss dem anderen das Buch weg und sprang damit auf die Schaukel. Er hing sich mit den Beinen an, den Kopf nach unten, schaukelte sich langsam und behaglich und blätterte mit dem nass gemachten Zeigefinger in dem Buch, bis er an die Bilder kam. Da hörte er auf zu schaukeln, setzte sich richtig auf die Schaukel drauf und besah die Bilder. Endlich hat er auch sein eigenes Bild gefunden, da hielt er das Buch in die Höhe, damit alle Affen und Menschen sein Bild sehen sollten. Aber da kam von hinten ein anderer Affe angeschlichen und zog den Alten plötzlich so stark am Schwanz, dass er das Buch fallen ließ und banal selbst heruntergefallen wäre. Der Affe wurde böse, knurrte und wollte den anderen verprügeln. Der lief weg und der Alte hinter ihm her und so rannten sie aus der Wohnung durch die Klapptür auf die Veranda, wo man sie nicht mehr sehen konnte. Unterdessen hatte aber eine Affenmutter ihre kleinen Affenkinder, die auf ihr herumkrabbelten, heruntergeschüttelt, war zum Buch gelaufen und hatte es aufgehoben. Sie sah gar nicht erst hinein, sondern klappte es zu, lief ans Gitter und hielt das Buch sehr höflich dem Onkel Sebastian wieder hin. Der Onkel Sebastian nahm es und sagte, »Danke schön!« Und das Zwieselchen schenkte der Affin dafür alles, was noch in der Tüte war. Von da gingen sie zu einer anderen Affenwohnung, wo die ganz großen Affen wohnten. Die waren ganz ähnlich wie Menschen und machten nicht so viel Dummheiten wie die kleineren Affen. Der Onkel Sebastian sagte, »Die Menschen, die in den Affenländern wohnen, die haben mir erzählt, dass diese großen Affen auch sprechen können, genau wie die Menschen. Aber die Affen wollen nicht, dass die Menschen das merken, denn sie glauben, dann würden sie von den Menschen in die Dörfer geholt und müssten dort arbeiten. Darum sprechen sie nie, wenn Menschen in der Nähe sind. »Das glaub ich dir aber nicht, Onkel Sebastian. Da willst du mich bloß wieder anführen.« Aber der Onkel Sebastian sah ganz ernst aus und sagte, »Du kannst es ja selbst versuchen. Frage ihn doch was. Du wirst sehen. Er wird dir nicht antworten, weil Menschen dabei sind. »Affe, ist das wahr? Kannst du sprechen? Wie heißt du?« Aber der Affe antwortete ihm nicht. Und da merkte das Zwieselchen, dass der Onkel Sebastian wieder einmal Recht gehabt hatte. Sie kamen wieder zu den kleineren Affen. Vor dem Käfig stand eine lange, magere Dame, sah den Affen zu und machte dabei ein so glückliches Gesicht, als ob sie vor ihrem Weihnachtsbaum stünde. Am Arm hatte sie einen großen Beutel aus braunem Leder hängen. Als sie den aufmachte, sah das Zwieselchen, was darin war, Erdnüsse und Haselnüsse und Feigen und Weißbrotstückchen und Keks und Zwieback und zerschnittene, geschälte Äpfel. Die Dame fing an, die Affen zu füttern, aber sie machte das ganz anders als die übrigen Menschen. Willst du wohl weg, Bruno, sagte sie sehr streng, nicht immer meinem süßen Mimichin alle Apfelstücke wegnehmen. Fui, schäme dich, Rolfi! Was habe ich dir erst gestern gesagt? Du sollst erst dein Brötchen essen, vorher gibt es keine Feigen. Ach, mein goldiges, kleines Pumpi, komm zu deiner Mami! Nein, Olga, du weißt doch, dass es heute nichts gibt, weil du gestern so hässlich zu deinem Mami warst. Nein, jetzt kriegt erst mein kleines Gustchen was. Dann steckte die Dame ihren Finger mit den drei Ringen in den Käfig und sagte, komm, mein goldiges Pumpi. Pumpi hatte aber keine Lust zu kommen, weil er gerade dem Rolfi seine Apfelstücke weggenommen hatte und damit hoch oben auf den Kletterbaum gesaust war. Stattdessen kam Gustchen und kratzte der Dame über den Finger, sodass sie »Au!« schrie und sagte, Gustchen bekäme zur Strafe drei Tage lang kein Feigen, bis sie wieder ganz lieb sein könnte. Das Zwieselchen wunderte sich furchtbar. »Woher kennt sie denn alle die Affen?« Als die beiden wieder draußen waren, sahen sie, dass ein Teil von dem Affenhaus ganz anders war als der übrige. Da war eine Tür mit einem Messingschild und drei Fenster mit weißen Gardinen und Blumentöpfen und an einem Fenster hing eine bunte Glasplatte, auf der ein Mann mit einem Federhut Trompete blies. Neben der Tür war auch ein Briefkasten und das Zwieselchen dachte sich gleich, dass hier große Menschenaffen wohnen müssten, die manchmal Briefe aus dem Urwald bekamen und zu Weihnachten und zum Geburtstag wahrscheinlich auch Pakete. Aber dann ging die Tür auf und es kam eine Frau mit einem Regenschirm und einer Einholtasche heraus. Da merkte es, dass hier keine Menschenaffen wohnten, sondern ganz gewöhnliche Menschenmenschen. Das Zwieselchen sagte zu der Frau, »Darfst du immer hier bei den Affen wohnen? Das muss doch herrlich sein.« »Na, et je,« antwortete die Frau. Der große Löwe lag ganz allein in der Veranda vor seinem Hause und ließ sich die Sonne auf das gelbe Fell scheinen. Auf dem mächtigen Kopf hatte er dunklere Haare und das Zwieselchen fand, er sähe dem Gemüsemann ähnlich, der jeden Morgen mit seinem Wagen angefahren kam. Auch seine Stimme war so laut wie die Stimme von dem Gemüsemann, wenn er durch die ganze Straße brüllte. Aber der Löwe hatte nur ein paar Mal gebrüllt, sonst lag er ganz ruhig, blinzelte ein wenig und dazwischen gähnte er auch. Dann konnte man tief in seinen großen Rachen sehen. Manchmal knurrte er etwas vor sich hin bei Navi wie eine Katze, nur lauter. Onkel Sebastian, glaubst du, er meint etwas damit? Das kann schon sein. Sei einen Augenblick still, ich muss mal hinhören. Warum hast du den eben mit dem Kopf genickt? Weil der Löwe mich gefragt hat, ob ich seine Sprache verstehen kann. Onkel Sebastian, du kannst doch wirklich alles. Kannst du denn auch mit ihm sprechen? Nein, das kann ich nicht, weil ich keinen Löwenrachen habe, aber verstehen kann ich ihn. Jetzt schmunzelte der Löwe wie ein freundlicher alter Kater und man konnte es ihm ansehen, dass er sich freute, weil er einen Menschen getroffen hatte, der ihn verstehen konnte. Er knurrte wieder ein bisschen und der Onkel Sebastian sagte, was das Knurren bedeutete. Der Löwe erzählte so, mein Vater hieß Leon, meine Mutter Leonore, meine Schwestern hießen Leontine, Leocadia und Leonie, mein Bruder hieß Leonidas und ich selbst heiße Leon Cavallo, mit Nachnamen heißen wir alle zusammen Felis. Ich war das jüngste Kind und wir lebten alle zusammen in Afrika im Urwald. Ein Nest oder eine Höhle hatten wir nicht, denn in Afrika gibt es keinen Winter und es ist das ganze Jahr über so warm, dass man immer draußen spielen und schlafen kann. Aber Onkel Sebastian, eben hat er ja gar nichts gesagt, er ist doch eingeschlafen. Tja, dann spricht er im Schlaf. Menschen tun das ja auch. Nein, er spricht gar nicht. Es war nichts zu hören, ich habe ganz genau aufgepasst. Na, dann flüstert er eben. Was heißt das Flüstern? Flüstern heißt so leise knurren, dass es nur der Onkel Sebastian hören kann. Und nun erzählte der Löwe weiter. Mein Vater und meine Mutter gingen sehr oft auf die Jagd und meine Geschwister wurden mitgenommen, damit sie jagen lernten. Aber ich war noch zu klein und durfte nur mitkommen, wenn ganz in der Nähe gejagt wurde. Einmal machten die anderen einen großen Jagdzug und weil die Stelle, wo sie hinwollten, so sehr weit weg war, darum dachten sie, ich würde zu müde werden und wollten mich nicht mitnehmen. Ich sollte bei dem großen Kokosnussbaum auf sie warten. Ich begleitete sie noch ein kleines Stückchen, bis an den See, wo die Seelöwen wohnten. Das waren weitläufige Vettern von uns. Grüßen taten wir uns gerade noch, aber spielen taten wir nicht miteinander. Hier tranken wir alle Wasser und ich kehrte gehorsam um, denn ich war meistens ein sehr braves Löwenkind. Als ich eine Weile unter dem großen Kokosnussbaum gesessen hatte, wurde ich müde und schlief ein. Ich erwachte davon, dass mich etwas sehr arg in den Rücken stach. Ich sprang auf und merkte, dass eine ganz grässliche Wespenfamilie um mich herum summte. Ich brüllte sie an, ich schnappte nach ihnen, ich schlug nach ihnen mit dem Schwein und den Tatzen, aber es half alles nichts. Gleich waren sie wieder da und stachen mich in den Rücken. Ich scheuerte mich mit dem Rücken an den Stamm von dem Kokosnussbaum, ich warf mich rücklinks in den Sand, aber da stachen sie mich in den Bauch und ich wusste mir gar nicht mehr zu helfen. Als aber meine Not am größten war, da hörte ich ein Rascheln im Gebüsch und gleich darauf stand ein großer Vogel Strauß vor mir, er sah die Wespen und hatte Mitleid mit mir. Rühre dich nicht, sagte er zu mir, lass alle Wespen ruhig auf deinen Rücken hinauf, dann will ich sie schon weg besorgen. Da bedankte ich mich sehr. Und weil ich mich allein langweilte, so bat ich den Vogel Strauß, er möchte doch ein bisschen dableiben. Das tat er auch, und wir plauderten zusammen. Er sagte mir auch seinen Namen, er hieß Strozio. Gegen Abend wollte Strozio weggehen, weil er meinte, vielleicht würden meine Eltern und Geschwister ihm etwas tun. Aber ich sagte ihm, er brauchte sich nicht zu fürchten, und natürlich haben sie ihm nichts getan, als sie gekommen waren, sondern meine Eltern haben sich noch bei ihm bedankt, dass er mir geholfen hat. Von da an kam Strozio sehr oft zu uns und spielte mit mir, und schließlich war er mein allerbester Freund. Mein Vater ging zu allen unseren Bekannten und Verwandten und sagte ihnen, sie dürften dem Strozio nie etwas tun. Und als ein Tiger ihn eines Tages zerkratzen und zerbeißen wollte, da hat mein Vater dem Tiger eine Ohrfeige gegeben und hat ihn weggejagt. Und wenn meine Mutter oder eine von meinen Schwestern Geburtstag hatte, dann kam Strozio auch zum Gratulieren und brachte immer ein Geschenk, ein paar schöne abgelegte Straußen Fehner mit. Wir sind sehr oft miteinander um die Wette gelaufen, aber meistens hat er gewonnen, denn die Strauße können furchtbar schnell laufen. Als der Löwe dem Onkel Sebastian bis hierher erzählt und der Onkel Sebastian es dem Zwieselchen bis hierher wieder gesagt hatte, da guckte die Löwen aus der Wohnungstür heraus und knurrte ihm etwas zu. Der Löwe winkte ihr mit dem Kopf und da ging sie wieder in die Wohnung zurück. Ich muss gleich zu meiner Frau gehen, sagte der Löwe, sie will etwas wegen der Kinder mit mir noch rasch etwas anderes sagen, nämlich mein alter Freund Strozio ist auch hier. Als ich beim Umzug hergebracht wurde und in meinem Käfigwagen durch den Garten fuhr, da kam ich auch am Straußenhaus vorbei und da sah ich knurrte aber diesmal knurrte sie schon etwas strenger. Leon Cavallo richtete sich halb auf, sah sie freundlich an, knurrte leise und höflich und da ging sie wieder weg. Da möchte ich euch bitten, geht doch mal zu dem Strozio hinüber und bestellt ihm einen recht schönen Gruß von mir und es ginge mir gut und ich hoffte dasselbe auch von ihm und jetzt muss ich ganz schnell zu meiner Frau sonst wird sie böse und schimpft mich aus sie ist darin genau wie meine Mutter dann sprang der Löwe auf nickte den beiden noch einmal zu und rannte davon so schnell er konnte das Zwieselchen wäre am liebsten jetzt gleich zum Straußenhaus gegangen um dem Strozio Leon Cavallos Gruß auszurichten aber der Onkel Sebastian meinte sie kämen ja auf dem Rückweg sowieso daran vorbei daher gingen sie jetzt weiter zu sehr vielen anderen Tieren als sie davon müde geworden waren ging sie in ein großes Haus wo es weißgedeckte Tische gab und da bekam das Zwieselchen Schokolade zu trinken und Kuchen mit Schlagsahne zu essen und nachher noch Eis währenddessen trank der Onkel Sebastian zu ein Mann kam herein und wollte Zeitungen verkaufen der Onkel Sebastian kaufte ihm auch eine ab und fing ein bisschen an zu lesen und als er schnell ein Blatt ausgelesen hatte da legte er es auf den Tisch brauchst du das noch nein brauchst du es denn das Zwieselchen gab keine Antwort und der Onkel Sebastian las weiter nun riß das Zwieselchen sich ganz leise ein Stückchen von der Zeitung ab darauf tat es ein bisschen von seinem Eis wickelte es zusammen und steckte das ganze Päckchen in die Tasche um es nachher dem Eisbären zu bringen der sich darüber bestimmt sehr freuen würde dann während der Onkel Sebastian immer noch in seiner Zeitung las nahm sich das Zwieselchen noch etwas anderes als nämlich der Onkel Sebastian sein Schinken Brötchen bekommen hatte da war ihm dazu auch Senf und Pfeffer und Salz gebracht worden aus dem Salz Fässchen nahm es sich ein bisschen heraus und steckte es in die andere Tasche lies mir doch ein ganz kleines bisschen vor Onkel Sebastian die Mutter liest mir oft vor aber doch nicht aus der Zeitung meinte der Onkel Sebastian ach das ist doch egal na schön dann will ich dir ein bisschen vor lesen und dann las er wie man hört gingen heute zwei Herren in den zoologischen Garten ein älterer und ein jüngerer sie sahen sich alle Tiere an und waren sehr vergnügt der ältere Herr wusste im Zoo so gut Bescheid dass er dem jüngeren Herrn alle Tiere beim Namen nennen konnte er er zeigte ihm auch viele Tiere von denen der jüngere Herr noch nichts gehört hatte zum Beispiel den Spaßvogel und den Pleitegeier und den Sündenbock und den Lumpenhund und die Zeitungsente und den Rabenvater leider war der Lindwurm aber gerade verreist darum konnte er nicht gezeigt werden auch der Osterhase und der Pfingstochse waren nicht zu sehen weil Ostern und Pfingsten schon so lange vorbei ist als der Onkel Sebastian das gelesen hatte fing das Zwieselchen an sich sehr zu wundern denn genau so war es ja heute gewesen und alle diese Tiere hatte der Onkel Sebastian ihm gezeigt der Onkel Sebastian las weiter als der jüngere Herr hörte dass dort im Käfig ein bengalischer Tiger wohnte da sagte er er hätte sich das gleich gedacht denn einmal wäre im Nachbar Garten ein bengalisches Licht abgebrannt worden und das hätte genauso geglüht wie die Augen von dem Tiger dann sprachen die beiden Herren davon wie mühsam es sein müsste für die Giraffe hohe Stiefel zu machen und wie lange wohl ein Schuster an denen arbeiten müsste der ältere Herr meinte es wäre immer noch einfacher als das Schuhwerk für den tausend Fuß in Ordnung zu halten da sagte der jüngere Herr wenn er dem älteren Herrn auch alle anderen Tiere glauben wollte aber dass es einen tausend Fuß gäbe das glaubte er ihm doch nicht aber onkel onkel sebastian das sind wir ja der ältere her bist du und der jüngere bin ich so na nu wirklich du hast recht iselchen aber woher wissen denn die zeitungsmänner das alles und wie schnell sie das gedruckt haben wahrscheinlich ist einer von ihnen auch gerade im zoo gewesen vielleicht der von dem ich die Zeitung gekauft habe der hat dann schnell an einen drucker telefoniert lies noch weiter der onkel sebastian las beide herren hatten viel freude an dem hübschen grünen gelegenen dörfchen knabberhagen wo viele familien von eichhörnchen ratten murmeltieren mäusen und meerschweinchen wohnten und wo die eichhörnchen ein lustiges drehrad zum spielen haben der onkel sebastian las noch vieles andere vor und dann kam die geschichte wie das zwieselchen mit den anderen kindern auf dem kamel hatte reiten dürfen und auf dem esel und wie sie im ziegenwagen gefahren waren auf dem kamel war ein sattel gewesen wie eine bank mit rotem leder bezogen darauf hatten vier kinder zugleich sitzen können aber obwohl das kamel von einem mann geführt wurde und nur langsam gehen durfte hat es doch so grässlich geschaukelt dass alle kinder froh gewesen waren als sie wieder herunter konnten als der onkel sebastian bis hierhin gelesen hatte da wurde es dem zwieselchen so nass in der tasche und da fiel ihm das eis ein das es dem bären hatte bringen wollen es griff also die tasche aber das eis war gar nicht mehr da das tat ihm sehr leid aber weil der onkel sebastian so schön vorlas so hatte es das eis bald wieder vergessen der onkel sebastian las jetzt das vor was dem zwieselchen am allerbesten gefallen hatte nämlich wie es fotografiert worden war und dazu ein winziges neugeborenes löwenbaby für einen augenblick auf den schoß bekommen hatte das stand sehr genau in der zeitung und dass das bild in ein paar tagen fertig sein und ihm zugeschickt werden sollte lies das noch einmal da las der onkel sebastian es noch einmal aber jetzt las er manche wörter etwas anders und und dass das zwieselchen dem löwenbaby in den mund gefasst und noch gar keine zähne daran gefunden hatte das vergaß er ganz aber onkel sebastian vorhin hast du es doch ganz anders vorgelesen so so dann hat dann hat es vorhin wohl auch anders in der zeitung gestanden zuletzt las er so schließlich setzten der ältere und der jüngere herr sich hin und aßen und tranken und ruhten sich aus und da sitzen sie noch aber jetzt stehen sie gleich auf und gehen fort fertig damit legte der onkel sebastian die zeitung weg als sie aus dem hause herauskamen hörten sie sich noch ein bisschen die schöne musik an die dort für die tiere gemacht wurde das zwieselchen dachte sich mit dem eis für den eisbeeren habe ich kein glück gehabt aber vielleicht werde ich mit dem salz umso mehr glück haben und das hatte es auch es wußte nämlich dass man alle tiere fangen kann wenn man ihnen salz auf den schwanz streut nun gab es im zoo manche bunte vögel die nicht in käfigen oder äußern wohnten sondern frei herumfliegen und herumspazieren durften von denen wollte es sich einen fangen und ihn mit nach hause nehmen und dazu hatte es sich das salz eingesteckt die vögel waren meist in der nähe von quaken brück gewesen und als sie jetzt dorthin kamen holte das zwieselchen ein bisschen salz aus der tasche und passte sehr auf ob nicht ein vogel in die nähe käme bald kam auch einer angeflogen und setzte sich auf den baumzweig das zwieselchen warf das salz nach ihm aber der zweig war zu hoch und so traf es nicht und der vogel flog fort der onkel der onkel sebastian hatte sich auf eine bank gesetzt rauchte eine zigarre und sah zu wie das zwieselchen vögel fangen wollte weil die vögel aber immer wegflogen bevor es ihnen salz auf den schwanz gestreut hatte und weil es schon anfing ein bisschen ärgerlich zu werden darum sagte der onkel sebastian ich sehe schon so geht es nicht du musst es anders machen streue einfach all dein salz ins gras und wenn dann ein vogel über das gras hüpft und kommt mit seinem schwanz an das salz dann kann er nicht mehr weiter und ist gefangen so tat das zwieselchen und gleich darauf kam ein vogel an die salzstelle aber gerade da wehte der wind und pustete das salz zur seite und so konnte der vogel davonfliegen jetzt kam aber jemand anders anspaziert und ging gerade auf das salz zu das war ein dicker herr mit runden augen der in quakenbrück seine wohnung hatte und einen grünen anzug trug und solche herren nennt man ihr ahnt es wohl frosche dieser grüne herr hatte das salz wohl nicht gesehen denn als er sich etwas verschnaufen wollte da setzte er sich gerade auf ein salzkörnchen und da konnte er natürlich nicht weiter wir haben ihn wir haben ihn rief das zwieselchen lief hinzu und hob ihn auf willst du ihn wirklich mit nach hause nehmen ist er nicht etwas glitschig und nass ja glitschig und nass ist er wohl aber weil ich ihn gefangen habe so will ich ihn auch zum andenken mit nach hause nehmen der grüne herr zappelte ein wenig in der hand und sah sich mit seinen runden vorstehenden augen um aber vielleicht gehört der grüne herr hier in eines von den tierhäusern und ist nur weggelaufen dann müsstest du ihn eigentlich wieder zurückbringen aber wo ist denn hier das froschhaus nun sah sich der onkel sebastian nach dem froschhaus um weil er es aber nicht gleich finden konnte so nahm er das buch mit dem atlas vom zoologischen garten aus der tasche und schlug es auf wie gut dass die affenmutter es mir zurückgegeben hat sagte er unterdessen war auch dem zwieselchen schon etwas besseres eingefallen wie der frosch wieder in sein haus kommen könnte es kam nämlich ein mann mit einer uniform mütze vorbei einer von den männern die auf die tiere im zoo aufpassen und sie füttern und ihn die wohnungen aufräumen auf den ging es zu und sagte du ich hab hier einen frosch der ist sicher aus seinem haus weggelaufen da hast du ihn na so wat rief der man kiek mal an den hab ich ja schon gesucht na schön dank mein Junge der man lachte sehr freundlich und der onkel sebastian schenkte ihm eine zigarre dann setzte der mann den frosch ins gras und sagte zu ihm nur mach aber dass du fix nach hause kommst karlchen sonst werde ich böse und dass du mir nicht noch mal ausbückst verstanden der frosch machte sich gleich ganz gehorsam auf den weg und verschwand im gebüsch aber auch die beiden zoobesucher machten sich jetzt auf den weg denn sie waren schon viele Stunden hier gewesen der jüngere der Tiere mehr ansehen mochte als sie aus dem zoologischen garten heraus waren und gerade in die untergrundbahn steigen wollten blieb das zwieselchen plötzlich ganze schocken stehen und rief aber onkel sebastian wir haben ja ganz vergessen noch einmal zum straußen haus zu gehen und dem strozio den gruß von dem löwen zu bestellen das müssen wir gleich machen und um kehren aber der onkel sebastian nicht hätten ausrichten können denn der strozio versteht ja kein deutsch das weiß ich genau und wir beide können leider kein streußisch das sah das zwieselchen ein so fuhren sie denn nach hause und hatten dort viel zu erzählen ich erzähle euch wie bei zwieselchens kurz schluss war und wie bei der großmutter kerzen gemacht wurden als das zwieselchen und der onkel sebastian im zoo waren da hatte die sonne geschiehen und es war schön warm gewesen aber dann kamen allmählich die trüben und regnerischen herbsttage es wurde immer schon so früh dunkel und man konnte nicht mehr so lange draußen spielen da war es gut dass es einmal kurz schluss gab sagt einmal Kinder wisst ihr schon was kurz schluss ist wenn nicht dann müsst ihr eure eltern danach fragen das zwieselchen wusste es schon und fand es nur schade dass es nicht öfter kurzschluss gab denn kurzschluss war sehr lustig ein mal an einem nachmittag im november als es draußen sehr nass und trübselig war da war die großmutter zu besuch und hatte mit der mutter tee getrunken jetzt saßen sie im wohnzimmer auf dem sofa und erzählten sich etwas und das zwieselchen spielte im nebenzimmer mit seinem baukasten das haus sollte so groß werden hatte es sich gedacht dass alle miteinander darin Platz bibi die tante montessori aus dem kindergarten und ich und ihr alle zusammen das haus war noch lange nicht fertig sondern noch so klein dass nicht einmal das kleinste von euch darin Platz gehabt hätte da gab es plötzlich einen knack und es wurde dunkel kurz schluss rief das zwieselchen und stieß im dunkeln mit dem linken arm an das haus so dass es um polterte wenn kurz schluss war konnte das elektrische licht nicht brennen und dann brannte zuerst eine weile überhaupt nichts und die mutter und die else liefen im dunkeln herum und suchten die streichhölzer weil es aber doch dunkel war konnten sie sie nicht sehr schnell finden und wenn sie sie gefunden hatten dann mussten sie erst die kerzen und die leuchter suchen das ging freilich schon etwas raschern es machte immer sehr viel spaß wenn die kerzen angezündet wurden weil sie ganz anders brannten als das elektrische licht und weil nicht gleich das ganze zimmer von ihnen hell wurde und weil sie in so hübschen leuchtern steckten in silbernen und schwarzen und bunt bemalten aus porzellan komm her zwieselchen rief die großmutter setze dich so lange zu mir bis es dunkle zimmer zur großmutter und setzte sich neben sie aufs sofa die mutter war hinaus gegangen um streichhölzer und kerzen zu suchen und um zu sehen ob sie das elektrische licht wieder in ordnung bringen könnte na was wollen wir jetzt machen fragte die großmutter willst du mir etwas erzählen oder soll ich dir etwas erzählen du mir sagte das zwieselchen und das war gut so denn die großmutter konnte es doch besser und wenn sie nicht erzählt hätte dann könnte ich euch ja diese ganze geschichte auch nicht erzählen das zwieselchen saß sehr behaglich bei der großmutter in der sofaecke es war schön warm weil der ofen geheizt war und draußen klatschten die dicken regentropfen gegen die fensterscheiben und ganz dunkel war es im zimmer auch nicht weil von einer straßenlaterne gerade ein bisschen licht hereinkommen davon sahen alle im zimmer so ganz anders aus als sonst erzähl wie du klein warst großmutter habt ihr da auch kurz los gehabt nein sagte die großmutter damals war überhaupt manches anders als heute und wir hatten auch gar kein elektrisches licht weil die menschen sich das damals noch nicht ausgedacht hatten wir hatten lampen die man jedes mal mit einem Streichholz anzünden musste und dann hatten wir auch kerzen aber die wurden nicht drüben im geschäft gekauft die bei euch sondern sie wurden bei uns im hause gemacht es wurde fett in einen großen kessel getan und ausgeschmolzen und dann wurden fäden zusammen gedreht das waren die dortte und um die wurde das fett herum getan und wenn es kalt und hart geworden war dann gab es wunderschöne lichter ach solche lichter wollen wir auch einmal machen die großmutter lachte ein bisschen und sagte ach weißt du so schön wie du denkst war das nun wieder auch nicht meine brüder und ich hatten die kerzen sehr gern wenn sie brannten aber leider wurde noch etwas anderes mit ihnen gemacht was denn was kann man mit kerzen sonst noch machen höre nur zu sagte die großmutter wir hatten ein ganz altes kleines fräulein das hieß mamsell matildchen und hatte weiße haare und huschte immer so schnell und so leise in unserem haus herum wie eine winzige spitzmaus mamsell matildchen musste sehr viel brustzucker essen weil es manchmal vorkam dass sie ein klein wenig hustete den brustzucker hatte sie in einer großen gelb lackierten blechdose die ganz oben auf ihrem kleiderschrank stand in mamsell matildchens zimmer roch es immer so gut nach getrockneten äpfeln und nach getrockneten rosenblättern denn sie legte sie immer zwischen ihre wäsche die äpfel auch nein nur die rosenblätter und manchmal rief sie einen von meinen brüdern oder mich in ihr zimmer und dann freuten wir uns immer sehr dann rückte sie einen stuhl an ihren kleiderschrank und auf den holzkasten legte sie ein dickes schwarzes buch und über das buch legte sie ihren Bettvorleger und dann kletterte sie hinauf und wenn sie sich auf die zehenspitzen stellte und den arm ganz weit ausstrengte dann konnte sie gerade bis zu der gelb lackierten blechdose reichen und sie herunternehmen wenn sie uns nun von ihrem süßen Brustzucker gegeben und sich auch ein Stück in den Mund gesteckt hatte dann kletterte sie wieder in die Höhe und stellte die dose wieder fort darauf kletterte sie herunter und nun kam in der Bettvorleger das Buch der Kasten und der Stuhl wieder an ihren Platz das alles dauerte eine ganze Weile aber warum musste sie denn die blechdose immer auf dem Schrank haben wenn sie doch so klein war dass sie nicht richtig hinaufflangen konnte tja Zwieselchen danach hättest du sie selbst fragen müssen wir sind nämlich auch nie dahinter gekommen aber wie warst du nun mit den kerzen ach richtig ich wollte dir ja von den kerzen erzählen also das war so wenn einer von uns halsschmerzen hatte oder heiser war oder hustete dann sagte mamsell matildchen das bringen wir schnell in ordnung hat sie dann nach dem onkel doktor telefoniert nein ein telefon hatten wir gar nicht und der onkel doktor wurde nur geholt wenn einer ganz schlimm krank war der onkel doktor wohnte mehrere Stunden weit weg und wenn man ihn haben wollte dann musste man ihm einen wagen schicken und manchmal wenn der wagen hinkam war der onkel doktor gerade zu einem anderen kranken und kam kam nach vielen stunden zurück mamsell matilchen macht es also so sie ließ in der küche einen topf voll haferschleim ohne salz kochen und wenn der haferschleim richtig abkochen war dann musste die köchin an mamsell matilchen rufen und dann nahm mamsell matilchen eine neue kerze und wischte sie mit einem tuch ab und dann fasste sie die kerze oben am dort und rührte mit ihr so lange in dem kochenden haferschleim bis die kerze ganz ausgeschmolzen und der haferschleim ganz fettig geworden war und dann mussten wir ihn ganz heiß auslöffeln puh hat das nicht sehr schlecht geschmeckt ja sehr schön hat es wohl nicht geschmeckt und was hat das alte fräulein mit dem dort gemacht den legte sie in eine schublade nächste mal kerzen gemacht wurden dann kam ihr eine neue kerze und seid ihr davon auch richtig gesund geworden ich denke schon ich bin ja jetzt nicht mehr heiser und habe keine halsschmerzen und huste auch nicht also muss ich doch gesund geworden sein aber warum nahm denn mamsell Mathildchen nicht auch Haferschleim mit kerzen wenn sie husten mußte warum nahm sie denn bloß Brustzucker tja siehst du Zwieselchen für ihren husten war der Brustzucker wahrscheinlich besser das war wohl so eine andere sorte husten als die großmutter so weit erzählt hatte kam die Mutter mit einer brennenden kerze herein und wollte sie auf den Tisch stellen das Licht blendete so sehr dass das Zwieselchen seine Augen schnell zumachte lasse uns doch noch ein bisschen im dunkel sitzen das gefällt uns so gut da ging die Mutter mit der kerze wieder fort Werner Bergengrün Zwieselchen im Warenhaus Das Zwieselchen dachte oft an den zoologischen Garten zurück aber jetzt dachte es doch noch öfter an etwas anderes das in der Stadt zu sehen sein sollte seine Eltern hatten nämlich häufig von dem großen Warenhaus Wertheim gesprochen und ebenso hatte die Else getan und schließlich auch der Bibi das habt ihr ja schon gemerkt dass der Bibi manchmal gern ein bisschen angab wie er eher im Zoo gewesen war so war er auch schon bei Wertheim gewesen aber dafür war er ja auch ein klein wenig älter ihr wisst es ja ein viertel Jahr das Zwieselchen sagte zu seiner Mutter wenn ich aber doch so furchtbar gern einmal zu Wertheim möchte die Mutter antwortete du musst noch ein klein bisschen warten gegen Weihnachten fahre ich einmal mit dir hin dann ist es dort am allerschönsten und dann gibt es noch viel viel mehr zu sehen als sonst nun fragte es sehr oft ist noch nicht bald gegen Weihnachten eines Abends antwortete die Mutter jetzt ist gegen Weihnachten und wenn du heute Abend gleich einschläfst dann fahre ich morgen Nachmittag mit dir zu Wertheim Am nächsten Morgen schrie das Zwieselchen kaum dass es in den Kindergarten gekommen war Tante Montessori Tante Montessori denke dir doch heute Nachmittag fahre ich mit meiner Mutter zu Wertheim Ach da bin ich schon längst gewesen sagte der Bibi geringschätzig Ja aber als du da warst da war es ja noch nicht gegen Weihnachten antwortete das Zwieselchen Daraufhin wollten die beiden sich eigentlich ein bisschen zanken aber das Zwieselchen freute sich so auf den Nachmittag dass es gar nicht recht zum zanken aufgelegt war und so vertrugen sie sich wieder ich will heute sehr schnell schlafen erklärte das Zwieselchen nach dem Mittag Essen das tat es auch nach fünf Minuten schrie es schon Mutter Mutter ich hab fertig geschlafen es half aber nichts es musste noch vier mal schlafen bis es endlich angezogen wurde dann gingen sie zur Autobushaltestelle der Autobus war schrecklich voll sie standen im Gedränge unter vielen vielen Menschen aber es gab auch andere die saßen das Zwieselchen wurde ein bisschen böse darüber dass seine Mutter und es selber stehen sollten schließlich rief es ganz zornig und ganz laut aber einer muss uns doch Platz machen nun lachten die Leute im Autobus und ein Herr stand auf und bot Zwieselchens Mutter seinen Platz an ja ja das ist die Jugend von heute die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen das verstand das Zwieselchen nicht denn es war ja gar kein Brot und gar keine Butter da die jemand hätte nehmen können außerdem hatte es heute zum Vesperbrot schon keinen richtigen Hunger gehabt und wäre sehr froh darüber gewesen wenn jemand ihm Butter und Brot zugleich fortgenommen hätte denn der Bibi hatte ihm etwas von einem Erfrischungsraum erzählt in dem es wunderbare Dinge geben sollte dies Wort Erfrischungsraum hat es noch nie gehört und konnte sich auch nicht recht vorstellen wie es in so einem Erfrischungsraum wohl aussehen mochte aber es musste immer daran denken und so sagte es in einem fort dieses sonderbare herrliche wort vor sich hin Erfrischungsraum 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 Erfrischungsfrischungsfrischungsfrischungsfrischungsraum aber das war nur ein Augenblick lang und gleich darauf ratterte er wieder wie gewöhnlich vom Autobus stiegen sie in die Untergrundbahn um sie fuhren zwischen Schneebischungen dahin und das Zwieselchen guckte zum Fenster hinaus dann aber war draußen nichts mehr zu sehen es wurde ganz schwarz und nun wurde im Wagen das Licht angeknipst ohne dass man das knipsen hätte hören können jetzt fahren wir unter die Erde sagte die Mutter immer tiefer immer tiefer solange bis wir bei Wertheim sind ja bis wir bei Wertheim sind sagte die Mutter und lachte unterwegs stieg als die Bahn gerade mal hielt eine prächtige Dame in einem herrlichen Pelzmantel ein die ein kleines Mädchen an der Hand führte das Zwieselchen sah alle beide genau an und fand sie wunderschön das kleine Mädchen war ganz weiß angezogen hatte ein weißes Pelzmäntelchen und ein weißes Pelzmützchen und und das Zwieselchen konnte sich an dem Mädchen gar nicht satt sehen das Gesicht des Mädchens kam ihm noch hübscher vor als die Gesichter aller Puppen die es gesehen hatte es wollte so gern mit dem Mädchen sprechen aber es traute sich nicht recht wegen der prächtigen Dame die einen so herrlichen Pelzmantel anhatte schließlich nahm das Zwieselchen aber seinen Mut zusammen und sagte du ich fahre zu Wertheim nach einer Weile machte das Zwieselchen einen zweiten Versuch es sagte ich bin auch schon mal im zoologischen Garten gewesen warst du auch schon mal da das Mädchen machte ein sehr hochmütiges Gesicht und sagte da gehen wir jeden Tag hin ach ja dachte das Zwieselchen ich habe ja davon gehört dass es Kinder geben soll die jeden Tag in den zoologischen Garten dürfen bisher habe ich es nicht glauben wollen aber jetzt höre ich es ja von dem Mädchen selbst der Zug hielt komm hier müssen wir aussteigen sagte die Mutter draußen war es schon dunkel geworden aber das merkte man kaum weil so viele Lampen brannten im Eingang drängte sich eine solche Menge von Menschen dass die beiden Mühe hatten durchzukommen endlich waren sie doch im Warenhaus drin Herr Wertheim stand in der Nähe der Tür er hatte einen braunen Anzug an mit gelben Besetzen und goldenen Knöpfen und eine kleine braune Schirmmütze auf dem Kopf guten Tag Herr Wertheim sagte das Zwieselchen Herr Wertheim lachte und sagte freundlich guten Tag mein Junge der hat sich bestimmt gewundert weil ich ihn gleich erkannt habe aber mich hat er nicht erkannt nach diesen Worten sagt es für eine ganze Weile gar nichts mehr so benommen und beklommen wurde es ihm zumut und es hielt die Hand der Mutter immer fester es konnte auch noch nicht sehen von all den Herrlichkeiten die es ihr geben sollte denn es schoben sich so viele große Menschen herum dass sie mit ihren Beinen und Rücken und Köpfen und Hüten und Paketen alle Aussicht versperrten dann aber legte das Zwieselchen seinen Kopf ein wenig zurück und sah in die Höhe da war plötzlich solch ein Glanz dass es fast die Augen wieder zugemacht hätte weil man ja aber mit zugemachten Augen erst recht nicht sehen kann so hielt es sie tapfer auf ja das war nun wirklich wunderbar man musste lange suchen bis man die Decke fand so hoch war der Saal oben an den Wänden taten sich immer neue Säle auf durch viele Stockwerke hindurch und in allen Stockwerken gingen und standen Menschen und überall blitzte und funkelte es von den unzähligen Lampen die in langen Kettenreihen hoch durch die Räume hingen oder oben an der Decke glühten wie die Sterne am Himmel alle Menschen sprachen aber das klang gar nicht so wie sonst Menschen sprechen sondern es war ein einziges großes lustiges Gesumm und das war noch tausendmal lauter als das Summen der Bienen die im Sommer auf die Veranda geflogen kamen wenn die Mutter das Frühstücksbrot mit Honig bestrich plötzlich schrie das Zwieselchen laut auf vor Freude denn hoch über den Köpfen aller Menschen saß ein riesigen Weihnachtsbaum mit hunderten von brennenden Lichtern und mit armdicken silbernen Lametta Strähnen der Baum war höher als das Häuschen in welchem das Zwieselchen mit seinen Eltern und der Else lebte außer den Lichtern und dem Lametta funkelten an dem Baum noch viele andere blanke Dinge aber weil es so weit weg war konnte es sie nicht erkennen wir wollen zum Weihnachtsbaum Mutter bitte bitte wir wollen zum Weihnachtsbaum die Mutter nickte nun zwängten sie sich aus dem großen Gange in welchem sie bisher von den vielen Menschen vorwärts geschoben wurden in einen Seitengang hier war das Gedränge nicht so arg und man konnte auch sehen was rechts und links auf den Verkaufstischen lag im Zwieselchen gefielen diese Tische übrigens nicht so sehr denn es war da immer nur Strickwolle in allen Farben und ähnliches Zeug wie es zu Hause in Mutters Nähkorb herum lag darum wollte es schnell zum Weihnachtsbaum weiter die Mutter aber blieb stehen und sah sich etwas langweiliges an einmal beugte sich eine Verkäuferin über den Ladentisch vor und fragte was darf ich ihnen zeigen meine Dame darauf musste das Zwieselchen nur sehr lachen dass die Verkäuferin zur Mutter meine Dame gesagt hatte denn sonst hat das ja niemand es selbst sagte zur Mutter natürlich Mutter der Vater sagte Häschen der Onkel Sebastian sagte Schuroschka ja und die Else sagte gnädige Frau komm doch meine Dame komm doch weiter meine Dame sagte das Zwieselchen lachend und zog die Mutter fort durch die wunderbaren Düfte der Seifenabteilung langsam kamen sie dem Weihnachtsbaum näher aber sie mußten noch einen Umweg um ein paar Verkaufsstände machen und als das Zwieselchen sich dabei zur Seite kehrte besaß etwas das dem großen Weihnachtsbaum gegenüber am anderen Ende des Saales stand und noch größer war als die Tanne mit all ihrem Gold und Silberglanz was das war ein riesen Weihnachtsmann war es er sah so aus wie ein ganz richtiger Weihnachtsmann aussehen muß er hatte einen langen roten Rock mit weißem Pelzbesatz einen weißen Bart und über der einen Schulter einen Tannenbaum und über der anderen einen Sack aus diesem Sack sahen die schönsten Spielsachen von der Welt heraus und manche sahen nicht nur heraus sondern purzelten auch heraus sie fielen aber doch nicht zur Erde daß man sie hätte fangen oder aufheben können da gab es Puppen und Hampelmänner so groß wie Kinder Tiere so groß wie der Hund vom Onkel Doktor Pfefferkuchen so groß wie Tischplatten Trompeten wie Regenschirme und große bunte Trommel bei diesem Anblick vergaß das Zwieselchen den Weihnachtsbaum und zog die Mutter zu dem Weihnachtsmann Mutter ist das der Weihnachtsmann für die Riesenkinder? Na das kann schon sein vielleicht ist er aber auch nur darum so groß damit alle Leute ihn schon von weitem sehen können das Zwieselchen starrte so eifrig zu dem Riesenweihnachtsmann hinauf daß es an nichts anderes mehr denken konnte und auch nicht auf die herumdrängenden Menschen achtete plötzlich bekam es einen Stoß daß es ein paar Schritte zurück taumelte und gerade noch von der Mutter aufgefangen werden konnte ein großer Junge der es sehr eilig hatte war mit ihm zusammengestoßen und schrie böse Ola Dussel kannst du dir nicht vorsehen dir haben sie wohl mit nem Moorübe aus dem Urwald gelockt wenn das Zwieselchen sich später an alles erinnern oder anderen davon erzählen wollte was es im wahren Haus gesehen und erlebt hatte dann konnte es sich gar nicht mehr recht darauf besinnen wie denn alles der Reihe nach gewesen war es waren ja so viele schöne und aufregende Sachen so viel Licht und Glanz und Buntheit so viele herrliche Gerüche nach allem was gut schmeckt so viel Lärm und Menschen Gesumm und Musik und Gerassel und Geklappe daß es einem davon schon ganz schwindelig im Kopf werden konnte dazu war es sehr heiß es war doch für die Straße angezogen mit seinen dicken Wintersachen so wurde es schon recht müde aber dann kam immer wieder etwas Neues das so schön war daß man alle seine Müdigkeit darüber vergessen mußte zum Beispiel gab es eine Treppe wie das Zwieselchen sie noch nie gesehen hatte man stellte sich einfach darauf dann lief sie von selbst mit einem in die Höhe ohne daß man seine Füße zu bewegen brauchte wenn man auf dieser Treppe aber außerdem noch selbst in die Höhe stieg wie auf einer gewöhnlichen Treppe dann war man ganz wunderbar schnell oben das hatte das Zwieselchen bald heraus und darüber wurde es wieder ganz vergnügt denn vorhin war es doch ein bisschen erschrocken gewesen weil der große Junge es umgerannt und oller Dussel zu ihm gesagt hatte wenn einem diese Treppe aber auch noch zu langsam ging dann konnte man mit dem Aufzug nach oben und nach unten fahren darin stand ein jüngerer Bruder des Herrn Wertheim ebenso angezogen wie der und wenn der Aufzug mit einem Ruck stehen blieb dann rief er erster Stock Bücher Sportartikel Radius oder so ähnlich das Zwieselchen hatte erst gemein von den schönen Spielsachen dürfe man sich ruhig nehmen was einem gefiel weil doch so eine riesige Menge da war dass es dem Herrn Wertheim nicht auf ein einziges Stück ankommen konnte so hat er es hinzugegriffen und einen weichen roten Affen mit einer gelben Halsschleife und einer Brille auf der Nase von dem Tisch genommen auf dem er mit vielen anderen Affen und Teddybären und Katzen und Hunden gelegen hatte aber Zwieselchen rief die Mutter lege den Affen gleich wieder zurück der gehört doch nicht dir und es ist sehr schlimm wenn man etwas nimmt was einem nicht gehört da war es etwas erschrocken legte den Affen aber gehorsam zurück und fragte nur aber für wen sind denn alle diese Tiere warum soll ich denn keins von ihnen haben ich wollte doch nur ein bisschen mit ihm spielen nun es kann ja sein dass dir der Weihnachtsmann gerade diesen Affen bringen will aber denke nur wie schlimm wenn er ihn dann nicht mehr hier findet also das musste es einsehen und darum begnügte es sich von nun an damit die schönen Sachen anzugucken das wollte es jedoch sehr gründlich tun ja es wollte eigentlich jedes einzelne Bilderbuch ansehen aber das erlaubte die Mutter nicht los sagte sie so kommen wir nicht durch sie kamen durch einen richtigen Garten wo Blumen blühten und wo Wasser aus einem Springbrunnen in die Höhe stieg und kleine Goldfische herumschwammen mitten im Winter es gab immer neue Säle und oft waren sie so hoch wie Häuser und es sah so aus als hätten sie gar keine Wände denn es waren ja so viele Menschen und so viele Sachen dass man die Wände gar nicht sehen konnte wo man sie aber sah da waren sie oft aus einem glatten blanken bunten Stein so ähnlich wie eine Waschtischplatte zu Hause nur natürlich viel schöner und wenn man sie anfasste bekam man herrlich kalte Finger Zwieselchens Gesicht glühte schon so rot und so heiß dass es wunderbar gut tat es zur Abkühlung gegen diese Steinwände zu legen einmal kamen sie in einen Raum da wurde gar nichts richtiges verkauft obwohl da sehr viele Menschen herumstanden und miteinander sprachen Zwieselchen dachte schon hier wäre auch gar nichts Gescheites zu sehen da erblickte es plötzlich ein schönes großes Dampfschiff in einem Glaskasten das war so lang wie ein Esstisch und hatte zwei mächtige Schaumsteine unten war es rot und schwarz oben auf dem Verdeck aber schneeweiß und es gab eine Menge kleiner weißer Boote die da oben aufgehängt waren das Zwieselchen blick stehen und zeigte auf jedes einzelne mit dem Finger und fing an zu zählen aber ihr wisst ja schon dass es elf zwölf dreizehn zwanzig einundachtzig hunderttausendzig zählte und so kriegte das Zwieselchen dann nicht heraus wie viele Boote es waren ich will es euch verraten es waren sechsunddreißig ich habe selbst nachgezählt Den großen Menschen schien dieses Schiff nicht so sehr zu gefallen niemand wollte es kaufen und die meisten schauten es gar nicht erst an sondern sie fragten ungeduldig durcheinander und schubsten sich vor den Tischen herum hinter denen die Verkäufer standen und gar nichts Rechtes zu verkaufen hatten nein hier ist nichts weiter zu sehen erklärte die Mutter hier kann man nichts kaufen sondern hier kommen die Leute her wenn sie verreisen wollen und wissen möchten wann die Züge abgehen ach so ja und denke die Mutter der Herder in dem Pelz der will sicher mit ungezogenen Kindern verreisen so ja er hat vorhin gesagt er wollte sich nach einer Reiseroute erkundigen das habe ich selbst gehört später gingen sie zu den Fotografenzimmern da gab es richtige Zimmer mit Türen oder mit Vorhängen sonst aber ging im Warenhaus immer ein Raum in den anderen über ohne dass man es richtig merkte unterwegs kamen sie an vielen Pelzen vorüber und plötzlich rief das Zwieselchen Mutter Mutter sieh doch da ist ja der Pelz von der feinen Dame mit dem kleinen Mädchen aus der Untergrundbahn wirklich hing hier genau so ein Pelz wie ihn die prächtige Dame angehabt hatte sie blieben einen Augenblick stehen und da kam auch schon ein Herr angelaufen und machte eine Verbeugung und sagte sehr preiswert gnädige Frau wirkt direkt wie echt die Mutter dankte ihm sie wollte keinen solchen Pelz kaufen daraufhin gingen sie weiter von da an dachte das Zwieselchen wieder sehr viel an das kleine Mädchen das jeden Tag in den Zoo durfte und als es bei den Puppenstuben und Puppenküchen vorüber kam da sagte es wenn das kleine Mädchen doch hier wäre die würde aber gucken und ich möchte ihr ja so gern alle die Puppensachen schenken wie es beim Fotografen ist das wusste es schon von früher her erst erzählte er einem immer aus einem Kasten käme ein Vogel herausgeflogen aber man konnte hingucken so wie man wollte er war immer schon weg und diesmal nahm sich das Zwieselchen vor es wollte ganz genau aufpassen um den Vogel aber mal wirklich zu sehen der Fotograf sagte dann noch es sollte an Weihnachten denken das tat es natürlich sehr gern es dachte auch an den riesen Weihnachtsbaum und an den riesen Weihnachtsmann und an den weichen roten Affen mit der Brille und plötzlich war der Vogel weg und es hatte ihn wieder nicht zu sehen bekommen als sie aus dem Fotografenzimmer herauskamen sagte das Zwieselchen ich muss aber doch den Vogel sehen komm er soll mich gleich noch einmal fotografieren die Mutter wollte das nicht aber das Bild ist doch für den Vater zu Weihnachten und die Großeltern und die Tante Marlene sollen doch auch noch Bilder von mir bekommen das hast du doch selbst gesagt dann muss ich doch noch zweimal fotografiert werden nun erklärte ihm die Mutter ein geschickter Fotograf könnte viele Bilder machen wenn er auch nur einmal fotografiert hätte auf was für Kunststücke sich so ein Fotograf doch versteht aber später will ich den Vogel doch noch sehen dachte es ich möchte auch wissen ob es ein Sperling ist oder eine Taube oder eine Krähe vielleicht ist es ein Kanarienvogel oder ein Papagei in einem Zimmer gab es Gartengeräte Schaufeln und Harken und Blumenkübel und dazwischen stand ein wirklicher richtiger Zwerg mit einer roten Zipfelmütze und einem weißen Bart das Zwieselchen hatte so viel von Zwergen gehört und so viele Zwerge in seinen Bilderbüchern gesehen daß es sich furchtbar freute endlich einem richtigen Zwerg zu begegnen es wollte unbedingt auch mit ihm sprechen und rief ihn an Zwerg! Zwerg! er antwortet mir ja gar nicht Mutter warum will er denn nicht mit mir sprechen ja der versteht doch nur Zwergisch zwei junge Damen mit Brillen kamen vorüber und die eine zeigte auf den Zwerg und sagte zu anderen ja das ist Kitsch aus der alten Zeit ach ja dachte das Zwieselchen natürlich wird er aus der alten Zeit sein darum ist ja auch sein Bart so weiß dann freute es sich darüber daß es nun auch den Namen des Zwerges erfahren hatte es ging noch einmal zu ihm und flüsterte ihm ins Ohr Kitsch! Kitsch! lieber guter Kitsch! aber wahrscheinlich hatte der Zwerg in der Zwergensprache doch noch einen anderen Namen denn er gab auch dieses Mal keine Antwort endlich saßen sie im Erfrischungsraum auf den es sich so sehr gefreut hatte der Erfrischungsraum war aber auch wirklich zum Freuen eigentlich war es eine ganze Reihe von Räumen und in allen standen kleine Tischchen und alles was es gab Sahne, Baiser und Windbeutel und Pfannkuchen und Hörnchen und Cremeschnitten und Torte das war in Schränken mit gläsernen Scheiben längs der Wände aufgebaut hinter den Schränken standen die Verkäuferinnen und gaben jedem was er wollte manche Menschen wollten nun Würstchen mit Kartoffelsalat oder Käse und Schinkenbrötchen aber so etwas konnte man doch auch zu Hause haben das Zwieselchen sah sich alles sehr genau an um auch gewiß das Allerschönste zu bekommen denn die Mutter hatte ihm gesagt es dürfe sich aussuchen was ihm am besten gefiele das war nun sehr schwer denn viele Dinge sahen wirklich ganz ebenso schön aus und schließlich wollte es ein Stück Cremetorte mit Schlagsahne denn dabei war ja Creme wie bei den Cremeschnitten und Schlagsahne wie bei den Sahnebisets und außerdem noch Torte und dann war so ein Tortenstück auch noch größer als die anderen Kuchen also bekam es das Tortenstück mit Schlagsahne und durfte es selbst an den Platz tragen der ihm am besten gefiel da war ein Tischchen am Fenster von dem aus man alle die Menschen herumlaufen und Plätze suchen und essen und trinken sah die Mutter hatte sich eine Tasse Kaffee und zwei Pfandkuchen genommen und als das Zwieselchen mit der Torte fertig war da bekam es noch die Hälfte von dem einen Pfandkuchen ab und weil es so durstig und heiß war holte die Mutter ihm noch ein Glas kalten süßen Himbeersaft so sehr es ihm aber auch im Erfrischungsraum behagte und so stolz es war dass es nun Bibis Geheimnis wußte als sie mit Essen und Trinken fertig waren da mußten sie doch aufstehen und weitergehen weil es ja noch vieles vieles gab was sie sehen wollten denn so unglaublich groß ist so ein Warenhaus dass es immer Neues zu sehen gibt und dass man viele Stunden dort herumlaufen kann ohne bei allen Sachen gewesen zu sein das Zwieselchen das schon etwas müde geworden war fühlte sich jetzt als sie aus dem Erfrischungsraum kamen wieder recht munter da ist ja Musik ich höre es ganz deutlich meine Dame meine Dame komm rasch mit zur Musik bei der Musik war ein großes Gedränge denn alle Menschen wollten gern hören wie das Fräulein am Klavier Stille Nacht Heilige Nacht spielte nicht weit davon zeigten die Verkäuferinnen und Verkäufer den Leuten ihre Trompeten und Pfeifen und Klappern und Schellen und machten ihnen vor was für einen prachtvollen Lärm die abgeben konnten dabei hörte man von der Spielwarenabteilung das Rasseln der aufgezogenen Eisenbahn das Zwieselchen hatte erst Stille Nacht Heilige Nacht mitsingen wollen das konnte es nämlich schon aber es kam immer so viel andere Musik dazwischen dass es schließlich die Klaviermelodie gar nicht mehr recht verstehen konnte so hört es ihm ganz still und ganz glücklich zu und dachte es hätte in seinem ganzen Leben wohl noch nie eine so laute und schöne und durcheinander Musik gehört dabei ließ es die Hand der Mutter im Gedränge los und ging noch ein wenig näher an die Musik heran um zu hören ob nicht vielleicht ein bekanntes Lied zum Mitsingen an die Reihe käme der Verkäufer nickte dem Zwieselchen zu und fragte »Na Kleiner, wem gehörst du denn?« »Meiner Mutter«, antwortete das Zwieselchen stolz und machte kehrt um wieder zu seiner Mutter zu gehen aber das war nun komisch es hatte bestimmt geglaubt die Mutter müsste ganz nah von ihm sein etwa beim Klavier aber nun waren da plötzlich mehrere Klaviere auf denen gespielt wurde da wußte es denn gar nicht mehr bei welchem Klavier die Mutter war es ging zu dem einen aber da war die Mutter nicht und es ging zu einem anderen aber da war sie auch nicht nun wollte es zu einem dritten gehen aber da kamen gerade so viele Menschen her dass ihm der Weg versperrt war die Menschen gingen so schnell und so dicht nebeneinander dass das Zwieselchen ganz von selbst umgedreht wurde und einfach mit ihnen gehen musste es war so wie ein kleines Holzstückchen das in einen Bach gefallen ist und nun auch nicht zurück oder ans Ufer kann sondern einfach mitschwimmen muss wohin der Bach fließt endlich konnte das Zwieselchen aber doch in einen Seitengang entwischen und nun blieb es stehen und dachte nach es wollte seine Mutter wiederfinden und meinte es würde jetzt einfach so lange im wahren Haus herumgehen bis es sie gefunden hätte sicher konnte man dabei auch noch vieles hübsche zu sehen bekommen ich habe ja gar keine Angst dachte es ich bin ja auch nicht mehr so klein wie vor meinem Geburtstag da hätte ich vielleicht noch Angst gehabt aber jetzt habe ich ganz bestimmt keine es spazierte also umher betrachtete dies und das und schaute sich vor allen Dingen unter den Menschen um glaubte es eine Frau zu sehen die einen ähnlichen Hut oder Mantel trug wie die Mutter dann eilte es ihr nach bis sie eingeholt war aber leider war es immer eine Fremde dieses Suchen war recht mühsam denn es gab ja so furchtbar viele Menschen hier und außer den gewöhnlichen Menschen war noch eine ganz besondere Art von Menschen da meistens begegnete man ihnen dort wo es Kleider Anzüge und Mantel zu kaufen gab sie standen unbeweglich da aber wenn man sie längere Zeit genau ansah dann war es als fingen sie an sich ein ganz klein wenig zu bewegen aber das sah wohl nur so aus meistens waren es Damen doch gab es darunter auch Männer ja sogar Kinder eine von diesen Damen sah der Mutter ähnlich und das Zwieselchen meinte schon sie wäre es darum drängte es sich zu ihr trief Mutter aber sie antwortete nicht und bewegte sich auch nicht sondern hielt die Hand nur immer auf die gleiche sonderbare Weise ausgestreckt so dass es ihm ein bisschen unheimlich wurde diese Damen hatten lauter neue Sachen an bunte Kleider und Pelze und blitzende Halsketten und Armbänder viele von ihnen standen in großen Gläsern in Kästen drin so dass man gar nicht ganz nah an sie herankommen konnte manche waren so blass wie Mehl oder so grau wie Marzipan das man zu lange in der Hand gehalten hat bevor man es in den Mund steckte aber ganz rote Lippen hatten sie alle einige hatten gar nicht die Farbe von Menschen sondern waren golden das gefiel dem Zwieselchen wieder sehr gut denn es wußte ja aus seinen Bilderbüchern dass nicht alle Menschen dieselbe Farbe haben sondern dass es auch schwarze braune rote und gelbe Menschen gibt da freute es sich dass es auch die goldenen einmal zu sehen bekommen hatte das Zwieselchen sah sich diese Goldmenschen recht lange an aber weil sie so steif dastanden und nie ein Wort sagten so wurden sie ihm zuletzt langweilig da waren denn schon die anderen Menschen besser die Ski oder Rodelanzüge an hatten und so dastanden als wollten sie gleich einen Abhang hinuntersausen so etwas hatte es oft im Walde oder in den Anlagen oder an der Sprungschanze bei Onkel Toms Hütte gesehen und auf das Rodeln verstand es sich schon selbst sie hatten alle lustige Gesichter und sehr rote Backen und etwas wie Schnee gab es auch es glitzerte weiß silbern und bläulich fühlte sich aber gar nicht kalt an und war überhaupt kein richtiger Schnee alle diese Menschen waren ja aber auch keine ganz richtigen Menschen und auch von den vielen richtigen Menschen wollte das Zwieselchen niemand anders mehr haben als seine Mutter darum lief es jetzt schnell von einem Raum in den anderen und sah nur noch die Menschen an ohne sich um die Sachen zu kümmern aber die Mutter war nicht zu finden das Zwieselchen fing schon an traurig zu werden aber es war so tapfer dass es nicht weinte sondern ruhig weiter suchte und dabei auch mit dem Aufzug und der Rolltreppe fuhr doch so viel Spaß wie vorhin machte ihm das nicht mehr als es in die Süßigkeitsabteilung kam da wurde es auch wieder ein bisschen vergnügt denn hier roch es so gut und es gab ganze Herden von Marzipan, Schweinen und tausend Schokoladenweihnachtsmänner in allen Größen und Rotkäppchens mit Wölfen auf den Ladentischen standen große viereckige Glasbehälter einer dicht neben dem anderen darin waren Brezeln und russisches Brot und Plätzchen und Pfefferkuchen mit Schokoladenguss und mit Zuckerguß und mit überhaupt keinem Guß runde und eckige und herzförmige und halbmondförmige und unförmige und die Verkaufsdamen durften nach Herzenslust mit kleinen Zangen hineinfahren oder mit kleinen Schaufeln drin herum wühlen und alle die guten Sachen in ihre Tüten schaufeln das Zwieselchen sah sich das ein Weilchen an dann fiel ihm aber wieder die Mutter ein und nun machte es sich von neuem auf die Suche dabei hatte es ein sehr merkwürdiges Erlebnis aber davon erzähle ich euch später sonst wird es zu spät bis ihr heute in die Betten kommt das Zwieselchen gelangte in eine Ecke in der es ziemlich leer war es gab hier auch nichts besonderes anzugucken weil auf den Tischen nur Stoffe und Tuchballen lagen aber es dachte hier habe ich noch gar nicht gesucht dann muss ich doch einmal nachsehen ob die Mutter nicht hier ist die Mutter war nicht da aber man konnte von hier aus in viele andere Räume hineinschauen dann setzte es sich auf einen Stuhl der zwischen einem Tisch und der Wand aufgestellt war so konnte es gerade noch ein wenig über einen der Stoffballen hinüber gucken und vielleicht die Mutter vorbeikommen sehen es guckte und guckte aber die Mutter kam nicht vorbei und gar in diese abgelegene Ecke kam niemand wirklich niemand doch jemand kam es kam nämlich ganz leise und vorsichtig eine Frau heran die sich sehr schnell nach allen Seiten umschaute dazwischen strich sie im vorübergehen mit der Hand flink über einen Stoff als ob sie herausbekommen wollte wie er sich anfühlte sie blieb ganz nah vom Zwieselchen stehen und schaute sich wieder um aber sie sah es nicht weil es ja noch klein war und hinter einem Stoffballen hockte und hören konnte sie es auch nicht weil es sich mäuschenstill verhielt die Frau lehnte sich gegen den Tisch beugte sich ein wenig vor und plötzlich war ein großes Stück Stoff gar nicht mehr da das Zwieselchen wunderte sich sehr denn eben hatte der Stoff doch noch auf dem Tisch gelegen wo war er hingeraten hatte die Frau ihn weggenommen das durfte sie doch nicht denn sie war ja keine Verkäuferin das konnte man doch gleich daran merken daß sie einen Hut und Mantel anhatte und was für einen Mantel eigentlich war es gar kein richtiger Mantel sondern ein sehr weiter und loser Umhang so ähnlich wie das grau-schwarze Lodenkeb das der Bibi bei Regenwetter trug gleich darauf war wieder ein großes Stück Stoff vom Tisch verschwunden diesmal aber hatte es ganz deutlich gesehen wie die Frau es genommen und unter ihren Umhang gesteckt hatte Zwieselchen sprang rasch vom Stuhl herunter und lief auf die Frau zu die Frau zuckte zusammen als sie das Geräusch hörte und sah ein bisschen erschrocken aus du du darfst doch hier nichts wegnehmen pssst sagte die Frau störe mich nicht du siehst doch daß ich hier zu tun habe dabei sah sie sich rasch um und packte wieder ein Stück Stoff unter ihren Mantel nein nein das gehört ihr bestimmt nicht meine Mutter hat gesagt es ist sehr schlimm wenn man etwas wegnimmt das einem nicht gehört es kann doch sein dass der Weihnachtsmann dir gerade diesen Stoff bringen will denke nur wie schlimm wenn er ihn dann nicht mehr hier findet so sprich doch nicht so laut was sollen denn die Leute denken sagte die Frau unfreundlich und packte weiter ich gehöre doch zum Warenhaus nein das ist nicht wahr du hast ja einen Hut und einen Mantel an du musst alles gleich wieder zurücklegen was du genommen hast ach was jetzt steh mir nicht mehr im Wege du dummer Junge sonst stecke ich dich unter meinen Mantel und nehme dich mit die Frau hatte jetzt genug Stoff unter ihren Mantel genommen und wollte machen daß sie weg kam aber das Zwieselchen stellte sich vor sie und sagte du hast ja gestohlen lege gleich wieder alles zurück sonst rufe ich so laut daß Herr Wertheim es hört damit wollte es sie am Mantel packen die Frau machte sich los und gab dem Zwieselchen einen Schubs dabei verlor sie aber einen Stoffballen und das Zwieselchen schrie ganz laut so laut es konnte und als sie den Stoff wieder aufheben wollte da fiel ihr noch ein anderer Stoff unter dem Mantel heraus jetzt wollte die Frau den hingefallenen Stoff gar nicht mehr aufheben sondern nur so schnell wie möglich davonlaufen aber da hörte man Schritte und da kam rasch ein feiner Herr dazu mit einem Schnurrbart unter der Nase einem Bleistift hinter dem Ohr das Zwieselchen wollte gleich zu ihm und ihm alles erzählen aber als der Herr den Stoff am Boden liegen und die Frau davonlaufen sah da wusste er gleich alles von selbst rannte der Frau nach und packte sie am Arm so so sagte er na da haben wir es ja damit schlug er ihren Umhang zurück und da sah man einen großen Ballen Kleiderstoff den sie sich unter den linken Arm geklemmt hatte außerdem sah man noch einen Gürtel an dem hingen mehrere große Ledertaschen und Netzbeutel und in denen war auch lauter Stoff drin inzwischen war das Zwieselchen den beiden nachgelaufen und stand jetzt neben ihnen und erzählte dem Herrn sehr eifrig wie es gewesen war ich habe ihr gleich gesagt das gehört doch nicht ihr und sie soll alles wieder zurücklegen sonst schreie ich so laut dass es der Herr Wertheim hört aber sie wollte es nicht zurücklegen und da habe ich geschrien ja und geschubst hat sie mich auch noch der Herr der die Frau noch am Arm festhielt sah das Zwieselchen freundlich an und sagte na siehst du mein Junge das hast du brav gemacht du bist ein tüchtiger kleiner Mann warte nur hier auf mich ich muss bloß die Frau wegbringen dann komme ich wieder und dann kriegst du zur Belohnung auch was schönes geschenkt ja ich will hier warten aber nachher muss ich wieder gehen und meine Mutter suchen ach da bist du wohl der Junge den seine Mutter schon sehr sucht na warte nur hier auf mich nachher bringe ich dich auch zu deiner Mutter das Zwieselchen blieb zurück und war sehr stolz weil der Herr gesagt hatte es wäre ein tüchtiger kleiner Mann und dann freut es sich auch so sehr weil es etwas geschenkt kriegen sollte und weil der Herr es zur Mutter zurückbringen wollte aber es war doch ein bisschen langweilig hier zu warten wo es gar nichts zu sehen gab außer den Stoffen es dauerte auch schon so lange und der Herr war immer noch nicht wieder da vielleicht dauerte es in Wirklichkeit gar nicht einmal so lange aber es kam ihm jedenfalls zuvor und er wurde ihm auch ein bisschen ängstlich zumute weil es hier so still und einsam war nein dachte das Zwieselchen ich mag hier nicht länger warten ich will lieber ein bisschen zu den Spielsachen gehen nur ein ganz kleines bisschen ich komme gleich wieder und bis der Herr zurück ist bin ich auch längst wieder da es fand richtig zu den Spielsachen einmal wußte es nicht weiter da fragte es einen anderen Jungen und der sagte geradeaus und dann rechts bald darauf saß auch schon ein Tisch der war ganz voller Stehaufmännchen dicker Kerle in blauen Kitteln mit spitzen roten Mützen und weißen Gesichtern eine Verkäuferin zeigte gerade wie sie immer mit einem komischen Ruck wieder aufstanden wenn man sie hinlegte oder hinwarf dann kamen die Baukästen aus denen ganze Häuser aufgebaut waren dann die Roller und dann die Indianersachen bunte Federn die man sich auf den Kopf setzen konnte und Beile und Schilde das Zwieselchen sah sich die Indianersachen an und dachte es wollte später auch einmal ein Indianer werden darauf ging es zu den Schwimmtieren den Fröschen Fischen Schildkröten und Enten jetzt darf ich nicht mehr viel weiter gehen sonst komme ich nicht mehr rechtzeitig zurück kriege mein Geschenk nicht und werde auch nicht zur Mutter gebracht schon wollte es umkehren aber hinter den Schwimmtieren fingen gleich die Stofftiere an die mußte es rasch noch einmal anschauen dann wollte es aber ganz bestimmt umkehren es gab viele Tiere die das Zwieselchen vorhin als es mit der Mutter da gewesen war gar nicht so recht gesehen hatte aber den weichen roten Affen mit der Brille auf der Nase und der gelben Halsschleife erkannte es gleich wieder und nickte ihm zu wie einem guten alten Bekannten vielleicht kriege ich den von dem Herrn geschenkt weil ich ihn doch vorhin gleich wieder zurückgelegt habe oder der Weihnachtsmann bringt mir so einen Affen es waren sehr viele Tiere da und die waren viel bunter als die im zoologischen Garten rote Katzen und grüne Bären und lila Löwen aber am schönsten waren zwei gelbe Affen die ebenso groß waren wie das Zwieseltier der eine von ihnen ritt auf einem Schaukelpferd und der andere hatte eine Mütze auf und saß wie ein richtiger Chauffeur in einem kleinen roten Auto ja da hätte es sich gern hineingesetzt und hätte sich von dem gelben Affen spazieren fahren lassen jetzt kehre ich aber ganz bestimmt um dachte es doch gerade in diesem Augenblick kamen zwei Kinder vorbeigelaufen ein Junge und ein Mädchen und der Junge sagte zu dem Mädchen was der Eisenbahn hast du dir noch nicht angekickt Mensch ich sage dir komm an mit und schon waren sie vorüber das Zwieselchen lief hinter ihn her und dachte ganz ganz fix sehe ich mir nur noch die Eisenbahn an dann kehre ich aber wirklich um ganz wirklich was es nun zu sehen bekam das war nicht bloß eine einfache Eisenbahn wie ihr vielleicht gedacht habt sondern ein großes großes Stück Land auf einem großen großen Tisch es standen sehr viele Leute herum Kinder und große Menschen aber das Zwieselchen schlüpfte zwischen ihnen durch bis ganz dicht heran so dass es alles genau sehen konnte neben dem Tisch stand ein junger Mann der über die Eisenbahn zu bestimmen hatte der knipste die Lichter an und ließ die Eisenbahn fahren und wenn irgend etwas umgefallen war dann stellte er es wieder auf vorne war das Land flach aber weiter nach hinten gab es hohe Berge auf denen standen Tannen und zwischen den Tannen kletterten Ziegen herum die Schienen von der Eisenbahn führten von der einen Seite durch eine große dunkle Höhle in den Berg hinein und auf der anderen Seite wieder heraus so dass der Zug durch einen Tunnel fahren konnte vorne war ein Bahnhof ein großes gelbes Haus elektrisch beleuchtet ebenso wie das kleine Wärterhäuschen vor dem ein Eisenbahner mit einer roten Fahne stand neben dem Bahnhof gab es einen Garten darin waren viele grüne Bäume aufgestellt und auch Tische an denen Menschen saßen und Bier tranken wenn der Zug aus dem Berg heraus fuhr und auf den Bahnhof zug kam dann glühten rote und grüne Laternen auf einmal stieß eins von den Kindern aus Versehen ein wenig gegen den Tisch da fiel eine Tanne vom Berg herunter auf die Schienen gerade als der Zug aus dem Tunnel kommen sollte der junge Mann wollte die Tanne rasch wegnehmen aber es war schon zu spät der Zug fuhr dagegen die Lokomotive kippte gleich um und aus dem vorderen Wagen fielen ein paar Reisende heraus das war nämlich der einzige Wagen in welchem Menschen saßen bei den anderen waren sie bloß aufgemalt einer der einen grünen Hut auf hatte zerbrach sich den Arm und alle Kinder schrien ach das Zwieselchen schrie auch ach weil es so erschrocken war manche Menschen gingen weg das Zwieselchen ging auch weg und wollte schnell schnell zu dem Herrn laufen der den Schnurrbart unter der Nase und den Bleistift hinter dem Ohr hatte das Zwieselchen beeilte sich sehr um nicht zu spät zu kommen plötzlich aber blieb es stehen denn es hatte gemerkt dass es in eine ganz fremde Gegend geraten war es standen hier Möbel herum Betten und Tische und Stühle und Schränke und an den Wänden hingen Bilder es ging weiter und weiter es kam zu weiß gestrichenen Küchenmöbeln und wusste genau dass das nicht der richtige Weg sein konnte das Zwieselchen wurde ängstlich und aufgeregt und dachte vielleicht wartet der Herr schon lange auf mich und wenn ich nicht komme dann geht er wieder weg bei diesem Gedanken erschrak es so sehr dass ihm beinahe die Tränen kamen es machte rasch kehrt und rannte zurück aber es musste wohl in eine falsche Richtung gerannt sein denn von den weißen Küchenmöbeln kam es diesmal gar nicht zu den anderen Möbeln sondern in einen sehr langen Gang an dem lauter abgeteilte kleine Zimmer lagen das Zwieselchen blieb stehen das Herz klopfte ihm von dem schnellen Laufen es war ihm unerträglich heiß geworden in seinem dicken Winteranzug und die Füße taten ihm weh von dem vielen vielen herumwandern es war so müde und so bange und so traurig dass es am liebsten gar nicht mehr bei Wertheim gewesen wäre sondern zu Hause und die Mutter müsste es zu Bett bringen ganz schnell zu Bett bringen ohne Abendbrot und ohne Waschen und ohne alles die Augen wollten ihm schon zufallen aber es riss sie mühsam wieder auf hinten am Ende des langen Ganges fing wieder ein großer heller Saal an doch das Zwieselchen wollte schon gar nicht mehr wissen was dort wohl für Sachen sein mochten es wollte überhaupt nichts mehr ansehen es wollte schlafen und sonst nichts auf der Welt die Zimmer hatten nach dem Gang zu keine Wände sie waren ganz anders als alle übrigen Zimmer im Warenhaus verkauft wurden ihnen gar nichts sie waren bloß eingerichtet es waren auch keine Menschen darin nicht einmal Verkäufer oder Verkäuferinnen und wahrscheinlich sollte man auch gar nicht hineingehen denn vor jedem hing eine dicke grüne geflochtene Schnur aber diese Schnur sollte wohl nur bedeuten daß keine großen Leute hinein durften Kinder durften gewiss hinein denn die Schnur hing ja so hoch daß sie bequem unter ihr durchgehen konnten und so schlüpfte denn das arme kleine müde Zwieselchen in eins von diesen Zimmern hinein dies Zimmer war nicht sehr hell denn es brannte nur eine einzige Stehlampe auf dem runden Tisch mit der Spitzendecke hinten in der Ecke aber neben dem Schrank war es fast ganz dunkel und hier stand ein großer weicher Sessel mit rotbraunem Leder bezogen in diesen Sessel kuschelte sich das Zwieselchen als das Zwieselchen die Augen zugemacht hatte da glaubte es immer noch wimmelnde Menschen zu sehen und Spielzeug und lauter bunte flimmernde Sachen aber das alles war jetzt noch viel bunter und glitzernder und huschte viel schneller an ihm vorbei als vorhin und dazu hörte es immer noch Stimmen gesungen und trappelnde Schritte und Musik und rasseln und klappern es wurde ihm ganz schwindelig und es wollte die Augen wieder aufmachen und wollte aufspringen und fortlaufen aber es brachte es nicht fertig weil es doch so müde war und dann wurde alles still und dunkel und es sah und hörte gar nichts mehr ihr wisst schon es wird gleich träumen eine Weile später stand das Zwieselchen wieder in dem langen Gang es wußte selbst nicht wie es aus dem Sessel und dem Zimmer herausgekommen war aber herausgekommen war es sonst hätte es ja nicht in dem Gang stehen können und nun wanderte es von neuem durch die großen Seele aber hier sah alles anders aus als vorher die Räume kamen ihm jetzt viel größer und höher vor und man konnte gar nicht sehen wo sie eigentlich zu Ende waren Musik hörte man nicht mehr und es war überhaupt stiller geworden obwohl doch noch sehr viele Menschen herumgingen aber es waren nicht mehr dieselben Menschen von vorhin sondern jetzt spazierten die goldenen Menschen und die aus den Glaskästen die mit den blassen Mehl und Marzipan Gesichtern und den knallroten Lippen durch die Säle und sahen sich alles an sagten aber kein Wort sehr merkwürdig sah es aus wie die Frauen mit den goldenen Garderobenständer Füßen herumtrampelten die wackelten nämlich hin und her wie Schränke die beim Großreinemachen gerückt werden und das gab einige Lärm aber sie kamen doch erstaunlich schnell vorwärts am flingsten kamen indessen die vom Fleck die nur aus Beinen mit dünnen feinen Strümpfen bestanden die sausten rascher als ein Auto aber die gewöhnlichen Menschen standen alle in den Glaskästen und dort stand auch der feine Herr mit dem Schlurrbart unter der Nase und dem Bleistift hinter dem Ohr da darum habe ich vorhin auch umsonst auf ihn gewartet er kann ja nicht aus seinem Glaskasten heraus das Zwieselchen klopfte an die Glaswand weil es mit dem Herrn reden und ihn nach dem versprochenen Geschenk fragen wollte aber der Herr hörte das wohl gar nicht denn er stand stocksteif und mäuschenstill da und machte keine Bewegung das Zwieselchen ging weiter und sah nun dass die Tiere überall hinter den Ladentischen standen und verkauften das kam ihm alles ein bisschen sonderbar vor aber doch nicht sehr sonderbar denn man konnte ja sehen dass es auch so ging nach der Mutter schaute es sich gar nicht mehr um es hatte ganz vergessen dass es die Mutter hatte suchen wollen und es war ja überhaupt alles anders geworden sonderbar und unheimlich und auch ein bisschen öde und darum dachte sich das Zwieselchen ich möchte mal gern woanders hin irgendwo hin wo ich in meinem ganzen Leben noch nie 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 gewesen bin das Zwieselchen kam gerade am Aufzug vorbei und der Aufzug hielt und die Tür wurde aufgemacht wer machte aber die Tür auf niemand anders als der weiche rote Affe mit der gelben Halsschleife und mit der Brille auf der Nase und er hatte sich den Anzug von Herrn Wertheims jüngerem Bruder angezogen die gelbe Halsschleife passte besonders gut zu den gelben Besetzen und zu den goldenen Knöpfen an dem braunen Rock das Zwieselchen trat ein und nun fuhr der Aufzug nach unten als er hielt machte der Affe wieder die Tür auf und rief er hat geschafft alles aussteigen die Herrschaften die in den Wintergarten wollen müssen sich ein bisschen beeilen der Dampfer fährt gleich ab das Zwieselchen lief so schnell es konnte in den Wintergarten wo das Wasserbecken mit dem Springbrunnen und den Goldfischen gewesen war dies Wasserbecken war auch jetzt noch da aber es war so groß geworden wie ein richtiges Meer so daß man von einem Ufer gar nicht bis zum anderen sehen konnte die Decke war so hoch geworden wie der Himmel und es hing auch keine elektrische Lampe mehr da sondern stattdessen schien von oben die Sonne herunter am Ufer lag das schöne große Dampfschiff das oben schneeweiß war und unten rot und schwarz aus den beiden Schornsteinen kam schon Rauch heraus und es wurde getutet und gepfiffen das Zwieselchen stieg schnell die Schiffstreppe hinauf und kaum war es oben da fing der Dampfer auch schon an zu fahren ich erzähle euch wie Zwieselchen nun in seinem Traum über das Meer fuhr von wilden Tieren verfolgt und von Hannelore gerettet wurde das war nun herrlich bei dem schönen Wetter über das große blaue Meer zu fahren und den riesigen Goldfischen zuzusehen die dazwischen ihre Köpfe aus dem Wasser steckten oder es kamen große Schwärme von weißen Möwen angeflogen und setzten sich auf das Verdeck mit den vielen weißen Booten dann fütterte das Zwieselchen sie mit Brotstückchen die sie mit den Schnäbeln aus der Luft fingen wenn es aber den großen Goldfischen Brot geben wollte dann warf es das Brot so schnell dass die Möwen es den Goldfischen nicht wegfangen konnten das Brot für die Möwen und Goldfische und alles übrige Essen Frühstück Mittag Nachmittags Kakao und Abendbrot bekam das Zwieselchen immer von den Matrosen die sehr freundlich waren sie zeigten ihm auch ein kleines Zimmerchen im Schiff dort gab es in einer Ecke hinter dem Schrank einen großen weichen rotbraunen Sessel in dem durfte es bei Nacht schlafen aber sprechen konnte es mit den Matrosen gar nicht denn sie hatten eine andere Sprache die das Zwieselchen nicht verstand aber sie lachten mit ihm und gaben ihm die Hand und nickten und schüttelten die Köpfe und machten allerlei Zeichen und Bewegungen mit den Fingern das Zwieselchen machte es ebenso und so konnte es sich mit ihnen ganz gut verständigen es durfte auch auf dem ganzen Schiff herumlaufen und herumklettern bis hoch oben in die Mastkörbe oder sich in die sechsunddreißig kleinen weißen Boote setzen und schaukeln so verging ihm die Zeit sehr schnell und allmählich merkte es dass die Sonne immer weniger Licht und Wärme gab und immer früher unterging es zog sich nun wieder seine dicken Wintersachen an das Meer war nicht mehr so schön blau wie früher sondern seine Farbe wurde immer grauer die Möwen und Goldfische zeigten sich immer seltener und schließlich blieben sie ganz weg und kurz das Zwieselchen merkte dass das Schiff nach einem sehr kalten Winterlande fuhr es versuchte die Matrosen zu fragen was für ein Land das sein würde aber sie verstanden das nicht und schüttelten bloß die Köpfe das Zwieselchen war nun doch ein wenig besorgt an manchen Tagen war der Nebel so dicht dass man nicht über das Schiff hinaus sehen konnte wenn er sich ein wenig verzog dann sah das Zwieselchen große grauweiße Eisschollen schwimmen oft schneite es so dass das Schiff oben noch weißer aussah als sonst das Schiff fuhr immer langsamer aus den Schornsteinen kam immer weniger Rauch und die Matrosen schliefen fast den ganzen Tag eines Morgens stand der Dampfer still und rundherum war lauter festes Eis die Sonne ging ganz rot auf der Nebel verzog sich und nun sah das Zwieselchen die große Eisfläche und ganz in der Ferne waren hohe weiße Berge mit dunklen Tannenwäldern da mochte es nicht länger auf dem eingefrorenen Schiff bleiben steckte sich ein paar Butterbrote ein die es sich vom Abendbrot aufgehoben hatte und kletterte vom Schiff auf das Eis hinunter es marschierte immer auf die Berge mit den Tannenwäldern zu unterwegs freute es sich dass die Sonne so hell schien und das Eis und der Schnee so schön glitzerten um die Mittagszeit ruhte das Zwieselchen sich aus und aß seine Butterbrote das Schiff lag schon ganz weit hinter ihm und war kaum mehr zu erkennen aber die Berge mit den Tannen sah man jetzt sehr deutlich und dazu auch noch kleine dunkle Punkte die von den Bergen herunterrutschten außerdem sah das Zwieselchen jetzt noch einen größeren Punkt der aus der Berg und Waldgegend näher kam es gab sich Mühe diesen immer größer werdenden Punkt zu erkennen aber während es noch zu ihm hinspähte hört es hinter sich noch recht weit ein dumpfes Brummen und ein böses Bellen das Zwieselchen drehte sich um und erschrak furchtbar denn von rechts kam ein riesiger weißer Eisbär angetrottet und von links kamen zwei flinke graue Wölfe dem Zwieselchen blieb der letzte bisschen fast im Halse steckt es lief davon so schnell es konnte immer auf die Berge zu jetzt erkannt es auch was von dort her näher kam und so hell klingelte das war nämlich ein Schlitten der von Hirschen gezogen wurde der Schlitten fuhr sehr schnell aber die Wölfe und der Eisbär liefen auch sehr schnell sie hatten sich getroffen und rannten jetzt alle drei brummend und bellend hinter dem armen Zwieselchen her dem von dem raschen Lauf das Herz schon so arg klopfte dass es kaum noch Luft bekam die Tiere waren schon so nah wie von euch bis schräg über die Straße aber da war auch schon der Schlitten herangekommen und blieb mit einem Ruck stehen im Schlitten saß ein kleines Mädchen mit einem weißen Pelzmützchen und einem weißen Pelzmäntelchen und weißen Pelzhandschuhen das Mädchen schlug flink die Schlittendecke zurück und rief fix fix stark ein sie sollen dich nicht kriegen das Zwieselchen sprang vergnügt hinein das Mädchen knallte mit der Peitsche und der Schlitten machte kehrt Hirsche vor einem Schlitten sagte das Zwieselchen das sind keine Hirsche antwortete das Mädchen sie sehen nur so aus das sind Rentiere und nun pass einmal auf wie die rennen können die Rentiere konnten wirklich furchtbar schnell rennen der Eisbär und die Wölfe blieben immer mehr zurück das Zwieselchen bedankte sich bei dem Mädchen weil es von ihm mitgenommen und gerettet worden war dann sah sich das Mädchen genauer an denn es war ihm ja gleich so bekannt vorgekommen du rief es glücklich wir kennen uns doch schon wir sind ja zusammen in der Untergrundbahn gefahren weißt du nicht mehr ach sagte das Mädchen ich kann mich nicht recht erinnern ich bin früher so oft mit der Untergrundbahn gefahren aber das ist schon lange her ich heiße Hannelore und ich heiße Zwieselchen Hannelore lachte und meinte das wäre ein komischer Name aber er gefiele ihr doch als sie bei den Bergen ankamen sah das Zwieselchen das überall Kinder rodelten oder Ski liefen und das hatte nur von weitem wie Punkte aus gesehen sie kamen nun auf eine Straße die zwischen zwei Bergen durchführte bald sah es Häuser und hinter den Häusern eine riesige spiegelglatte Eisbahn hier wohne ich sagte Hannelore du kannst bei mir bleiben und wir wollen zusammen Skilaufen und Schlittschuh laufen und rodeln und Schlitten fahren nun wohnte das Zwieselchen mit der Hannelore und vielen anderen Kindern in einem schönen großen Haus gleich hinter der Eisbahn und in der Mitte war ein Erfrischungsraum da ging man hin wenn man Hunger hatte und durfte sich aussuchen was einem am besten gefiel die Krümel wurden aus dem Fenster gestreut dann kamen die Sperrlinge und Rotkehlchen und Meisen pickten sie auf und zwitterten dazu gleich neben der Haustür war eine große Kammer voll von Schlittschuhen und Schieren und Schlitten und hinter dem Haus war der Stall für die Rentiere zuerst waren die anderen Kinder nicht sehr freundlich was sagten sie du hast Zwieselchen wer so heißt der wird ausgelacht was ist denn überhaupt dein Papa fragte ein anderes Kind ich habe keinen Papa ich habe einen Vater und der schreibt Bücher es ist wohl ein Buchmacher fragte ein Mädchen und ein Junge sagte stolz mein Papa hat es gar nicht nötig sich seine Bücher selbst zu schreiben wenn er lesen will dann kann er sich alle Bücher aus der Buchhandlung schicken lassen außerdem haben wir zu Hause einen ganzen Schrank voll Bücher die sind alle noch wie neu und jetzt schrien sie alle zusammen Zwieselchen Zwieselchen und lachten das arme Zwieselchen aus da kam aber die Hannelore angelaufen stellte sich vor die Kinder und rief lasst das Zwieselchen zufrieden hinter ihm sind schon Eisbären und Wölfe hergelaufen und haben es beinahe aufgefressen es ist ganz weit und ganz lange über das Meer gefahren in einem Schiff so groß wie ihr noch keins gesehen habt da wurden die Kinder still und waren von jetzt an immer sehr freundlich zum Zwieselchen und es mußte ihnen oft von dem Eisbären und den Wölfen erzählen und von dem großen Schiff und den Möwen und den Goldfischen jeden Tag waren die Kinder draußen sie liefen Schlittschuhe auf der großen blanken Eisbahn und das Zwieselchen konnte bald Bogen und Achten laufen am liebsten lief es mit der Hannelore aber manchmal fassten sich auch vier oder acht oder zwanzig Kinder an und liefen in einer langen Reihe oder sie spielten Fangen und sausten wie der Wind auf der Eisbahn herum ebenso schön wie Schlittschuhe laufen war das Rodeln und das Fahren im Rentierschlitten und das Skilaufen wenn man mit den Skiern von der Sprungschanze hoch durch die Luft sauste dann war es wirklich als könnte man fliegen wie ein richtiger Vogel an anderen Tagen wurden die Rentiere vor die Schier gespannt und dann war es unglaublich schön so rasch über die stäubenden Schneefelder zu gleiten die in der Sonne funkelten viele von den anderen Kindern gingen schon zur Schule und eines Tages sagte Hannelore du ich gehe von morgen an auch zur Schule kommst du mit natürlich komme ich mit wenn du hingehst am nächsten Morgen gingen sie mit den anderen Kindern zur Schule na da seid ihr ja sagte der Lehrer setzt euch nur dort auf die Bank der Lehrer war sehr freundlich er sagte so schreibt man und so liest man und so rechnet man und die Kinder machten es ihm nach da hatten sie es denn bald auch gelernt es verging eine lange Zeit und es gab oft schlechtes Wetter die Sonne verkroch sich hinter dicken grauen Wolken es brauste und stürmte und war so furchtbar kalt daß man nicht aus dem Hause konnte riesige Schneeklumpen rollten donnernd von den Bergen blieben unten liegen und versperrten die Schlittenbahn der Schneesturm tobte so wild daß es für die Kinder sehr mühsam war den kurzen Weg von dem Haus zur Schule zu machen da dachte das Zwieselchen an den Frühling und wünschte sich der Winter möchte bald zu Ende sein die Hannelore und die übrigen Kinder wünschten sich das auch sie saßen am Ofen und sprachen davon wie lustig es sein würde wenn sie erst im Sonnenschein auf der grünen Wiese spielen könnten eines Nachts wachte das Zwieselchen auf und hörte draußen ein dumpfes Wind brausen und dann hörte es ganz deutlich noch etwas anderes nämlich große Tropfen die vom Dach herunter fielen da begriff es daß der Frühling kam die Sonne schien und Zwieselchen und Hannelore bauten noch rasch einen Schneemann aber es taute weiter der arme Schneemann sagte Hannelore aber das Zwieselchen war nicht traurig denn nun musste ja der Frühling anfangen eines Tages als die Schule zu Ende war sagte der Lehrer zu ihm ja jetzt hast du alles gelernt Zwieselchen jetzt bist du groß und brauchst nicht mehr in die Schule zu gehen damit schenkte er ihm eine Zigarre danke schön Herr Lehrer also dann bin ich ja jetzt groß auch die Hannelore war so groß geworden daß sie nicht mehr in die Schule zu gehen brauchte das Zwieselchen sagte zu ihr weißt du was meine Dame jetzt gehen wir zur Eisenbahn und fahren in den richtigen Frühling sie fuhren nun durch viele Länder und das Zwieselchen rauchte immer an seiner großen Zigarre aus den Fenstern sah man auf Gärten und Wälder und Flüsse und Seen und grüne Wiesen und Städte und Dörfer das Zwieselchen erklärte der Hannelore alles denn es wußte schon recht viel von der Welt wenn es auch früher nur selten von Hause weg gewesen war aber dafür kannte es ja den Atlas und die Bilder in seines Vaters Zimmer einmal hielt der Zug auf einer Station Hannelore guckte aus dem Fenster und rief du da steht ja ein Schokoladenautomat bleib du hier und halte unsere Plätze besetzt ich bin gleich wieder da ich will ein bisschen Schokolade holen damit wir unterwegs etwas zu essen haben gut mach aber schnell bis du wieder zurück bist bevor der Zug abfährt der Automat hatte sehr viele verschiedene Fächer und in jedem war eine andere Schokolade drin Nussschokolade und Cremeschokolade und Milchschokolade und Sahneschokolade und Kaffeeschokolade und Marzipanschokolade Hannelore blieb vor dem Automaten stehen und wußte nicht recht welche Schokolade am besten schmecken würde Hannelore mach schnell der Zug fährt gleich weiter rief das Zwieselchen aus dem Fenster aber in diesem Augenblick gab es einen Druck und der Zug fuhr ab Hannelore fing an zu weinen und rannte hinterher das Zwieselchen schrie und winkte aus dem Fenster und rief nach dem Zugführer er möchte doch anhalten aber der Zug hielt nicht an und bald war von der Station und von der Hannelore nichts mehr zu sehen das war nun schlimm daß das Zwieselchen von der Hannelore getrennt war denn wer sollte ihr jetzt die Länder erklären es war recht traurig darüber aber da half nichts der Zug fuhr immer schneller und kam bald in ein anderes Land endlich hielt er an und die Schaffner riefen Rom alles aussteigen da freute sich das Zwieselchen daß es in Rom war denn es wußte schon Bescheid das wußte auch zu welchem Lande Rom gehörte nämlich zu dem das ihm im Atlas immer so gut gefallen hatte weil es wie ein großer Stiefel aussah außerdem hing über des Vaters Schreibtisch ja ein großes graues Bild darauf war eine Kirche zu sehen mit einer runden Kuppel obendrauf und einem großen Platz davor das Zwieselchen erinnerte sich noch genau der Vater hatte gesagt die Stadt heißt Rom und das Bild hat der Piranesi gezeichnet und wenn du groß bist dann darfst du vielleicht auch einmal hinfahren nun war es ja groß und darum war es hingefahren würde sich nun die Kirche mit der Kuppel und dem Platz ansehen und vielleicht begegnete es auch dem Herrn Piranesi aber noch wichtiger war es doch die verlorengegange Hannelore wieder zu finden vielleicht würde das sehr schwer sein denn es wußte nicht einmal wie die Station mit dem Schokoladenautomaten hieß das Zwieselchen war recht hungrig geworden denn von der Schokolade aus dem Automaten hatte es ja nichts bekommen gleich neben dem Bahnhof gab es aber einen Laden wo man alles kaufen konnte was man essen wollte da war es nur gut das Zwieselchen sein Portemonnaie bei sich hatte mit dem blanken neuen Geld das Onkel Sebastian ihm zum Geburtstag geschenkt hatte also kaufte es sich Butterbrot und Obst und Kuchen und als es das Geld auf den Ladentisch legte da bekam es noch einen ganzen Haufen Geldstücke heraus und freute sich nun daß es sich davon immer mehr schöne Sachen würde kaufen können als es satt war ging es in die Stadt und kam bald zu dem großen Platz vor der Kirche mit der Kuppel an einer Ecke des Platzes saß ein Mann und zeichnete er hatte einen dreieckigen Hut auf dem Kopf Kniehosen und seitene Strümpfe und an den Schuhen hatte er große silberne Schnallen das Zwieselchen ging auf ihn zu nahm seine Mütze ab und sagte guten Tag du bist doch sicher der Herr Piranesi ja natürlich bin ich der antwortete der Mann und wer bist du denn nun erzählte es ihm von zu Hause und von dem Bild in Vaters Arbeitszimmer ich wußte schon gar nicht mehr wo das Bild geblieben sein könnte aber natürlich ich habe es ja deinem Vater gegeben Herr Piranesi war sehr freundlich und nahm das Zwieselchen mit in seine Wohnung da hingen Bilder an allen Wänden und auf den Tischen lagen auch noch Bilder gezeichnete und gemalte manchmal mit dem Tuschkasten und manche mit Buntstiften und Abziehbilder waren auch dabei die gefielen im Zwieselchen am besten da gab es was anzuschauen nun erzählte es dem Herrn Piranesi auch von Hannelore und fragte ihn ob er ihm nicht helfen könnte sie wiederzufinden das kann schon sein antwortete Herr Piranesi erzähle mir mal ganz genau wie sie aussieht sie hat braune Haare und braune Augen und einen roten Mund und ist beinahe ebenso groß wie ich im Winter hat sie ein weißes Pelz Mäntelchen und ein weißes Pelz Mützchen und weiße Pelz Handschuhe an gut dass ich das weiß meinte Herr Piranesi und fing gleich zu zeichnen an nach ein paar Minuten war er schon fertig und schob dem Zwieselchen das Blatt hin ist das ähnlich ja ja ganz genau so sieht sie aus nun pass mal auf jetzt lasse ich das Bild in die Zeitung drucken und dazu schreiben wer dieses Mädchen gesehen hat der soll mich anrufen und mir sagen wo sie ist dann fährst du zu mir hin und holst sie ab und ihr könnt zusammen weiterreisen wohin ihr mögt das Zwieselchen bedankte sich sehr froh und weil es müde von der langen Reise war durfte sich auf Herrn Piranesi so verlegen und schlafen es schlief sehr sehr lange und wachte erst am nächsten morgen ganz spät auf als Herrn Piranesis Telefon klingelte der Piranesi hatte schon den Hörer in der Hand nach Domodossela so so herzlichen Dank das Zwieselchen war mit beiden Beinen vom Sofa gesprungen siehst du sagt der Piranesi da hat ein freundlicher Eisenbahner das Bild in der Zeitung gesehen und mich gleich angerufen die Hannelore hat mit dem nächsten Zug hinterher fahren wollen und ist aus Versehen in den falschen Zug gestiegen mit dem fährt sie jetzt nach Domodossela nun mach dich schnell fertig und frühstücke rasch ich hole dir ein Auto das fährt dich nach Domodossela du musst dich aber eilen dass du noch vor ihr da bist sonst fährt sie womöglich wieder woanders hin na und ob das Zwieselchen sich beeilte mit dem Waschen hielt es sich nicht lange auf und in sein Frühstücksbrot hatte es gerade hineingebissen als unten vor dem Haus auch schon ein Auto tutete es rannte die Treppe hinunter das Brot in der Hand nur es konnte es schon unterwegs fertig essen was meint ihr wohl was da für ein Auto vor der Tür stand es war klein und rot und als Chauffeur saß ein gelber Affe drin der nahm die Mütze ab und knarrte einsteigen einsteigen meine Herr keine Zeit keine Zeit fahren weit fahren weit damit wirst du zur rechten Zeit kommen sagt der Piranesi das ist das schnellste Auto von Rom das fährt mit affenartiger Geschwindigkeit das Zwieselchen gab Herrn Piranesi die Hand bedankte sich und sagte auf Wiedersehen dann stieg es in den Wagen und der Chauffeur fuhr so schnell los dass ihm hören und sehen verging das Auto raste ohne ein einziges Mal anzuhalten bis es in Domodossela vor dem Bahnhof stand das Zwieselchen stieg aus und fragte den Affen wie viel die Fahrt kostete kostet nichts kostet nichts war mir eine Ehre knarrte der Affe nahm seine Chauffeur Mütze ab und legte die rechte Hand höflich aufs Herz dann machte er kehrt und das Auto schoss so schnell die Straße hinunter dass es gleich aus den Augen entschwunden war das Zwieselchen war so geschwind nach Domodossela gekommen dass von dem Zuge in welchem Hannelore saß noch gar nichts zu sehen oder zu hören war so hatte es denn Zeit sich ein wenig umzusehen der Bahnhof war ein großes gelbes Haus und daneben gab es einen Garten mit grünen Bäumen und Tischen und Bänken und da saßen Menschen und tranken Bier das Zwieselchen setzte sich auch hin und ließ sich ein Glas Bier bringen das schmeckte schön süß von seinem Platz aus konnte es weit sehen und musste es schon von weitem merken wenn der Zug kam dann wollte es auf den Bahnsteig gehen und die Hannelore abholen wird die sich aber freuen dachte es und freute sich auch vor dem Bahnhof waren die Gleise mit den Signalen und in der Nähe gab es auch ein Wärterhaus von dem ein Eisenbahner mit einer roten Fahne stand vorne war das Land ganz flach aber weiter nach hinten gab es hohe Berge auf denen standen Tannen und zwischen den Tannen kletterten Ziegen herum hier oben auf dem Berge blies ein furchtbar starker Wind und rötelte einen Tannen daß die dicken Stämme hin und her schwankten wie Grashalme die Schienen von der Eisenbahn führten von der einen Seite des Berges durch eine große dunkle Höhle in den Berg hinein und auf der anderen Seite wieder heraus so daß der Zug durch den Tunnel fahren musste bevor er auf der Station ankam das Zwieselchen betrachtete sich alles und sagte sich dann wenn ich sehe daß der Zug in den Berg hinein fährt dann laufe ich schnell zum Tunnelausgang und warte da bis der Zug herauskommt dann winke ich und dann weiß die Hannelore gleich daß ich da bin dann freut sie sich und ich laufe über die Wiese zum Bahnhof zurück und auf den Bahnsteig plötzlich hörte man es ganz weit weit pfeifen und dröhnen und rasseln und gleichzeitig gerieten alle Signale in Bewegung das Zwieselchen sprang auf und kletterte auf die Bank und richtig da saß auch schon in der Ferne den Zug weit darauf fuhr er in den Tunnel hinein und nun lief das Zwieselchen zum Tunnelausgang stellte sich nicht weit von den Schienen auf die Wiese und wartete der Zug donnerte und brauste aber zugleich brauste auch noch etwas anderes und das war der Sturmwind hoch oben auf dem Berge über dem Tunnel denn der heulende Sturm hatte eine große Tanne gepackt und bog sie herunter so daß ihre Wurzeln in die Höhe standen und nur noch ein paar ganz kleine Würzelchen sie im Boden festhielten das schnaubende Lokomotive war immer deutlicher zu hören gleich gleich mußte der Zug aus dem Tunnel herauskommen und als er gerade herauskam da hatte der Sturm der Tanne die letzten Wurzeln ausgerissen und sie stürzte mit lautem Gepolter vom Berg und fiel ganz nah vom Zwieselchen quer über die Schienen in diesem Augenblick kam der Zug das Zwieselchen schrie halt halt aber es war schon zu spät der Zug konnte nicht mehr anhalten und fuhr mit aller Wucht gegen die Riesentanne es gab einen furchtbaren Krach die Menschen im Zuge schrien laut auf dann kippte der Zug um er kippte auf die Seite Hannelore stürzte aus der Tür des umfallenden Zuges und das Zwieselchen fing sie in seinen Armen auf es hielt die Hannelore im Arm und sie sahen sich an und gaben sich einen Kuss Hannelore war noch ganz blass vor Schreck aber das Zwieselchen lachte und sagte es ist nur gut meine Dame dass ich dich wiedergefunden habe und damit stellte es die Hannelore auf die Erde Hannelore sagte ja liebes Zwieselchen das ist sehr gut und ich habe dir auch ein Stück von der Marzipan Schokolade aufgehoben da ist es sehr groß war das Stück ja nun nicht mehr aber das Zwieselchen freute sich doch von der Station kamen sehr viele Eisenbahner gerannt die halfen den Menschen aus dem Zuge heraus dann stellten die Eisenbahner auch den umgefallenen Zug wieder auf aber er war doch so kaputt dass er nicht weiter fahren konnte was wollen wir jetzt machen fragte Hannelore mit dem Zug können wir nicht weiterreisen wozu brauchen wir den Zug wir gehen über die Wiese in den Wald und gucken uns an wie die Welt dort aussieht sie ging also in den Wald wo sie viele süße Beeren aßen und bunte Blumen pflückten so merkten sie gar nicht dass sie immer tiefer in den Wald hinein gerieten schließlich hatten sie den Weg verloren und wußten gar nicht mehr wo es weiter ging ja und als sie so miteinander über alles sprachen was sie erlebt hatten da merkten sie dass sie überhaupt nicht recht wußten was sie weiter anfangen sollten sie waren nun so viel herumgeirrt und darum meinten sie es wäre am schönsten wenn sie jetzt ruhig zusammen irgendwo wohnen und bleiben könnten während sie nun so miteinander sprachen da hörten sie plötzlich ganz leise feine Schritte sie sahen sich um und da kam hinter einem großen Brombeerbusch ein kleiner Mann hervor der hatte eine rote Zipfelmütze und einen langen weißen Bart ach das ist ja Kitsch der liebe gute Zwerg Kitsch rief das Zwieselchen glücklich und rannte ihm entgegen guten Tag meine lieben guten Tag sagte der Zwerg und jetzt konnte das Zwieselchen auch richtig mit ihm sprechen denn es hatte in der Schule natürlich auch zwergisch gelernt der Zwerg setzte sich zu den beiden und war sehr freundlich mit ihnen sie erzählten ihm von ihren Reisen und Erlebnissen von Herrn Piranesi und von Rom und von Domodossola und dem Eisenbahnunglück Zuletzt fragten sie ihn was sie jetzt anfangen sollten der Zwerg dachte einen Augenblick nach und kraulte sich seinen langen weißen Zwergenbart schließlich sagte er da fällt mir etwas feines ein gar nicht sehr weit von hier gleich hinter dem Walde weiß ich ein kleines Haus da steht ganz leer da könnt ihr wohnen es ist auch ein Garten dabei da könnt ihr alles anpflanzen was ihr zum Essen braucht wollt ihr natürlich wollen wir natürlich wollen wir riefen die beiden und waren sehr froh nun führte der Zwerg sie aus dem Walde heraus und bald sahen sie auch das kleine weiße Häuschen mit dem roten Dach und den grünen Fensterläden und dem dunkelbraunen Zaun nun lebten also die beiden miteinander in dem kleinen Häuschen und waren Mann und Frau sie arbeiteten fleißig im Garten und da wuchs alles was sie brauchten Äpfel und Birnen und Pflaumen und Kirschen und Weintrauben und Apfelsinen und Walnüsse und Haselnüsse und Erdnüsse und Kokosnüsse und Erbsen und Bohnen und Spargel und Rosenkohl und Radieschen und Erdbeeren und Hemmbeeren und Johannisbeeren und in der einen Gartenecke wuchs sogar ein Schokoladenbaum den begossen sie besonders eifrig sehr oft kamen Tiere aus dem Walde angelaufen und guckten über den Gartenzaun Hannelore kannte alle Tiere weil sie doch früher jeden Tag im zoologischen Garten gewesen war und so konnte sie dem Zwieselchen alle Tiere erklären so wie er ihr früher alle Länder erklärt hatte ja Hasen kenne ich schon von früher her sagte das Zwieselchen manchmal kam der Zwerg zu Besuch dann kochte Hannelore eine Schokoladenspeise und sie waren sehr vergnügt in der Nähe war ein Dorf das hatte einen Laden und da konnten sie sich kaufen was nicht in ihrem Garten wuchs in dem Dorf war auch ein Fotograf das Zwieselchen sagte wir wollen uns doch auch einmal zusammen fotografieren lassen und so gingen sie denn zum Fotograf diesmal will ich aber ganz genau aufpassen wie der Vogel aus dem Kasten heraus geflogen kommt dachte das Zwieselchen ich möchte auch endlich wissen was für ein Vogel es eigentlich ist es passte nun sehr scharf auf und als der Fotograf knipste da sah es wirklich den Vogel aus dem Kasten heraus fliegen und was glaubt ihr was für ein Vogel das gewesen ist ein Storch war es ein richtiger Klapperstorch mit einem langen Schnabel roten Beinen und weißen und schwarzen Federn er klapperte einen Augenblick und dann flog er rasch durchs Fenster aus dem Fotografenzimmer als die beiden mit ihren Bildern wieder heim gingen da sahen sie den Storch noch einmal er flog gerade von ihrem Häuschen weg und war gleich darauf im blauen Himmel verschwunden nun rannten sie schnell hin und was sahen sie da vor der Tür lagen zwei große Tüten mit Süßigkeiten da schrien beide vor Freude auf nahmen die Tüten und liefen ins Zimmer und im Zimmer lagen auf Hannelores Bett zwei ganz winzige kleine Kinder ein Junge und ein Mädchen da war die Freude groß Hannelore fing gleich an die Babys zu wickeln und trocken zu legen und zu baden das Zwieselchen aber rannte wieder zurück ins Dorf um eine Kuh zu kaufen damit genug Milch für die Kinder im Hause sein sollte Am nächsten Tage kam auch der Zwerg zu Besuch sah sich die Kinder an und sagte »Nein, wie niedlich« Dann gab er jedem als Patengeschenk einen silbernen Löffel und nahm sich aus jeder Tüte drei große Bonbons Aber das hatten die beiden ihm ja auch erlaubt So lebten sie denn jetzt zu vieren oder wenn man die Kuh mitrechnen will zu fünfen Die Kinder schrien und die Kuh mute und die Vögel im Garten sangen und der Wald rauschte Als die Kinder ein bisschen größer waren baute das Zwieselchen ihnen im Garten eine Box Da konnten sie denn nun herum krabbeln und kriechen und mit den Schmetterlingen und Maikäfern spielen Sie bekamen nun nicht nur Milch sondern auch andere Sachen Und wenn der Zwerg zu Besuch kam dann durften sie von der Schokoladenspeise essen Schließlich lernen sie laufen und sprechen Eines Tages sagte Hannelore »Jetzt sind die Kinder ja schon recht groß. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir sie in den Kindergarten schicken. Was meinst du?« »Ja, da hast du wohl recht« »Aber weißt du denn auch einen Kindergarten?« fragte Hannelore »Ich selbst weiß keinen. Ich bin nie hingegangen, weil ich doch jeden Tag in den zoologischen Garten durfte« »Doch, ich weiß einen. Lass mich nur machen« Hannelore zog den Kindern ihre Mäntelchen an und setzte ihnen ihre Mützchen auf Und jedes bekam eine Apfelsene und ein Butterbrot in die Tasche gesteckt Dann gab Hannelore jedem Kind einen Kuss und sagte »Auf Wiedersehen, Kinder. Seid auch schön brav« Das Zwieselchen nahm an jeder Hand ein Kind, rechts das Mädchen und links den Jungen, und so gingen sie zusammen durch das Dorf Hinter dem Dorf war ein Flugplatz, da lagen immer sehr viele Flugzeuge und warteten, ob nicht jemand kam, der mit ihnen fliegen wollte Das Zwieselchen suchte sich das schönste Flugzeug aus, setzte sich hinein und nahm die beiden Kinder auf seinen Schoß Dann rief es »Los, Abfahrt« Das Flugzeug stieg in die Höhe noch schneller, als der Klapperstorch es gekonterte Erst sahen sie noch ihr Häuschen und die Hannelore, die am Zaun stand und mit einer Windel winkte, weil die Taschentücher alle in der Wäsche waren, und sie winkten wieder Aber dann wurde die Hannelore immer kleiner, und das Häuschen wurde auch immer kleiner, und bald war es gar nicht mehr zu sehen Sie waren nun ganz hoch oben, und die großen Wälder unter ihnen sahen aus wie Moos Das Zwieselchen schaute hinunter auf die weiten grünen Flächen mit den blauen Seen und Flüssen Und es war ihm, als säße es wieder in Vaters Arbeitszimmer und besähe das Buch, das Atlas hieß, und so viele Bilder hatte, die eigentlich keine richtigen Bilder waren Endlich senkte das Flugzeug sich wieder zur Erde und landete auf der Sportwiese Nun stieg das Zwieselchen aus, hob die Kinder heraus und ging mit ihnen zu dem Haus, wo die gute Tante Montessori wohnte »Guten Tag, Zwieselchen«, sagte die Tante Montessori »Guten Tag, Zwieselchen«, rief der Bibi »Guten Tag, Zwieselchen«, riefen auch die anderen Kinder, die Ruth und der Hannemann und der Walter und der Rudi und die Maria »Was hast du denn da für zwei schöne Puppen?«, fragte die Tante Montessori »Das sind doch keine Puppen, Tante Montessori, das sind doch meine Kinder«, wollte das Zwieselchen sagen Aber sie ließen es gar nicht zu Worte kommen, sie drängten sich alle heran und fragten »Hast du die von Wertheim?« »Wie war es denn bei Wertheim? Erzähle uns doch von Wertheim« Und der Bibi sagte »Ich bin schon längst da gewesen. Warst du auch im Erfrischungsraum?« »Ja, richtig, du musst uns ja noch von Wertheim erzählen«, sagte nun auch die Tante Montessori »Wertheim, Wertheim«, dachte das Zwieselchen und konnte sich erst gar nicht erinnern, »Wertheim, Wertheim?« »Das war doch schon so furchtbar lange her« Danach war das Zwieselchen doch mit dem Schiff gefahren und in Rom gewesen und hatte mit der Hannelore zusammen in dem kleinen Häuschen gewohnt. Es wurde ihm ganz irren Kopf und dazu merkte es auch, dass es von der langen Reise im Flugzeug recht müde geworden war. Darum mochte es gar nichts antworten, sondern setzte sich an den Spieltisch, in jedem Arm ein Kind und machte ein bisschen die Augen zu. Eine Weile hörte es noch die Stimme der Tante Montessori und die Stimmen der Kinder, Dann hörte es eine ganze Weile nichts, und dann hörte es plötzlich die Stimme der Mutter. »Ja, wie war denn die Mutter mit einem Mal in den Kindergarten gekommen?« »Zwieselchen, Zwieselchen«, rief die Mutter wach auf, »wie gut, dass wir dich endlich gefunden haben, beinahe eine halbe Stunde lang habe ich dich gesucht.« Das Zwieselchen machte die Augen auf, die ihm noch ganz schwer waren, und sah sehr verwundert auf die Mutter und den feinen Herren mit dem Schnurrbart unter der Nase und dem Bleistift hinter dem Ohr. Er streckte sich in dem großen, weichen Sessel, der mit rotbraunem Leder bezogen war, und konnte gar nicht begreifen, dass er seine beiden Kinder nicht mehr im Arm hatte. Die Mutter gab ihm einen Kuss. »Noch ganz verschlafen, der kleine Mann«, sagte der feine Herr und hob lächelnd ein großes Paket in die Höhe. »Siehst du, mein Junge, hier ist auch dein Geschenk.« »Halt, halt, Kinder, wir haben ja noch etwas vergessen, einen Augenblick. Ihr werdet doch bestimmt wissen wollen, was in dem großen Paket drin war, welches das Zwieselchen von dem feinen Herrn geschenkt bekommen hatte, von dem feinen Herrn mit dem Schnurrbart unter der Nase, mit dem Bleistift hinter dem Ohr. Ich will es euch sagen, passt durch dich auf.« Als das Paket aufgemacht war, da war eine Kiste drin. Und als die Kiste aufgemacht war, da war ein Kasten drin. Und als der Kasten aufgemacht war, da war ein Karton drin. Und als der Karton aufgemacht war, da war eine Schachtel drin. Und als die Schachtel aufgemacht war, da war ein Kästchen drin. Und als das Kästchen aufgemacht war, was war da drin? Ein Tampalottchen in einem kleinen Kaschottchen, ein übermorgiges Schößchen in einem vorgestrigen Döschen. Zu Weihnachten wollen wir's miteinander betrachten. Werner Bergengrün, Zwieselchen und der Osterhase Ich erzähle euch, wie Weihnachten vorüber ist und Zwieselchen sich gern auf etwas anderes freuen möchte. Weihnachten war wunderschön. Aber das ist es bei euch sicherlich auch. Und darum könnt ihr euch auch schon denken, wie es beim Zwieselchen war. Und so brauche ich davon nicht viel zu erzählen. Schließlich muss man ja auch nicht alles wissen wollen. In der Schule lernt man, dass es eigentlich nur zwei Weihnachtsfeiertage gibt. Aber das Zwieselchen war ja noch ein so kleiner Junge, dass es nicht in die Schule ging, sondern zur Tante Montessori in den Kindergarten. Darum meinte es, Weihnachten dauert so lange, wie der Tannenbaum im Zimmer steht. Im Hause von seinen Eltern reicht der Tannenbaum bis an die Decke, obwohl er in Wirklichkeit nicht sehr groß ist. Er steht nämlich im Wohnzimmer auf der hohen rötlichen Kirschholzkommode. Der Schlüssel ist sehr oft verloren und immer dann, wenn Zwieselchens Mutter die Kommode aufschließen und etwas herausnehmen will, dann hilft das Zwieselchen suchen. Das kann es nämlich schon sehr gut. Wie gut es suchen kann, werdet ihr zu Ostern sehen. Über der Kommode hängt der Wandspiegel. Darin spiegelt sich alles Blanke und Bunte, das am Weihnachtsbaum hängt. Engelshaar und Lametta und Sterne und vergoldete Nüsse und rotbackige Äpfel mit brennenden Lichtern. Und nun sieht es noch einmal so hell und glitzernd aus. Was sonst noch am Weihnachtsbaum hängt, das könnt ihr euch selber denken, nämlich ungefähr dasselbe, was bei euch zu Hause am Weihnachtsbaum hängt. Aber etwas hängt an Zwieselchens Baum, das bei euch vielleicht nicht hängt. Das ist eine vergoldete Walnuss zum Aufwachen mit einem winzigen Christkindchen drin. Oder gibt es das bei euch auch? Ja, wenn man so einen Tannenbaum im Wohnzimmer hat, dann will man natürlich, dass er möglichst lange da bleibt und dass Weihnachten möglichst lange dauert. Die Else hatte ihre Geschenke schon am Heiligen Abend abgeräumt und in ihr Zimmer gebracht. Nach ein paar Tagen nahmen die Eltern ihre Geschenke auf vom Tisch und nun waren bloß noch Zwieselchens Geschenke da. Auch die wurden immer weniger, denn das Zwieselchen schleppte eins nach dem anderen in seine Spielecke oder räumte es in seinen Spielschrank ein. Den Spielschrank, müsst ihr wissen, hat seine Mutter aus Apfelsinenkisten zusammengenagelt und grün angestrichen. Statt der Tür hängt ein Vorhang mit Blumenmuster davor. Schließlich wurde auch die Krippe weggepackt, die auf Mutters Schreibtisch aufgebaut war. Denn die Mutter brauchte ja den Schreibtisch, weil sie an die Großeltern und an den Onkel Sebastian und an die Tante Marlene schreiben und sich für die schönen Weihnachtspakete bedanken wollte. So wurde es im Weihnachtszimmer immer leerer und wenn nicht der Tannenbaum auf der Kommode gestanden hätte, dann wäre es gar kein Weihnachtszimmer mehr gewesen, sondern ein ganz gewöhnliches Wohnzimmer. Deshalb freute das Zwieselchen sich immer wieder über den Weihnachtsbaum. Ein paar Male wurde er noch angezündet, dann sagte die Mutter, »Ach, der Baum nadelt ja schon, ich denke, wir tun ihn fort. Aber es hängt ja noch so viel Schönes dran.« »Na, das nehmen wir natürlich vorher ab«, meinte die Mutter, und nun wurden die Kindergartenfreunde zum Baumplündern eingeladen, der Bibi und die Ruth und der Hannemann und der Walter und der Rudi und die Maria. Als der Baum leer war, da spielte die Mutter mit ihnen Lotterie und Topfschlagen und »Mensch, ärgere dich nicht« und noch andere Spiele, und da waren denn alle Herrlichkeiten bald verteilt, den Baumschmuck aber und die Kerzenhalter und auch das Christkindchen in der Nuss nahm die Mutter ab und packte sie in den großen grünen Holzkasten mit den bunten Blumen auf dem Deckel, wo alle Weihnachtssachen verwahrt werden, von einem Jahr zum anderen. Am nächsten Tag hatte die Else den Weihnachtsbaum schon auf die Veranda gestellt. Er sah ganz kahl und trübselig aus, so viele Nadeln hatte er schon verloren, und wenn er nicht so viele Kleckse von den ausgeschmolzenen bunten Kerzen gehabt hätte, dann hätte niemand geglaubt, dass es einmal ein so strahlender Weihnachtsbaum gewesen war. Das Zwieselchen sah der Else zu und war ganz traurig. Draußen war es trübe und neblig und es schneite, aber das war ein so langweiliger Schnee, der zu nichts zu gebrauchen war, und kaum waren die Schneeflocken auf den Gartenboden gefallen, nur waren sie auch schon weggeschmolzen. Das Zwieselchen dachte daran, dass die schönsten Weihnachtssüßigkeiten alle schon aufgegessen waren. Auf seinem bunten Teller gab es kein Marzipan mehr und keine Sahnebonbons und keinen Schokoladenweihnachtsmann, sondern nur noch ein paar harte Pfefferkuchen, ein paar Äpfel und Nüsse, denn die halten sich ja auf den bunten Tellern immer am längsten. Das wisst ihr wohl auch. Aber die Äpfel waren schon ein bisschen schrumpelig und als das Zwieselchen vorhin eine Haselnuss aufgeknackt hatte, da war sie leer gewesen und es war nur ein bisschen Staub herausgekommen. Dazu fiel ihm ein, dass das Feuerwehrauto sich auch nicht mehr aufziehen ließ. Ach, Else, ich hatte mich doch so auf Weihnachten gefreut und jetzt ist es schon wieder vorbei. Na, es war doch auch schön, antwortete die Else. Ja, schön war es wohl, aber jetzt ist es gar nicht mehr da und darum ist es auch nicht mehr schön. Ich möchte mich ja so gern wieder auf etwas freuen, aber ich weiß nicht auf was. Na, dann freu dich doch auf morgen Mittag, da gibt es Klöße mit Backpflaumen. Nein, Else, darauf mag ich mich nicht so sehr freuen. Ja, vielleicht kommt der Onkel Sebastian wieder mal zu Besuch. Der macht doch immer so viel Spaß mit dir. Dann kannst du dich ja darauf freuen. Oder freu dich auf den Schnee und das Rodeln. Wer weiß, wann der Onkel Sebastian kommt, der ist doch immer zu verreist. Und ob es noch richtigen Schnee gibt, das kann man auch nicht wissen. Jetzt fällt mir etwas ein, Zwieselchen, dann freu dich doch ganz einfach auf Ostern. Auf Ostern? Aber das ist doch noch so furchtbar lange hin. Na, um so länger kannst du dich doch darauf freuen, sagte die Else und ging mit dem alten Weihnachtsbaum in den Keller. Das Zwieselchen sah noch eine Weile hinterher und dachte nach. Dann rannte es plötzlich zur Mutter, die im Wohnzimmer saß und ihm ein paar neue blaue Fausthandschuhe strickte. Mutter, Mutter, von heute an freue ich mich auf Ostern. Die Else und ich erzählen euch von einem verlorenen Ring von Osterwasser und Badewasser. Jeden Abend vor dem Schlafengehen wurde das Zwieselchen in der Badewanne von oben bis unten abgewaschen, aber am Sonnabend machte die Mutter das noch gründlicher als sonst und dann durfte es nachher im Bett Abendbrot essen. An einem Sonnabendabend wollte die Mutter mit dem Vater in die Stadt fahren und da sollte das Zwieselchen von der Else gebadet werden. Der Vater hatte einen schwarzen Anzug angezogen mit einer ganz kurzen Weste und einem weißen Hemd, das so steif aussah wie das weiße Fensterbrett. Das Zwieselchen wollte es anfassen, um zu sehen, ob es wirklich ebenso hart wäre wie weiß gestrichenes Holz. Aber der Vater sagte, »Das musst du mir schon glauben. Und am Hals drückt es jedenfalls so abscheulich wie ein Brett. Fasse es lieber nicht an, sonst fragen mich nachher alle Leute, was haben sie denn da für komische Daumenstempel auf der Brust. Und leider kann ich auch nicht warten, bis du mit allen deinen zehn Fingern sauber gebadet bist, sonst kommen wir zu spät. Und alles ist schon aufgegessen und ausgetrunken. Und dann esse ich aus lauter Hunger die Mutter auf. Und die Mutter isst aus lauter Hunger mich auf. Und dann sind wir gar nicht mehr da. Und du und die Else, ihr müsst ganz allein den Garten umgraben und den Milchmann und den Gasmann und den elektrischen Mann bezahlen und das Johannesbeergelee und die eingelegten Eier aufessen. Und da werdet ihr beide krank. Also, da ist es schon besser, du faßt mein Hemd nicht an. Das sah das Zwieselchen ein, und daran seht ihr, wie vernünftig es schon war. Die Mutter hatte ihr schönstes Kleid angezogen. Leider konnte sie ihren blanken Ring mit dem großen lila Stein nicht anstecken, denn der war ja vor einiger Zeit verloren gegangen. Und so sehr sie auch alle gesucht hatten, er war nicht wiederzufinden gewesen. Darüber war die Mutter oft traurig, weil sie diesen Ring ganz besonders lieb gehabt hatte. Aber ihr goldenes Armband hatte sie angelegt. Das hatte sie von der Großmutter geschenkt bekommen, als das Zwieselchen geboren war. Und die Großmutter hatte es vom Großvater geschenkt bekommen, als Zwieselchens Vater geboren war. Und das Zwieselchen wusste, wenn ich groß bin und kriege auch einen kleinen Jungen, dann darf ich das Armband seiner Mutter schenken. Denn das hatte die Mutter ihm einmal gesagt. Das erzählte es jetzt sehr stolz der Else, als es in der Badewanne saß und die Eltern schon fort waren. »Ach du«, sagte die Else, »wenn du groß bist und einen kleinen Jungen hast, dann lass seine Mutter lieber aufpassen, dass er nicht immer gleich schreit, wenn ihm beim Baden ein bisschen Seifenwasser in die Augen kommt.« Das Zwieselchen fand es nicht sehr behaglich, dass die Else wieder von Seifenwasser und in die Augen kommen und Geschrei sprach, denn das hatte sie beim Waschen und Baden schon recht oft gesagt. Darum sagte sie schnell, »weißt du, Else, jetzt freue ich mich schon ganz furchtbar auf Ostern.« »So«, meinte die Else, »na, dann darfst du dich erst recht nicht vor dem Wasser fürchten.« Da sprach sie also schon wieder vom Wasser, und das Zwieselchen wollte doch, dass sie mit ihm von Ostern sprechen sollte. »Hast du noch nie vom Osterwasser gehört?«, fragte die Else und fuhr dem Zwieselchen mit der eingeseiften Nagelbürste so kitzlig über die Fußsohlen, dass es zu quieken anfing. »Nein«, schrie es, »au, au, Else, nicht so doll.« »Bei uns zu Hause in unserem Dorf war das Osterwasser etwas sehr Wichtiges«, erzählte die Else. »Das mußte man sich am Ostermorgen ganz früh holen. Wenn man davon trinkt und sich damit wäscht, dann wird man groß und stark und klug und bleibt das ganze Jahr über gesund und vergnügt bis zum nächsten Ostern. »Und da hast du immer Osterwasser geholt?« »Ja, von wegen, das war nicht so einfach, wie du denkst. Man darf nämlich kein Wort sprechen und auch nicht lachen und nicht schreien, bis man das Wasser geschöpft hat. Sonst ist es kein richtiges Osterwasser und nützt einem nichts. Am besten ist es, wenn man unterwegs gar keinem Menschen begegnet, sonst bringt er einen doch zum Sprechen oder Lachen oder Schreien. Aber da konntest du doch ganz einfach in euer Badezimmer gehen oder an die Wasserleitung in der Küche, wenn die anderen alle noch schliefen.« »Ja, bei uns war es nicht so wie bei euch«, sagte die Else. »Ein Badezimmer hatten wir nicht und eine Wasserleitung auch nicht. Wir holten unser Wasser immer vom Brunnen, der hinter unserem Haus stand. Und wahrscheinlich muss richtiges Osterwasser immer von draußen geholt werden, sonst nützt es am Ende gar nichts. Nun wussten aber meine Brüder und die Nachbarjungen und alle anderen Jungen in unserem Dorf auch ganz genau, wie es mit dem Osterwasser ist. Darum standen sie am Ostermorgen sehr früh auf, wenn es draußen noch halb dunkel war und noch richtig kalt und versteckten sich hinter dem Brunnen. Und wenn wir kamen, meine Schwester und ich, dann fingen sie an, lauter Unsinn zu machen, damit wir lachen sollten. Da haben wir uns auf die Lippen gebissen, weil wir doch nicht lachen wollten. Und ihr habt doch nicht gelacht? Na, manchmal mussten wir doch losplatzen, aber gesprochen haben wir nie ein Wort. Bloß einmal haben wir geschimpft, die Dora und ich, weil die Jungs uns nicht an den Brunnen lassen wollten. Und geschrien haben wir auch ein paar Mal. Warum denn geschrien? Ja, da hatten die Jungen sich vorher Wasser geschöpft und sich hinter der Haustür versteckt. Als wir aus der Tür kamen, da kriegten wir plötzlich jeder einen Krug Wasser ins Gesicht. Und da haben wir geschrien. Siehst du wohl, Else, du hast auch geschrien, wie du Wasser in die Augen kriegtest. Ja, das war aber auch kein warmes Badewasser, sondern eiskaltes Brunnenwasser. Aber einige Male haben wir die Jungen angeführt. Da waren wir früher am Brunnen als sie und haben sie begossen. Und haben sie wohl geschrien? Und wie! Jungen schreien ja immer leichter als Mädchen. Das habe ich erst heute Abend wieder gesehen. Einmal guckten wir vorher aus dem Fenster. Da kamen die Jungen gerade auf den Hof und versteckten sich, einer am Brunnen, einer hinter der Hundehütte, einer hinter der Stalltür und einer hinter der Scheunenecke. Da sind wir überhaupt nicht auf den Hof gegangen, sondern sind über die Wiesen an den Fluß gelaufen. Der war noch halb zugefroren, und wir mussten ein Stück über das Eis gehen. Die Dora ist eingebrochen. Bis an die Knie stand sie plötzlich im Wasser. Und ich bin einmal ausgeglitscht und lang hingefallen, halb aufs Eis und halb ins Wasser. Aber da habt ihr doch geschrien, nicht wahr? Nein, bloß gestöhnt haben wir, aber das darf man, denn stöhnen ist doch nicht schreien. Ich glaube, ich hätte geschrien. Ja, das glaube ich auch, antwortete Else. Aber wir waren ja auch schon größer als du und gingen schon in die Schule. Wenn ich erst in die Schule gehe, dann schreie ich auch nicht mehr, kein bisschen. Weil es doch aber erst in den Kindergarten ging, so schrie es gleich darauf wieder. Au, au, da ist mir schon wieder Seifenschaum ins Auge gekommen. Aber dann schämte es sich und fragte rasch. Und was war weiter? Kalt war es, erzählte die Else. Dazu blies ein mächtiger Ostwind, und wir haben arg gefroren, und nachher hat unsere Mutter uns ausgescholten, weil wir so lange weg waren und so nass nach Hause kamen. Aber unser Osterwasser hatten wir uns doch geholt. Und davon bist du so groß und so stark geworden. Hör, au, Else, nicht so stark, du schrubbst mir ja den ganzen Hals kaputt. Nur, damit du siehst, wie stark man vom Osterwasser wird, sagte die Else und lachte. »Kam der Osterhase auch in euer Dorf?« fragte das Zwieselchen. »Hast du ihn mal gesehen?« »Hasen habe ich zu Hause oft gesehen. Aber ob da nun gerade ein Osterhase dabei war, das weiß ich nicht mehr. Unser Haus war das letzte im Dorf, gleich dahinter kam die große Wiese, von da an ging es rechts zum Fluß mit dem Osterwasser, und links ging es zum Wald. Da hatten es die Hasen gar nicht mehr weit bis zu uns. Wir hatten in unserem Garten sehr viel Kohl, Rotkohl, Grünkohl, Weißkohl und Blumenkohl. Und Kohl essen die Hasen besonders gern. Wenn es dunkel war, dann kamen sie angehoppert und fingen an zu knabbern. Das war aber nicht Hunger, sondern bloß Leckermäulichkeit. Denn im Wald gab es genug andere Sachen zu fressen. Darum wollte mein Vater nicht, dass die Hasen uns unseren schönen Kohl wegfrasen. Und so steckte er zwischen dem Kohl einen langen Stock in die Erde mit einem Querholz. Da wurde eine alte zerrüssene Jacke darüber gehängt, und obendrauf kam ein kaputter Hut. Da dachten die Hasen, das wäre ein Mensch, und kriegten Angst und kamen nicht mehr. Aber im Wald wohnte ein großer, ganz alter Hase, der hatte ein weißgraues Fell, und sogar seine Schnurrbarthaare waren schon ganz weiß. So alt war er. Er wusste mit allem Bescheid und ließ sich nichts vormachen. Dem taten die Hasen leid, weil sie nun den schönen Kohl nicht mehr fressen konnten. Und da kam der große alte Hase eines Nachts ganz allein angehoppert. Es war heller Mondschein, und alle im Hause schliefen schon. Nur ich war aufgewacht und hatte mich ans Fenster gestellt, weil ich die Musik hören wollte, die im Dorfgasthaus gemacht wurde. Da habe ich den großen alten Hasen gesehen. Und was meinst du wohl, was er getan hat? Er hat mit den Vorderpfoten so lange um die Vogelscheuche herum gescharrt und gebuddelt, bis sie umgefallen ist. Dann lief er in den Wald zurück und sagte es den anderen Hasen. Und nun kamen sie alle miteinander angerannt und schmausten. Als sie satt waren, da stellten sie sich auf die Hinterbeine und machten Männchen vor dem alten Hasen, das sollte heißen, Dankeschön. Darauf tanzten sie vor lauter Vergnügen um die Vogelscheuche herum, und dann machten sie, dass sie wieder in den Wald zurückkamen. Und habt ihr die Vogelscheuche denn nicht wieder aufgestellt? Doch, aber das nützte nichts. Der große alte Hase hat sie noch ein paar Mal umgeworfen, dann ließ er sie stehen, aber jetzt hatten die anderen Hasen schon gemerkt, dass das kein richtiger Mensch war, und da fürchteten die Hasen sich nicht mehr. Habt ihr denn keinen Hund gehabt, vor dem die Hasen Angst hatten? Einen Hund hatten wir schon, aber so dumm, dass sie vor dem Angst gehabt hätten, so dumm waren die Hasen doch nicht. Nur wenn es im Winter so kalt war, dass wir den Hund über Nacht in der Küche behielten, und wenn der Schnee auf den Feldern so hoch lag, dass die hungrigen Hasen nicht an den Wintersalat herankonnten, dann kamen sie in unseren Garten und nagten die Rinde von den jungen Obstbäumen ab, und ein paar Kirschen und Apfelbäumchen sind davon eingegangen. Morgens fanden wir Hasenspuren im verschneiten Garten. Das Zwieselchen hatte so eifrig zugehört, dass es kaum gemerkt hatte, wie die Else es aus der Wanne genommen und trocken gerieben und ihm die Nägel geschnitten hatte. Als er schon im Bett sein Abendbrot aß, da mußte ihm die Else noch immer von den Hasen erzählen und von den Hasenspuren im Schnee und vom Osterwasser. Haben die Hasen bei euch auch Eier in den Garten gelegt? Na, hingelegt haben sie da wohl manchmal was, aber Eier waren das nun nicht gerade. Glaubst du, daß in unseren Garten auch Hasen kommen? Warum nicht? Hier sind freilich nicht so viele Hasen in der Nähe wie bei uns zu Hause, aber schließlich könnte sich ja mal einer hierher fähren. Glaubst du nicht, Else, daß der große alte Hase der Osterhase gewesen ist? Die Else meinte, das wüßte sie nicht. Das Zwieselchen machte ein sehr nachdenkliches Gesicht und sagte eine Weile gar nichts. Zuletzt saß die Else schlau an und flüsterte, ich glaube es aber doch. Als es eingeschlafen war, da träumte es von Ostern und von lauter Osterhasen und meinte, das Osterwasser rauschend zu hören. Es war aber bloß das Badewasser, das die Else ablaufen ließ. Ich erzähle euch von den Spuren im Schnee und vom Briefkasten. Es gab doch noch Schnee und die Kinder konnten Rodeln und Schneemänner machen und sich Schneeballen. Aber im Garten, da wo im Sommer das Erdbeerbeet war, gab es keinen Schneemann, sondern einen Schneehasen mit zwei langen Ohren. Die Ohren waren zwei Stöcke, die mit Schnee umklebt waren. Wenn ein Hase den sieht, dann kommt er sicher in den Garten, dachte das Zwieselchen. Jedes Mal, wenn es selber in den Garten kam, suchte es im Schnee nach Hasenspuren, aber leider fand es keine. Wirklich nicht? Doch eines Morgens waren richtige Spuren im Schnee und es schrie laut auf. Der Hase war da. Die Spuren fingen am Zaun an und führten zum Schneehasen. Daran konnte man sehen, dass der Hase gleich zuallererst zum Schneehasen gelaufen war und ihm guten Tag gesagt hatte. Von da gingen die Spuren zum Rosenbeet und dann zwischen den beiden Lebensbäumen durch zur Schaukel. Und da hörten sie auf. Das Zwieselchen holte gleich einen Spaten und buddelte im Schnee herum, um zu sehen, ob der Hase nicht vielleicht ein Eingelegt hatte. Aber es war kein Ei da und nun meinte es, daran kann man sehen, dass es der Osterhase gewesen ist, denn der liegt eben nur zu Ostern, und jetzt nicht. Während es das noch dachte, kam vom Nachbargarten her jemand auf den Zaun gestiegen, sah sich ein bisschen um und sprang dann herunter, gerade auf das verschneite Erdbebiet. Jetzt glaubt ihr wohl, das war ein Hase. Nein, es war die weiße Katze von nebenan und als sie durch den Garten lief, da konnte man sehen, dass sie die Spuren im Schnee machte. Es waren nämlich genau eben solche Spuren wie die Rasenspuren, die vom Zaun zur Schaukel führten. Das ärgerte das Zwieselchen. Jetzt wurde das Fenster von Vaters Zimmer aufgemacht und der Vater rief, Zwieselchen, ich gehe zum Briefkasten, magst du mitkommen? Oh ja, rief es und hatte allen Ärger vergessen, denn Briefe einwerfen war sein schönstes Vergnügen. Dabei musste der Vater es heben und die Briefkastenklappe aufmachen, dann schob es den Brief hinein und drunten im Kasten machte es. Klack! Die Briefe waren eingeworfen, aber weil das Wetter so schön war, ging der Vater mit ihm noch ein wenig spazieren. Zu Ostern zeige ich dir ein neues Spiel, sagte der Vater, eins, was du noch nie gespielt und noch nie gesehen hast und was man nur zu Ostern spielen kann. Vorige Ostern warst du noch zu klein dazu. Was für eins, eins mit Gewinnen? Sag ich dir nicht. Ein Hasenspiel, ein Eierspiel? Sag ich dir nicht, aber ich will es mit dir spielen, ich habe es früher auch immer gespielt. Und wie sehr das Zwieselchen auch bettelte, der Vater sagte es ihm nicht. Ein Osterwasserspiel? Was weißt du denn vom Osterwasser? Oh, davon weiß ich sehr viel, alles von der Else. Und nun erzählte es dem Vater, was es neulich beim Baden von der Else gehört hatte. Also, so war das in Elsesdorf. Wahrscheinlich ist es mit dem Osterwasser in allen Dörfern anders. Ich bin einmal mit Osterwasser begossen worden. Da ging es ganz anders zu. Wie denn, Vater, erzähl doch. Und da erzählte der Vater. Ich war damals Soldat im Krieg und wir waren in einem Dorf an einem großen, krummen Fluss, der heißt Weichsel. Und wenn du magst, kann ich ihn dir auf meinem Atlas zeigen. Ich schlief über Nacht in einem Bauernhaus, das hatte nur eine einzige Stube, und darin schlief der Bauer und seine Mutter und seine Großmutter und sein Onkel und seine Frau und seine Tochter und seine Hühner. Und ich auch. Waren da so viele Betten? Nein, aber Stroh war genug da. Und ich hatte mir Stroh auf den Fußboden gelegt. Darauf schlief ich. Das Schlafen war sehr schön, aber das Aufwachen war nicht schön, denn ich wachte davon auf, dass mir plötzlich ein ganzer Eimer kaltes Wasser über den Kopf und den Hals und die Brust gegossen wurde, so dass mein Rock und mein Hemd und der Mantel, mit dem ich mich zugedeckt hatte, ganz platschnass waren. Aber, Vater, hattest du den angezogen geschlafen? Ja, das war so. Mein Pferd musste die ganze Nacht gesattelt im Stall stehen. Und ich musste auch immer fertig sein. Denn wenn unser General einem anderen General plötzlich einen schönen Gruß schicken wollte, dann schrieb er ihm einen Brief, manchmal mitten in der Nacht, und dann musste ich mich auf mein Pferd setzen und dem anderen General den Brief hinbringen. Darum durfte ich mich nicht ausziehen, denn die Generäle wollen immer, dass alles sehr schnell geht und haben keine Geduld. Aber wer hatte dich denn begossen? Na, ich sprang also auf und wollte sehr böse werden und schimpfen. Da sah ich die wie eine Bauerntochter vor mir stehen. Sie hatte noch den leeren Eimer in der Hand und lachte. Und alle anderen lachten auch und sagten »fröhliche Ostern«. Da musste ich auch lachen, obwohl ich so nass war. Und nun erklärten sie mir, wer bei ihnen am Ostermorgen als Erster aufgestanden wäre, der dürfte einen anderen nass gießen. Und das wäre das Osterwasser. Da merkte ich erst, dass es ja Ostern war. Aber Vater, das hattest du vergessen? Ach, weißt du, es gab damals immer so viel andere Sachen, an die ich denken musste und dann hatte ich auch vergessen, meinen Kalender mit in den Krieg zu nehmen. Ich hätte es bestimmt gewusst, dass Ostern war, aber was war weiter? Dann hast du dir doch gleich einen trockenen Anzug angezogen. Nein, Zwieselchen, dazu war keine Zeit und ich hatte auch keinen Kleiderschrank mit lauter trockenen Sachen da. Und dann kam gleich darauf ein Soldat und gab mir einen Brief von meinem General. Den sollte ich zu dem anderen General bringen. Auf dem Briefumschlag waren drei Kreuze gemalt. Das bedeutete, dass es ein sehr eiliger und wichtiger Brief war und dass ich so schnell reiten musste, wie meine Nelke nur laufen konnte. Deine Nelke? fragte das Zwieselchen und wunderte sich. Ja, so hieß mein Pferd. Das war ein Schimmel, so weiß wie eine Nelke. Was stand denn in dem wichtigen Brief drin? Gelesen habe ich ihn nicht, weil er ja nicht für mich war, sondern für den anderen General. Und der hat ihn mir nicht vorgelesen. Aber ich denke mir, es wird drin gestanden haben, vergnügte Ostereier und herzlichen Gruß. Ich ritt also schnell los in meinem nassen Zeug, erst auf der Dorfstraße und dann über die Wiesen und durch den Wald, das das geschmolzene Schneewasser aus den Pfützen spritzte. An manchen Stellen lag noch Schnee, aber die Schneeglöckchen blühten. Es gab schon dicke Knospen an den Sträuchern und es roch ganz nach Frühling. In der Ferne fing mit einem Mal eine Kirche an zu läuten und zu dem Ostergeläut sangen die Vögel. Außerdem lief mir ein Hase quer über den Weg. Das gefiel mir sehr gut. Als ich aus dem Wald herauskam, sah ich den General mit seinem weißen Bart über das Feld reiten und hinter ihm ritten seine Soldaten. Da ritt ich auf ihn zu und gab ihm den Brief und dann wartete ich. Auf dem Briefumschlag stand geschrieben, wann ich den Brief bekommen hatte und da musste der fremde General noch dazu schreiben, wann ich den Brief abgegeben hatte, damit mein General sehen konnte, dass ich schnell genug geritten war. Das schrieb der General auf und dann gab er mir den Briefumschlag zurück. Und dann las er den Brief und schrieb auch gleich einen Antwortbrief an meinen General. Darin stand wahrscheinlich herzlichen Dank und fröhliche Ostern. Als der fremde General mir den Antwortbrief für meinen General gab, da sah er, dass mein Rock noch ganz nass war, denn so viel Kraft hatte die Sonne noch nicht gehabt, dass sie ihn ganz hätte trocken machen können. »Na nun«, sagte der General, »was haben Sie denn gemacht?« Da erzählte ich ihm von dem Osterwasser. Er lachte sehr und sagte, »Na, wenn Sie schon Osterwasser gekriegt haben, dann will ich Ihnen auch ein Osterei schenken.« Er winkte einem Soldaten, der eine große Ledertasche an seinem Pferd hängen hatte. In dieser Ledertasche war das Essen für den General drin. Der General kramte sehr lange in der Tasche herum und dann zog er ein Osterei heraus und schenkte es mir. »War es auch bunt?« fragte das Zwieselchen. »Nein, nur ein bisschen gesprengt. Ich freute mich sehr, denn ich hatte an dem Tag ja noch nicht gefrühstückt. Ich bedankte mich und dann ritt ich wieder zurück.« Auf den Antwortbrief hatte der fremde General nur ein Kreuz gemalt, das bedeutete, dass ich jetzt ganz langsam reiten und mein Pferd richtig verschnaufen lassen konnte. So habe ich auf dem Rückweg in aller Ruhe mein Ei aufgegessen und einmal bin ich an einer Quelle vom Pferd gestiegen und habe einen Schluck Osterwasser getrunken und die Nelke habe ich auch Osterwasser trinken lassen. »Aber du hattest an dem Tag doch schon gesprochen. Da war es doch kein ganz richtiges Osterwasser mehr.« »Ja, das ist wohl wahr, aber es war ja auch kein ganz richtiges Osterei.« Als der Vater soweit erzählt hatte, da waren die beiden wieder zu Hause angekommen und nun ging der Vater in sein Schreibzimmer und das Zwieselchen zu seinen Spielsachen. Ich erzähle euch, wie Ostern immer näher kam und wie Zwieselchen dem Osterhasen begegnete. Weihnachten war nun schon sehr lange her, der Schnee war weggeschmolzen und Ostern kam immer näher. Beim Konditor Brumm gab es schon eine Osterausstellung, da standen im Schaufenster viele Osterhasen, große und kleine, aus Marzipan, Schokolade und Zucker, gelbe Küken, die aus Schokoladeneiern auskrochen und dazu Eier aus allen möglichen guten Sachen. Das Zwieselchen fragte sehr oft, ob denn immer noch nicht bald Ostern wäre und wenn die Mutter oder die Else zu ihm sagte, es müsse noch Geduld haben, dann antwortete es, ich will aber keine Geduld haben, die Generäle haben auch keine Geduld. Ostern ist dieses Jahr recht spät, sagte einmal der Vater zur Mutter. Weihnachten war ja auch recht spät, es war schon ganz dunkel, als der Baum angezündet wurde. Und für sich dachte es noch dazu, wenn Ostern spät ist, dann werde ich am Morgen um so mehr Zeit haben, nach Osterwasser zu gehen. Im Kindergarten wurde sehr viel von Ostern gesprochen, es wurden Hasenspiele gespielt und Hasenlieder gesungen, Häschen in der Grube und gestern Abend ging ich aus. Alles erinnerte an Ostern. Zum Beispiel, wenn der Vater ausging und zur Mutter sagte, auf Wiedersehen, mein Häschen. Dann dachte das Zwieselchen an Ostern. Und als der Vater einmal am Telefon zu seinem Freunde sagte, ja, siehst du, da liegt eben der Hase im Pfeffer, da musste es auch gleich an Ostern denken und ebenso, als es zum Mittagessen einmal falschen Hasen gab. Aber der Osterhase wird doch bestimmt kein falscher Osterhase sein, nicht wahr? Nein, der Osterhase ist immer ein richtiger Osterhase, sagte der Vater. Im Kindergarten haben wir ein Lied von den Osterglocken gesungen. Werden wir zu Ostern auch Osterglocken haben? Ich denke doch, antwortete die Mutter. Das sind die schönen gelben Blumen, die jedes Jahr bei uns vor der Ligusterhecke wachsen. Und denke dir, das sind die einzigen Blumen, die läuten können. Und sie läuten auch nur an Ostern. Ganz so laut, so wie richtige Glocken? Ja, ganz laut. Aber wie kommt es, dass ich sie noch nie gehört habe? Ja, Zwieselchen, das ist so eine Sache. Die Osterglocken kann man nur läuten hören, wenn man das ganze Jahr über brav gewesen ist. Dann kann ich sie bestimmt hören. Wollen wir mal sehen, meinte die Mutter. So ganz sicher bin ich da nicht. Wenn das Wetter schön war, dann war der Kindergarten nicht nur im Zimmer, sondern die Tante Montessori ging mit den Kindern in den Wald. Da durften sie im weißen Sandbuddeln, der gleich hinter den Häusern, unter den Kiefern anfängt. Aber das Zwieselchen hatte es lieber, wenn weiter in den Wald hineinspaziert wurde, weil der Sand zum Buddeln noch zu feucht war, und so gingen sie heute an der Sandstelle vorüber und ein Stück am See entlang und zu dem Bach, wo es richtige Laubbäume gibt und dichtes Unterholz und Gestrüpp und wo man im Herbst Brombeeren pflücken kann. Unter den Kiefern kann man schlecht Versteck spielen. Sie stehen so weit auseinander, dass man alles gleich sieht. Aber am Bach, wo es dicke Eichen gibt und Büsche und Sträucher, an denen jetzt schon die goldgelben Kätzchen hingen, da kann man sich schön verstecken. Darum sagte Bibi, »Tante Montessori, lass uns doch Versteck spielen!« Die anderen Kinder wollten das auch gern, und die Tante Montessori erlaubte es. Zuerst versteckte sich der Bibi, aber seine rote Baskenmütze leuchtete in der Sonne zwischen den Büschen hervor, und darum wurde er schnell gefunden. Das Zwieselchen wollte sich besser verstecken und schlich sich ganz leise und vorsichtig durch die Haselsträucher fort, bis dahin, wo der Wald so dicht ist, dass einen keiner sehen kann. Da blieb es an der großen Eiche stehen und rührte sich nicht, damit niemand es hören sollte. So leise hätte es nun gar nicht zu sein brauchen, denn es war ja weit von den anderen Kindern fort, und es konnte deren Stimmen nur noch undeutlich hören. Vielleicht war es aber doch gut, dass es so mäuschenstill war, denn sonst wäre das nicht geschehen, was ich euch gleich erzählen will. Nämlich? Plötzlich war es ihm, als hätte es dicht in seiner Nähe ein ganz leises Gerasche gehört. Es drehte den Kopf vorsichtig zur Seite, und da sah es, dass sich zwischen den Sträuchern etwas bewegte. Das Zwieselchen hielt den Atem vor Aufregung an, und das Herz klopfte ihm wie ein Spech, der immerzu in einen Kiefernstamm hackt. Denn was da gelegen hatte und sich jetzt aufsetzte und den Kopf mit den langen, langen Ohren emporhob, das war... Also, ihr habt richtig geraten. Natürlich. Es war ein Hase. Was denn sonst? Ein großer Hase, ein alter Hase mit einem weißen Schnurrbart und einem grau-braunen Pelz mit weißen und rötlichen Stellen, und mitten auf der Stirn hatte er einen sternförmigen, weißen Fleck. Er sah sich ein bisschen um, und er blinzelte gegen die Sonne mit seinen großen, großen, freundlichen Augen. »Osterhase, lieber Osterhase!« schrie das Zwieselchen und wollte mit ausgebreiteten Armen auf ihn zulaufen. Aber da zuckte der Hase zusammen und machte einen großen Satz, und da war er auch schon zwischen den Büschen verschwunden. Das Zwieselchen rannte ihm nach, aber weil ja die Hasen so sehr schnell laufen, so konnte es ihn natürlich nicht einholen. Aber es sah ihn doch noch einmal, denn hinter den Büschen war ein kleiner freier Platz, und da blieb der Hase stehen und drehte sich um. Er stellte sich auf die Hinterbeine wie ein Hund, der um einen Knochen bettelt, und streckte die Vorderpfoten sehr freundlich aus, und so ging er dem Zwieselchen ein paar Schritte entgegen. Dabei sagte er etwas, aber das konnte das Zwieselchen nicht recht verstehen. Es klang wie »ä, hä, hä, hä«. »Wahrscheinlich haben die Hasen ebenso wie die Generäle keine große Geduld. Darum wartete der Hase auch nicht ab, bis das keuchende Zwieselchen auf seinen kurzen Beinen angerannt kam, sondern er drehte sich ein paar Mal nach allen Seiten um, und dann lief er davon. »Wo ist der Hase?« Aber der Hase war schon zu weit fort, als dass er das noch hätte hören können. Da stand nun das Zwieselchen und konnte kaum Luft kriegen. So schnell war es gelaufen, und so laut hatte es gerufen, und es hatte ihm alles doch nichts genützt, denn der Osterhase war fort. Das tat dem Zwieselchen natürlich sehr leid, aber traurig sein konnte es nicht, dazu freute es sich viel zu sehr, dass es den Osterhasen gesehen hatte. Es wußte ja nun auch, wo der Osterhase wohnte. Darum kehrte es jetzt um und sah sich das Nest an, in dem der Osterhase gelegen hatte. Es war eine Vertiefung im Boden, darin lagen welke braune Eichenblätter vom vorigen Jahr, und als das Zwieselchen hineinfaßte, da fühlten sie sich noch ganz warm an, weil der Osterhase so lange auf ihn gelegen hatte. Eier aber lagen keine drin, und das war in Ordnung, denn bis Ostern waren es ja noch viele Tage, und der Osterhase bringt ja nur frische Eier. Da konnte er sie nicht schon jetzt gelegt haben. Als es noch am Hasennest stand, da hörte es plötzlich hinter sich etwas Schnaufen und Keuchen und Klingeln, die Blätter rauschten und die Zweige knackten, und als das Zwieselchen sich umdrehte, da saß ein großen, braun und weiß gefleckten Hund, der kam sehr schnell angerannt, seine Augen funkelten, und die lange Zunge hing ihm weit aus dem Hals heraus. Er hatte ein blankes Halsband um, daran hing eine Schelle, und bei jedem Satz, den es machte, hörte man das helle Klingeln. Dazwischen schnupperte der Hund im Laufen am Boden und rannte genau in der Richtung, in der sich der Hase davon gemacht hatte. Das Zwieselchen bekam einen großen Schrecken. Der Hund hatte viel längere Beine als der Hase und konnte furchtbar schnell laufen, darum meinte das Zwieselchen, er könnte den Osterhasen vielleicht doch noch einholen. »Und du, halt!« schrie das Zwieselchen. Aber der Hund hörte nicht, sondern schoss an ihm vorbei, und weiter in den Wald. Das Zwieselchen war voll Angst und Sorge um den Osterhasen, aber es war so gescheit, dass es nicht anfing zu weinen, sondern dass es etwas viel Besseres tat. Wenn es in den Kindergarten ging, dann hängte die Mutter ihm die braune, lederne Frühstückstasche um, die es von den Großeltern zum Geburtstag bekommen hatte, und da wurde ihm jeden Tag ein Apfel und ein Butterbrot hineingetan. Den Apfel hatte es heute schon gegessen, aber das Butterbrot war noch drin. Das riss es flink heraus, warf es dem Hunde nach und schrie, »Da, da, das ist für dich!« Und Leberwurst ist drauf. Ob der Hund das nun verstand, oder ob er die Leberwurst roch, das weiß ich nicht, aber das weiß ich, dass er plötzlich stehen blieb, es nach rechts schnüffelte, und dann nach links, und dann rückwärts. Kaum hat er herausgeschnüffelt, was für ein guter Bissen zwischen den Sträuchern lag, da sprang er schnell hin, beschnupperte das eingewickelte Wurstbrot und fing an, mit Pfoten und Zähnen an dem Papier herumzuzerren. Als er endlich das Papier abgemacht hatte, da legte er sich hin und fraß das Brot auf, und unterdessen war der Hase natürlich schon so weit, dass es keinen Sinn gehabt hätte, ihm noch länger nachzuwenden. Außerdem wurde jetzt in der Nähe gepfiffen, und eine Stimme rief, »Hasso! Hassso! Hierher! Hassso sprang auf und lief schnell zum Zwieselchen und bedankte sich, indem er ihm ein bisschen an den Stiefeln herum schnupperte und dazu mit dem Schwanz wedelte. Gleich darauf fing aber sein Herr wieder an zu pfeifen und zu rufen, und Hassso rannte mit großen Sprüngen davon. Das Zwieselchen kehrte jetzt zu den anderen Kindern zurück, die noch immer Versteck spielten. »Wo hast du dich denn versteckt?« fragte der Bibi. »Wir haben dich ja so gesucht.« »Ich hatte aber auch ein feines Versteck. Da konnte mich keiner finden.« »Na nun, was ist denn mit dir los?« fragte die Tante Montessori. »Du hast ja ganz rote Backen vor Aufregung. Und wie vergnügte Augen du machst.« »Ach, das ist nichts Besonderes. Ich hab mich nur ein bisschen gefreut.« Aber worüber es sich gefreut hatte, das mochte es nicht verraten. Ich erzähle euch, wie Zwieselchen den Osterhasen zum zweiten Mal retten wollte. Es weiß doch jeder, dass die Osterwoche mit dem Palmsonntag anfängt. Und das weiß auch jeder, was Stiepen ist. Und wer es nicht gewusst hat, der kann es jetzt lernen. Wer nämlich am Palmsonntag als erster aufgestanden ist, der darf mit einer Rote aus Palmkätzchenzweigen an alle Betten im Hause gehen, und wenn einer noch schläft, dann darf er ihm die Bettdecke wegziehen und darf ihn hauen. Selbst wenn es der Vater oder die Mutter ist. Und dazu ruft man »Pitsche-Patsche-Dominö« tut die ganze Woche weh. So also ist das mit dem Stiepen. Nächsten Palmsonntag könnt ihr es auch machen. Am Sonnabend vor Palmsonntag hatte die Mutter vom Markt Palmkätzchenzweige mitgebracht und hatte sie in eine Vase getan und auf den Esstisch gestellt. Nach dem Mittag nahm sich das Zwieselchen ein paar Zweige heraus und versteckte sie hinter seinem Bett, um sie am nächsten Morgen gleich zur Hand zu haben. »Ganz, ganz bestimmt will ich morgen als allererster aufwachen und dann gehe ich zur Else und zum Vater und zur Mutter und dann wird aber gestiebt.« Am Nachmittag spielte das Zwieselchen vor dem Hause im Garten und sah durch den Zaun auf die Straße. Das geht nämlich sehr gut, weil der Zaun nicht aus Holz ist, sondern aus geflochtenem Draht. Und da guckte das Zwieselchen sich an, wer alles vorbeikam. Frauen mit Kinderwagen und Männer mit Zigarren und Motorradfahrer und Autos und was weiß ich alles. Plötzlich machte es ganz große Augen, denn da kam ein Radfahrer, der kein gewöhnlicher Radfahrer war. Er hatte eine grau-grüne Joppe an, ein grünes Hütchen auf dem Kopf, eine Tasche an der Seite hängen und auf dem Rücken eine Flinte. Und er fuhr in der Richtung auf den Wald, in der Richtung auf den See und den Bach und die Haselnusssträucher und die Eichen und das Osterhasennest. Das Zwieselchen erschrak sehr. Gerade vor dem Garten hielt der Radfahrer an. Das Zwieselchen lief ganz dicht an den Zaun und fragte, »Du, wo willst du hin? Du willst doch nicht etwa dem Osterhasen etwas antun, das darfst du nicht.« »Ach wo, ich fahre nur in den Wald wie jeden Tag.« Damit nickte er dem Zwieselchen zu, stieg wieder aufs Fahrrad und fuhr schnell weiter. Das Zwieselchen sah ihm nach und war sehr in Sorge. »Ich habe den Osterhasen vor dem Hund gerettet, dann müsste ich ihn doch auch vor dem Jäger retten,« sagte es sich immer wieder, aber wie es das anfangen sollte, das wusste es nicht. Am Abend, als es schon im Bett lag, dachte es immer noch darüber nach und konnte gar nicht einschlafen vor Angst um den Osterhasen. Schließlich schlief es doch ein. Freilich, es war schon ganz spät geworden. Dafür war ihm auch etwas eingefallen. »Ich erzähle euch von einem Klebebrief.« Als das Zwieselchen am Palmsonntagmorgen aufwachte, da kletterte es sehr schnell aus seinem Bett, holte seine Palmzweige hervor und lief im Nachthemd aus dem Zimmer. Aber kaum war es aus der Tür, da hörte es schon den Staubsauber summen. Es sagte nämlich immer Staubsauber für Staubsauger und ganz früher hatte es Staubbausack gesagt. Daran merkte es, dass die Else schon lange aufgestanden war und dass es sich zum Stiepen verspätet hatte. Das war ärgerlich, aber der Vater und die Mutter waren ja auch noch zum Stiepen da und so wollte es schnell in ihr Schlafzimmer. Aber da ging die Tür auf und sie kamen beide heraus, schon fertig angezogen und riefen ihm entgegen, Guten Morgen, Zwieselchen, du kommst ja zu spät zum Stiepen, du hast dich aber tüchtig verschlafen. Wie kam denn das? Ja, wie kam das? Nun, natürlich kam es daher, dass es so spät eingeschlafen war, weil es so lange über den Jäger und den Osterhasen hatte nachdenken müssen. Das fiel ihm jetzt ein und zugleich fiel ihm ein, dass ihm ja gestern Abend im Bett etwas eingefallen war. Es hatte unter seinen Sachen ein kleines Heft mit sehr schönen Bildern, auf denen lauter feine Damen in Pelzmänteln zu sehen waren. Es war einmal mit der Post gekommen und die Eltern hatten gesagt, sie brauchten es nicht. Es war auch etwas mit ganz dicken und großen Buchstaben darauf gedruckt. Wir raten Ihnen zur Vorsicht beim Ankauf von Pelzwaren stand da drauf. Und dieses Heft fand die Else besonders schön und darum hatte sie auch oft das gedruckte vorgelesen. Ach, Else, bitte lies es mir doch noch einmal vor. Na, jetzt habe ich keine Zeit, ich muss das Frühstücksgeschirr abwaschen. Nur den Anfang, Else, das dauert doch nicht lange. Da las die Else, wir raten Ihnen zur Vorsicht beim An... Nur bis dahin, Else. Jetzt zeige mir bloß noch, wo Vorsicht gedruckt steht. Die Else zeigte auf die Stelle und das Zwieselchen machte sich rasch mit dem Fingernagel einen Strich hin. Warum musst du denn das wissen? fragte die Else. Aber darauf gab es keine Antwort. Es sagte bloß, Dankeschön, und lief weg. Aus dem Papierkorb neben Mutters Schreibtisch holte es sich einen Briefbogen, der auf der einen Seite noch leer war, so dass man darauf einen Brief schreiben konnte. Einen Brief an den Osterhasen. Jetzt schreit ihr natürlich alle, aber das Zwieselchen konnte doch noch gar nicht schreiben. Da habt ihr freilich recht, aber den Brief an den Osterhasen hat es doch fertig gekriegt. Hört nur zu. Aus einer Zeitung im Papierkorb schnitt es sich mit der Schere aus Mutters Nähkasten ein Bild vom Osterhasen heraus. Das klebt es auf den Briefbogen, dann holt es sich sein Struvelpeterbuch, das leider schon ganz auseinandergefallen und zerrissen war, so oft hatte es schon darin gelesen. Da, wo die Geschichte vom wilden Jäger und dem Hasen ist, da war es besonders zerrissen. Darum war es nicht weiter schade, dass es ein Bild vom Jägersmann herausschnitt und das wurde neben das Hasenbild geklebt. Dann schnitt es die ersten Worte aus dem Pelzheft heraus bis zu dem Strich mit dem Fingernagel und klebte sie darunter. Und nun war der Brief fertig. Rundherum sah man die Kleckse von dem Kleister und das Zwieselchen konnte kaum die Finger von dem Papier losmachen, so klebrig waren sie geworden. Da war also erstens ein Osterhasenbild und zweitens ein Jägerbild und darunter stand, »Wir raten Ihnen zur Vorsicht!« Gewiss würde der Osterhase verstehen, was das bedeutete, nämlich, dass er sich vor dem Jäger in Acht nehmen sollte. Das Zwieselchen ging zum Vater und bat um einen Briefumschlag. »Wozu denn das?« fragte der Vater. Das Zwieselchen wurde rot und sagte, »Das ist ein Ostergeheimnis!« Und da lachte der Vater und gab ihm einen Briefumschlag. In den Umschlag kam der Brief und auf den Umschlag malte es drei Kreuze, damit der Osterhase den Brief auch recht schnell bekommen sollte. Aber in den Briefkasten wollte es den Brief nicht stecken, denn es war ja Sonntag und da wurde der Kasten nur einmal geleert und dann kamen die Briefe noch auf die Post. Da konnte es, wer weiß, wie lange dauern. Nein, der Brief musste zum Hasennest gebracht werden. Aber es wusste nicht, wie es dahin kommen sollte, denn allein durfte es nicht so weit fort in den Wald und im Kindergarten waren Ferien und die Eltern und die Else konnte es nicht bitten, mit ihm hinzugehen, weil es doch ein Geheimnis bleiben sollte und außerdem hatten die keine Zeit, denn der Vater saß in seinem Schreibzimmer und die Mutter wirtschaftete mit der Else in der Küche herum. Aber da saß gerade aus dem Fenster und wen saß? Den Onkel Sebastian, der gerade von der Straße aus die Gartentür aufklinkte. Es brüllte Hurra und rannte ihm entgegen und schrie, Onkel Sebastian, Onkel Sebastian, ach bitte, bitte, du musst gleich ein bisschen mit mir spazieren gehen. Donnerwetter, sagte der Onkel Sebastian lachend, das ist ja eine sonderbare Begrüßung, wenn man sich ein halbes Jahr nicht gesehen hat. Darf ich nicht wenigstens erst ins Haus und deinen Eltern guten Tag sagen? Ach, der Vater schreibt und die Mutter ist in der Küche und wir sind ja auch so schnell wieder zurück. Ach, bitte, bitte, Onkel Sebastian. Der Onkel Sebastian wunderte sich allerdings sehr, aber ihr wisst ja, wie er ist und darum werdet ihr euch nicht wundern, dass er mit dem Zwieselchen spazieren ging. Aber nicht fragen, was ich mit dem Brief will, das ist nämlich ein Ostergeheimnis. Also fragte der Onkel Sebastian nicht und als sie bei den Eichen im Walle waren, da musste er einen Augenblick warten. Das Zwieselchen rannte mit seinem Brief weg und kam ohne den Brief wieder. Der Osterhase war gerade nicht zu Hause gewesen und Eier hatten in dem Nest auch nicht gelegen, aber nun lag der Brief drin und wenn der Hase zurückkam, dann musste er ihn finden und würde sich vor dem Jäger in Acht nehmen. Ich erzähle euch alles, was am Ostersonntag geschah. Drei Tage vor Ostern ist Gründonnerstag. Da gibt es mittags grüne Kräutersuppe, dann grünen Spinat mit Ei und zuletzt grünes Apfelmus. Das Zwieselchen fand aber noch etwas Grünes, nämlich einen kleinen Farbenklecks auf dem Küchentisch und als es genauer zusah, da entdeckte es auf dem Fußboden ein paar winzige, bunte Spritzer, rote, blaue und gelbe. Da rief es Hurra! Der Osterhase ist schon in unserer Küche gewesen, man sieht seine Spuren, die sind aber anders als Hasenspuren im Schnee. Danach wachte es noch dreimal auf und beim dritten Mal wusste es, heute ist Ostern und ich habe nicht verschlafen und jetzt gehe ich nach Osterwasser. Erst hole ich es für mich zum Trinken und Waschen, damit ich groß und stark und klug werde und immer gesund bin und dann gieße ich die Ananas, so wie der Vater es mir erzählt hat. Es kletterte also ganz eilig aus seinem Bett, sog sich nichts an als seine Morgenschuhe und seinen kleinen Bademantel und schlich auf den Fußspitzen die Treppe hinunter. Wie es in die Küche kam, da hörte es die Else unten im Keller Kohlen holen. Die Else also würde es nicht nassgießen können, das war schade, aber zugleich war es doch gut, dass die Else schon auf war, denn sonst wäre ja die Tür zum Garten noch verschlossen gewesen. Die konnte es nicht allein aufschließen. Das Zwieselchen ging über die Veranda in den Garten, die Sonne schien schon ein bisschen, aber es war doch noch sehr kalt, und es zitterte ein bisschen, weil es nichts an hatte als seine Morgenschuhe, sein Nachthemd und seinen Bademantel. Aber weil es sich doch so gern Osterwasser holen wollte, so kümmerte es sich nicht um die Kälte, sondern lief tapfer zum Wasserhahn, an dem der Schlauch immer angeschraubt wurde, wenn der Garten gesprengt werden sollte. Es drehte am Hahn, aber der wollte sich nicht bewegen, wahrscheinlich war er das nicht mehr gewohnt, weil der Garten doch seit dem Herbst nicht mehr gesprengt wurde. Es riß und rüttelte und drehte und wurde ganz rot vor Anstrengung. Da gab der Hahn plötzlich nach und das Wasser schoss in einem dicken Strahl heraus und es spritzte so, dass das Zwieselchen ganz nass wurde und sich schüttelte. Aber weil es doch Osterwasser war, darum schrie es nicht, sondern hielt die Hände hin und schluckte das eiskalte Wasser hinunter und wusch sich tapfer das Gesicht. Dann wollte es den Hahn zudrehen, aber ob er sich nun weder nicht recht bewegen ließ oder ob es in seiner Aufregung nach der falschen Seite drehte, das Wasser schloss immer stärker. Es lief dem Zwieselchen in die Schuhe und wenn es so weiter ging, dann musste bald der ganze Garten unter Wasser stehen. Und wenn der Osterhase kam, um die Eier zu verstecken, das Zwieselchen schrie in seiner Angst und und Else, Else, denn jetzt durfte es schreien, weil es das Osterwasser schon getrunken und sich schon mit ihm gewaschen hatte. Zum Glück hörte die Else es gleich, sie kam gelaufen und drehte den Hahn zu und sagte, na sowas, was hast du denn bloß angestellt? Ich wollte mir nur Osterwasser holen und ich habe mir auch welches geholt. Ach du, sagte die Else und trug es schnell ins Haus und da wurde es dann trocken gerieben und angezogen. Aber mit dem Nassgießen war es nichts mehr, denn jetzt waren die Eltern auch schon aufgestanden und sagten fröhliche Ostern. Nach dem Frühstück wurde es noch ein bisschen zu seinen Spielsachen geschickt, aber es mochte eigentlich gar nicht spielen, weil es immer glaubte, vielleicht käme gerade jetzt der Osterhase in den Garten. So war es wohl auch, denn plötzlich rief die Mutter Zwieselchen, komm, wir wollen in den Garten gehen, ich glaube beinahe, es ist jemand da gewesen. Ja, da war nun wirklich der Osterhase gewesen, denn gleich beim ersten Blick sah das Zwieselchen ein rotes Ei aus den dunkelgrünen Zweigen des Lebensbaumes hervorleuchten und hinter dem Baum stand der große braune Hase, der jede Ostern wiederkam. Wenn man ihm den Kopf abnahm, dann war er innen hohl und mit lauter kleinen Zucker und Schokoladeneierchen gefüllt. Aber das Zwieselchen sah gar nicht erst lang in den hohlen Hasen hinein, sondern stürzte jubelnd quer über den Rasenplatz auf das grün gestrichene Turngerät zu, weil in den Löchern zum Einstecken der Reckstange auch etwas Buntes schimmerte. Und von da ging es zum Erdbeerbeet und zum Rosenbeet und zur Ligusterhecke und zum Apfelbaum und zum Efeugerang an der Veranda und was weiß ich wohin noch sonst überall. Hier gab es ein schokoladenes Nest mit Marzipaneiern drin, hier gab es durchgeschnittene Eier, bei denen das Gelbe aus dem Weißen hervorguckte, hier war ein Bonbonhäschen und hier ein rosa und weiß gesprenkeltes Seifenei, so schön, dass das Zwieselchen bestimmt nicht schreien wollte, wenn ihm davon mal Seifenwasser in die Augen kommen würde. Und dann noch Hühnereier in allen Farben. Es war noch mitten im Suchen, da klingelte das Telefon. Der Vater ging hin und als er wiederkam, sagte er, Zwieselchen, spring rasch mal hinüber zu der Frau Schulze nebenan, sie möchte an unser Telefon kommen, ihre Schwester hat angerufen. Es rannte schnell hin und in der Hand hatte es noch ein kleines weißes Zuckerei mit blauen Tupfen. Bis die Frau Schulze aus der Küche kam, musste es ein wenig in ihrem Vorzimmer warten, er stellte sich an das Vogelbauer und besah sich den Kanarienvogel. Da fiel ihm ein Spaß ein, mit dem es der Frau Schulze eine Freude machen und sie zugleich ein bisschen anführen konnte. Es schob das kleine Zuckerei rasch zwischen den Gitterstäben hindurch in den Käfig. Da würde die Frau Schulze denken, der Kanarienvogel hätte zu Ostern ein Ei gelegt. Kaum war das Ei im Käfig, als auch schon die Frau Schulze kam. Das Zwieselchen wünschte ihr fröhliche Ostern und richtete seine Bestellung aus und lief schnell zum Weitersuchen in den Garten zurück. Der Osthase ist schon wieder da gewesen. Hinter dem Fliederbusch habe ich vorhin ein grünes Ei gefunden und genau an derselben Stelle liegt jetzt ein rotes Vater, Mutter, habt ihr ihn gesehen? Nein, wir waren einen Augenblick hineingegangen, antwortete der Vater. Ja, und da gerade, da musste ich fort sein. Vielleicht ist der Osterhase auch im Wohnzimmer gewesen, meinte die Mutter, für alle Fälle könntest du dich da umsehen. Wirklich fand es auch im Wohnzimmer noch Eier, und dann geschah etwas Merkwürdiges. Das Zwieselchen hob das Sofakissen in die Höhe und fand darunter ein kleines Nougat-Ei in Silberpapier, aber wie es das aufhob, da fiel es ihm aus der Hand und war verschwunden. Es suchte nach ihm und fasste in die Sofaritze, so tief es konnte, und als es die Hand wieder heraus zog, da war ein altes Bonbon-Ei drin, ganz staubig und grau und verklebt, und alle sahen es verwundert an, und dann rief die Mutter, na, das ist doch toll, da hat sich ja ein Ei von vorigen Ostern verkrochen. Das Zwieselchen legte das alte Bonbon-Ei zu den übrigen Eiern ins Körbchen und steckte seine kleine Hand in die Ritze in der anderen Sofa-Ecke. Da fand es gleich zwei Sachen, nämlich zuerst das Nougat-Ei und dann etwas, das überhaupt kein Ei war. Aber gerade das machte an diesem Ostermorgen allen noch viel, viel mehr Freude, als wenn es das schönste Ei von der Welt gewesen wäre. Mutter, da ist der Dein Ring! Und die Mutter schrie ganz laut auf vor Freude und drückte das Zwieselchen an sich und küsste es und dann steckte sie sich den Ring an den Finger und hatte beinahe Tränen in den Augen. Die Sonne schien auf den großen lila Stein und man konnte kaum hinsehen. So blitzte und funkelte er. Das Zwieselchen war mächtig stolz und als es jetzt klingelte und der Onkel Sebastian kam, da sprang es ihm gleich entgegen, erzählte ihm von dem wiedergefundenen Ring. Da klingelte es zum zweiten Mal und jetzt kam die Frau Schulze. Na, dir muss ich was erzählen, sagte sie, denke dir, mein Kanarienvogel hat ein Ei gelegt und dabei ist er doch ein Männchen. Dann hat er sich gleich drauf gesetzt und so stark gebrütet, dass dieser Vogel aus dem Ei ausgekrochen ist. Da, ich schenke ihn dir zum Andenken. Und so kriegte das Zwieselchen von der Frau Schulze ein Die Frau Schulze wollte schon wieder gehen, aber da drehte sie sich noch einmal um und fragte »Sage mal, hast du denn auch die Osterglocken läuten hören?« »Nein, aber nächste Ostern will ich sie ganz gewiss hören.« Kaum war die Frau Schulze fort, da hörte das Zwieselchen aber etwas anderes läuten. Es wurde nämlich zum dritten Mal an der Haustür geschellt und als es aufmachte, da warst der alte Briefträger mit dem grauen Bart und der Brille und dem blauen Bleistift hinter dem rechten Ohr. »Bist du das Zwieselchen?« fragte er, »dann habe ich nämlich einen Brief für dich. Aber weil es ein Einschreibebrief ist, darum musst du hier auf diesem Zettel unterschreiben, dass du ihn richtig bekommen hast. Kannst du denn schon schreiben?« »Da helfe ich mit«, sagte der Onkel Sebastian, der eben dazukam. Der Briefträger gab ihm den dicken blauen Bleistift in die Hand, und der Onkel Sebastian nahm Zwieselchens Hand in seine Hand und führte sie, und so war der Zettel im Augenblick unterschrieben. Es war furchtbar stolz auf den Brief und furchtbar neugierig, was da wohl drin stand. Auf dem Umschlag gleich neben den Marken waren drei dicke Kreuze hingemalt, darum war der Brief auch noch rechtzeitig am Ostersonntag angekommen. Das Zwieselchen machte den Umschlag auf, da fiel nicht nur ein Brief heraus, sondern auch eine Fotografie, ein Hase, der im Wald zwischen Eichen und Haselsträuchern in seinem Nest tockte. Der Osterhase, lese vor, Onkel Sebastian. Das will ich gern tun. Ich glaube, diese Handschrift kennt niemand so gut wie ich, sagte der Onkel Sebastian, und dann las er. Liebes Zwieselchen, ich danke dir schön für deinen Brief, ich habe ihn gleich verstanden und darum habe ich mich vor dem Jäger in Acht genommen und ich konnte kommen und Eier für dich verstecken. Zum Andenken schenke ich dir meine Fotografie, weil du so gut zu mir warst, habe ich noch ein ganz besonderes Osterei für dich gelegt. Du musst im Vorzimmer suchen, dein alter Freund der Osterhase. Das Zwieselchen griff gleich in die Ecke mit den Gummischuhen, aber da war nichts. Es sah in den Handschuhkasten, aber da war auch nichts. Es griff hinter die Regenschirme, und da war etwas. Da war ein Osterei, größer als ein Ball. Es war weiß mit bunten Blumen drauf und einem goldenen Rand und fühlte sich ganz schwer an. Es war zum Aufmachen, und darum machte das Zwieselchen es so schnell auf, wie es nur konnte. In einem Nest von süßen Eiern lag ein Hase aus Blech mit richtigen Fellohren. Der Onkel Sebastian nahm ihn heraus und sagte, Ich glaube, der lässt sich aufziehen, lass es mich einmal versuchen. Und wirklich, der Onkel Sebastian hatte recht. Er drehte ein bisschen an dem Hasen herum, dann setzte er ihn nach den Fußboden, und der Hase machte ein paar Sprünge, darauf blieb er stehen, richtete sich auf, machte ein Männchen und tanzte, ganz so, wie es der Osterhase gemacht hatte, als es ihm begegnet war. Das Zwieselchen quiekte laut vor Freude, dass der Vater und die Mutter ins Vorzimmer gelaufen kam und fragten, was es gäbe. Da zeigte es ihnen den Brief und das Riesenei und den tanzenden Hasen und erzählte ihnen, wie alles gekommen war. Und dann lief es in die Küche, um auch der Elsa alles zu zeigen und zu erzählen. Als es ins Wohnzimmer zurückkam, sah es da anders aus als sonst. Der runde Tisch vor dem Sofa war ans Fenster gerückt und der große Teppich lag frei, aber er war an den Rändern von zusammengerollten Decken eingefasst. An der einen Schmalseite des Teppichs war ein Stoß Bücher aufgebaut und von dem führte ein längeres schräg hingelegtes Buch wie eine Rutschbahn auf den Teppich hinunter. »Was Was ist denn das?« fragte das Zwieselchen erstaunt. »Ich habe dir doch versprochen, zu Ostern ein neues Spiel mit dir zu spielen, sagte der Vater. Das Spiel heißt Eier kullern und jetzt fangen wir an. Damit nahm er ein buntes Hühnei aus dem Körbchen, setzte es oben auf das schräge Buch und ließ es los. Da rollte es hinunter und fast über den ganzen Teppich. Erst kurz vor der Decke am Teppichrand blieb es liegen. »Jetzt kommt der Onkel Sebastian dran«, sagte der Vater. Der Onkel Sebastian nahm auch ein Ei und setzte es auf die Rutschbahn. Er ließ es los und es rollte genau auf das andere Ei zu, aber es kam nicht ganz so weit, sondern blieb vorher liegen. Der Vater nahm ein neues Ei und kullerte so geschickt, dass er die beiden Eier, die auf der Bahn lagen, zugleich traf, und da durfte er sie fortnehmen und behalten. Das Zwieselchen hatte sehr neugierig zugesehen und hatte bald verstanden, wie man es machen musste. Jetzt fing erst das richtige Spiel an. Jeder bekam sechs Eier. Wenn ein Ei das andere traf, dann sagte es »Tick« und dann durfte man es nehmen und behalten und durfte gleich noch einmal das hatte und das Ei immer so halten, dass die Spitze dahin zeigte, wohin es rollen sollte. Und man legte die Eier mehr oben oder mehr unten auf die Rutschbahn, je nachdem, ob sie weit rollen sollten oder weniger weit. Nur schubsen durfte man sie nicht, sondern bloß loslassen, dann rollten sie ja von selbst. »Das ist ein herrliches Spiel«, rief das Zwieselchen, als es einmal drei Eier nacheinander getroffen hatte. Und als der Vater einmal ein Schokoladenei ausrollte, da traf es auch. Die Mutter kam herein und rief zum Mittagessen. »Ach, wie schade, ich könnte das noch viele Stunden weiterspielen.« Die Mutter sagte, »Ich bin ja froh, dass du mir meinen Ring wiedergefunden hast, und zur Belohnung darfst du für morgen Nachmittag alle deine Kindergartenfreunde einladen, den Bibi und die Rot und den Hannemann und den Walter und den Rudi und die Maria, und dann wollen wir alle zusammen Eier kullern. So wurde es denn auch gemacht. Alle kamen und kriegten Kakao und Kuchen und das Zwieselchen ließ seinen Hasen tanzen. Dann wurden Eier gekullert und der Vater und die Mutter und der Onkel Sebastian spielten auch mit und alle waren sehr vergnügt. Berna Bergengrün Zwieselchens große Reise Ich erzähle euch, wie Zwieselchen sein eigenes Beet bekam und was darin wachsen sollte. In der Zeit vor Ostern war der Garten umgegraben und in Ordnung gebracht worden. Das Zwieselchen hatte sich aber wenig darum gekümmert, denn es hatte ja so viel an den Osterhasen denken müssen und da war für andere Dinge nicht mehr sehr viel Raum in seinem Kopf gewesen. Sehr groß war dieser Kopf ja auch noch nicht. Immerhin war ein halbes Jahr vergangen, seit es mit dem Onkel Sebastian im Zoo gewesen war und in diesem halben Jahr war es ein halbes Jahr älter geworden. Auch klüger war es geworden, so dass es jetzt schon ziemlich richtig zählen konnte. Und etwas größer geworden war es auch, obgleich noch nicht so groß wie die meisten von euch, aber mit der Zeit wird das auch noch, darauf könnt ihr euch verlassen. Kurz nach Ostern, so kurz, dass noch nicht einmal alle Ostereier aufgegessen waren, rief die Mutter eines Tages aus dem Garten, dies hier wird dein Beet, das gehört dir allein, da kannst du pflanzen und säen, was du willst, nur musst du es immer tüchtig begießen und das Unkraut ausjäden. Da freute das Zwieselchen sich sehr und grub sein Beet fleißig um. Dann fragte die Mutter, na, was möchtest du denn gern in deinem Beet haben? Ich muss noch ein bisschen nachdenken. Von da an dachte es nach. Wisst ihr, was es nachdachte? Es dachte nach, dass doch viele Dinge, die sehr gut schmecken, aus der Erde herauswachsen, und weil diese Dinge in vielen anderen Gärten wachsen, darum sollten sie auch bei ihm wachsen. Am liebsten würde ich eine Stachelkastanie in mein Beet stecken und aufpassen, ob nicht wieder eine Kokosnuss daraus wird. Der Onkel Sebastian hat freilich gesagt, die wachsen nur in Manteltaschen oder in heißen Ländern, aber im Sommer ist bei uns ja auch manchmal heißes Land. Aber vielleicht hat der Onkel Sebastian bloß wieder Spaß gemacht. Leider gibt es im Frühling noch keine Stachelkastanien und so konnte es dann auch keine in sein Beet stecken. Stattdessen steckte es etwas anderes hinein, nämlich ein paar Apfelsinenkerne, ein paar Apfelkerne und einen Kirschkern. Den Kirschkern hat es sich heimlich aufgehoben, als es eingemachte Kirschen gegeben hatte, und die anderen Kerne hatte es von seinem Obstfrühstück genommen. An Mutters Geburtstag das Zwieselchen hatte auch ein Gedicht aufgesagt, da gab es Ananas mit Schlagsahne. Es fand, dass ihm noch nie etwas so herrlich geschmeckt hatte, und dass in seinem Beet auch ein Ananasbaum wachsen müsste. Als die Mutter ihm zum zweiten Mal Ananas mit Schlagsahne auf den Teller gegeben hatte, da schob es ein wenig die Hand vor und brachte heimlich ein kleines Stück Ananas in seine Tasche. Das sollte nachher in sein Beet gepflanzt werden. Gleich nach dem Essen lief es in den Garten und zog das Ananas Stückchen aus der Tasche. Es war ein bisschen zerquetscht und sah nicht mehr ganz so appetitlich aus wie bei Tisch, aber es dachte, dass es trotzdem noch recht gut schmecken müsste. Das Zwieselchen saß lange an und drehte es zwischen den Fingern und die Finger wurden davon ebenso klebrig, wie die Tasche geworden war. Endlich leckte es die Finger ab, das schmeckte wunderbar, und dabei kam ihm ein Gedanke, der auch wunderbar schmeckte. Also lief es schnell in die Küche. Die Else war nicht drin, weil sie noch den Tisch im Esszimmer abräumte. Also ging es an den blauen Mülleimer in der Ecke und holte ein Stück von der harten Ananass Schale heraus. Dann sprang es wieder in den Karten und steckte das Ananas Stückchen in den Mund und das Schalen Stückchen in sein Beet. Hast du dir jetzt überlegt, was du in deinem Beet haben möchtest? fragte die Mutter. Ja, aber das ist noch ein großes Geheimnis. Es wird nämlich eine Überraschung geben, und darum kann ich es nicht erzählen. Na schön, sagte die Mutter, sieh nur zu, dass du das Begießen nicht vergisst. Nein, das Begießen vergaß es nicht. Es hatte einmal eine kleine grüne Gießkanne geschenkt bekommen, die wurde jeden Morgen und jeden Abend dreimal gefüllt und auf das Beet gegossen, wo die Kirschen und die Äpfel und die Apfelsinen und die Ananas wachsen sollten. Und wenn es Herbst wird, dann kommt auch noch eine Stachelkastanie dazu. Morgens, gleich nach dem Aufstehen und gleich nach dem Kindergarten und gleich nach dem Mittagessen und gleich nach dem Aufstehen vom Mittagsschlaf, lief das Zwieselchen an sein Beet und sah nach, ob da nicht etwas gewachsen war. Eines Tages zeigten sich ein paar kleine grüne Spitzen und es war sehr froh und dachte nach, welches wohl die Spitze vom Ananasbaum und welches die Spitzen von den anderen Obstbäumen wären. Die Spitzen wurden immer größer und schließlich sagte die Mutter, du musst dein Beet aber nicht nur begießen, sondern auch das Unkraut ausjäten. Das ist kein Unkraut, bitte sehr, das ist eine Aber dann fiel ihm ein, dass das ja ein Geheimnis sein sollte und es machte den Mund schnell wieder zu. So, meinte die Mutter, es sieht aber sehr ähnlich aus wie Unkraut und darum würde ich es doch lieber ausjäten. In der Nacht kam ein großer Regen, darauf wuchs alles noch einmal so schnell, am nächsten Tage musste auch das Zwieselchen merken, dass der Ananasbaum eine Melde war, der Apfelseenbaum eine Quecke, der Kirschbaum eine Kleepflanze und der Apfelbaum eine Butterblume. Nun ärgerte sich ein bisschen und rupfte das Unkraut aus. Dann sagte er sich aber, jetzt werden meine Bäume viel schneller wachsen. Einmal war der Onkel Doktor da gewesen und von da an bekam das Zwieselchen nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen und nach dem Abendbrot ein dickes, süßes, braunes Zeug, jedes Mal einen Löffel voll. Damit du groß und stark wirst, Zwieselchen, hatte die Mutter gesagt. Die Flasche stand auf der Kommode im Esszimmer und das Zwieselchen war von dem Zeug schon so groß und stark geworden, dass es bequem zur Kommode hinauf langen konnte. Darum langte es sich ein paar Mal, wenn niemand in der Nähe war, die Flasche herunter, lief mit ihr in den Garten und tröpfelte etwas in sein Beet, damit die Bäume auch groß und stark würden. Wirklich fing wieder etwas Grünes an, aus dem Beet zu wachsen. Diesmal soll es aber ganz gewiss kein Unkraut sein. Das sah man ihm nach ein paar Tagen auch schon ganz deutlich an, dass es weder eine Melde war, noch eine Quecke, noch eine Klee-Pflanze, noch eine Butterblume, sondern ein Ananasbaum, ein Apfelsehnenbaum, ein Kirschbaum oder ein Apfelbaum. Aber leider kam in der Nacht eine Katze aus der Nachbarschaft in den Garten und zerkratzte das ganze Beet. Ach, sagte die Else, hättest du doch lieber Feuerbohnen in dein Beet gesteckt, die wachsen im Handumdrehen. Das ist freilich wahr, alle anderen Pflanzen im Garten wuchsen viel schneller. Warum? Nämlich weil seine Bäume so viel größer werden sollten als das Übrige. Darum brauchten sie auch mehr Zeit. Ebenso wie die Menschen viele Jahre brauchen, um so groß zu werden, wie der Vater oder die Mutter. Aber die Marienkäferchen sind schon nach sieben Tagen so erwachsen wie ihre Eltern und haben und haben sieben schwarze Punkte auf ihrem roten Rock für jeden Tag einen. Wenn das Zwieselchen auch weder der Mutter noch dem Vater noch der Else erzählte, was aus seinem Beet herauswachsen sollte, einem Menschen erzählte es das doch, und dieser Mensch war der Onkel Sebastian, der in den Pfingsttagen zu Besuch gekommen war. Vielleicht dauert es deswegen so lange, weil ich alles gleich in den Boden gesteckt habe, sagte es zum Onkel Sebastian. Neulich hat die Mutter wegen neuen Sträuchern mit einer Baumschule telefoniert, und da habe ich gedacht, vielleicht hätte ich meine Kerne und das Stückchen von der Ananassschale lieber erst in die Baumschule schicken sollen, damit sie da schneller wachsen gelernt hätten. Tja, das wäre wohl am besten gewesen. meinte der Onkel Sebastian. Aber nun musst du schon Geduld haben. Außerdem ist die Kokosnuss ja auch noch nicht zur Baumschule gegangen, sondern hat bloß in meiner Manteltasche das Wachsen gelernt, und groß geworden ist sie doch. Na, wenn du es sagst, Onkel Sebastian, dann will ich also Geduld haben. Ich erzähle euch, wie Zwieselchen einen kleinen Zoo haben wollte, wie die Erdbeere auf der Brieffage gewogen wurde und das Zwieselchen kein Glück hatte. Weil der Onkel Sebastian da gewesen war, der das Zwieselchen damals in den Zoologischen Garten mitgenommen hatte, so dachte es jetzt wieder viel an den Zoo und meinte, es würde noch mehr Spaß am Garten haben, wenn der Garten ein bisschen so ähnlich wäre, wie der Zoologische Garten. Aber es gab nur ganz kleine Tiere, Schmetterlinge und Marienkäfer und Regenwürmer und Fliegen, und mit denen kann man doch keinen richtigen Zoo machen. Darum ging das Zwieselchen zu seinem Vater und sagte, wir wollen uns doch einmal ein richtiges großes Tier für unseren Garten kaufen, ein Löwen oder ein Tiger. Der Vater dachte einen Augenblick nach und sagte dann, ja, dazu hätte ich auch Lust, aber ich glaube, es wird doch nicht gehen, denn so ein Löwe oder Tiger zerkratzt einem die ganzen Erdbeerbeete. Ein bekannter Löwe von mir, der bei meinem Freund im Garten wohnte, hat auch immer alle Beete zerkratzt und der Arme hat keine einzige Erdbeere zu essen gekriegt. Aber wir können ja den Löwen in einen Käfig tun. Das ist richtig, rief der Vater ganz froh, das ist ein sehr guter Gedanke. Aber da fällt mir etwas anderes ein, nämlich, wie sollen wir ihn füttern? So viel Fleisch, wie ein Löwe frisst, können wir nicht kaufen. Ach ja, es muss wohl so sein, wie der Vater sagte. Plötzlich schrie das Zwieselchen, Hurra, jetzt habe ich es, eine Giraffe wollen wir kaufen, die wird nämlich überhaupt nicht gefüttert, am Giraffenhaus im Zoo hängt eine bedruckte Tafel, und ich habe den Onkel Sebastian gebeten, sie mir vorzulesen, und da stand darauf, Füttern strengstens verboten. Schön, sagte der Vater, wenn ich das nächste Mal am Giraffenmarkt vorbeikomme, dann will ich mal sehen, ob eine passende zu verkaufen ist. Natürlich muss sie erst lernen, im Winter den Schnee von unserem Dach herunter zu pusten, damit sie ein nützliches Haustier ist. Wenn sie das richtig gelernt hat, dann darf sie kommen. Erinnere mich doch im nächsten Jahr noch einmal daran. Aber das Zwieselchen hätte so gern auch dieses Jahr schon ein Tier im Garten Tier ankam. Im Garten gab es eine Sandbox, die war aus Grün gestrichen im Holz und hatte in der Mitte schönen weißen Sand. Eines Abends beim Gießen der Beete rief die Mutter, sieh einmal, wer in deiner Sandbox sitzt. Das Zwieselchen kam angelaufen und wer saß in der Sandbox? Kein Löwe und kein Regenwurm, keine Giraffe und kein Marienkäferchen, sondern ein Igel Er rührte sich nicht, schaute aber sehr freundlich um sich. Der muss jetzt immer bei uns bleiben, dem baue ich ein wunderbares Haus. Und dann holte es eine Schippe und baute ein wunderbares Sandhaus so groß, dass der Igel bequem drin Platz hatte. Und vor den Eingang wurden zwei grüne Zweige gesteckt und auf das Dach kam eine Konservenbüchse zur Verzierung. Das Zwieselchen dachte sich, dass der Igel in seinem Haus herrlich schlafen müsste, weil man in der Sandbox doch immer so müde wurde. Denn den weißen Sand hatte ja der Sandmann gebracht. Und das wusste das Zwieselchen seit langem, dass man schläfrig wurde und dass einem die Augen zufielen, wenn der Sandmann kam. So, jetzt ist es fertig, jetzt soll er hineingehen. Aber der Igel sah sich noch ein bisschen an und dann drehte er sich um. Er will nicht. Igel, geh doch in dein schönes Haus. Wir wollen ihm etwas hineinstellen, meinte die Mutter und holte ein kleines Blechschälchen mit Milch. Und unterdessen hatte der Igel sich wenigstens wieder umgedreht. Er hat es gesehen. Und wirklich ist der Igel in sein neues Haus eingezogen und hat die schöne Milch getrunken. Am nächsten Morgen da war nichts mehr in dem schönen Sandhaus als das leere Blechschälchen. So hatte das Zwieselchen mit seinem Obstgarten nicht sehr viel Glück und mit seinem kleinen zoologischen Garten auch nicht, aber die Mutter hatte sehr viel Glück mit ihren Erdbeeren und von diesem Glück bekam das Zwieselchen auch etwas. Jeden Morgen nach dem Frühstück ging die Mutter mit ihm zu den drei Erdbeerbeeten, von denen jedes so groß war wie der Esstisch. Manchmal kam auch der Vater mit und wenn dann angerufen wurde und die Else ihn ins Haus rufen wollte, dann schrie er zurück Sagen Sie ich kann nicht kommen, ich bin in der Ernte. Den Teller mit den reifen Erdbeeren trug der Vater in die Küche, als ob er so schwer wäre, dass er ihn kaum schleppen könnte und darüber musste das Zwieselchen immer wieder lachen. Dann wurden die Erdbeeren auf der Briefwaage gewogen und nach dem Mittagessen gab es Erdbeeren mit Milch und Zucker zum Nachtisch. So sagte die Mutter eines Morgens nach dem Erdbeeren wiegen, jetzt haben wir im Ganzen schon zehn Pfund geerntet. Von jetzt an gehört die Erdbeerernte dir, meins Zwieselchen, du darfst allein pflücken und alles allein aufessen. Darüber freute er sich sehr. Am Morgen darauf waren aber leider bloß fünf Erdbeeren zu ernten. Es aß sie auf und dachte, morgen müssen es aber wieder so viele sein wie sonst. Aber am nächsten Tag waren nur drei Erdbeeren reif geworden. Am übernächsten waren es vier, dann zwei Tage hintereinander, bloß eine einzige und dann kam gar keine mehr. Jetzt war es doch ein bisschen ärgerlich darüber, dass keine Erdbeeren mehr kamen und dass aus dem Garten kein zoologischer Garten werden sollte und dass der Ananasbaum und die Apfelsinenbäume und der Kirschbaum und die Apfelbäume immer noch nicht aus der Erde wuchsen. Aber gerade als es meinte, alles wäre doch ein bisschen traurig, da gab es einen neuen großen Spaß. Ich erzähle euch, wie Zwieselchen mit der Tante Marlene Besorgungen machte, einen großen Schrecken bekam und doch nichts ausplauderte. Das Zwieselchen hatte gerade sein Beet begossen, da rief die Mutter von der Veranda, komm einmal her, ich muss dir etwas Wunderbares erzählen. Die Mutter sagte, Du darfst in diesem Sommer eine Reise machen. Übermorgen kommt die Tante Marlene und bleibt ein paar Tage bei uns und wenn sie wieder wegfährt, dann nimmt sie dich mit an die See. Das muss ich aber gleich der Else erzähle. Am nächsten Tag im Kindergarten rief es immerzu, ich verreise, ich verreise, ich verreise, die Tante Marlene nimmt mich mit an die See. Die Tante Marlene kam kurz vor dem Mittagessen an, gleich nach Tisch zog das Zwieselchen sie in eine Ecke und bettelte, ach, liebe Tante Marlene, bitte, bitte, lass uns doch auch gleich heute verreisen. Die Tante Marlene lacht und sagte, ein klein wenig Geduld musst du noch haben, ich will doch erst noch mit deinen Eltern zusammen sein, und dann muss ich auch noch Besorgungen in der Stadt machen, dazu nehme ich dich mit, das ist fein, und nun war ihm zumut, als hätte fast schon die Reise angefangen, ja, es wollte gleich ins Vorzimmer laufen und der Tante Marlene ihren Hut und ihren Mantel holen, aber daraus wurde nichts, denn, weil es immer noch jeden Tag nach dem Mittagessen schlafen musste, so wurde es auch heute zu Bett gebracht, auch dass man immer zu Bett gebracht werden und und machten ihre Besorgungen und als sie müde geworden waren, da setzten sie sich in eine Konditorei und das Zwieselchen bekam eine Portion Eis, Erdbeer und Ananas gemischt. Dabei fiel ihm ein, dass es mit seinen Gartenfrüchten nicht so sehr viel Glück gehabt hatte, aber darüber konnte es sich jetzt gar nicht mehr ärgern, dazu war es viel zu vergnügt geworden. Die Tante Marlene kaufte allerlei Dinge für sich und allerlei Dinge fürs Zwieselchen, ein Badeanzug und Schwimmtiere und eine neue Sandschippe und kleine Förmchen zum Sandkuchen backen. Das alles hatte aber eine ganze Weile gedauert und damit die anderen Besorgungen schneller gingen, fuhren sie nicht mit der elektrischen oder mit dem Autobus oder mit der Untergrundbahn weiter, sondern die Tante Marlene nahm ein Auto. Darüber freute sich das Zwieselchen sehr, denn so gerne es auch Roller oder Elektrische oder Autobus oder Untergrundbahn fuhr, am allerschönsten fand es doch das Autofahren. Die beiden machten noch einige Besorgungen, dann fuhren sie in eine kurze Straße, in der es recht still war, und die Tante Marlene sagte dem Chauffeur, er solle vor diesem Haus anhalten und warten. Ich gehe zur Schneiderin, sagte die Tante Marlene, und du kannst so lange im Auto bleiben und auf unsere Pakete aufpassen. Noch einer Weile wurde es ihm zu langweilig. Du, kann ich mich mal zu dir nach vorne setzen? fragte es den Chauffeur. Na, komm, an den Hasigen, antwortete der Chauffeur, der graue Haare und einen grauen Schnurrbart hatte, und nun kletterte es hinten aus dem Wagen und stieg vorne wieder ein. Da gab es lauter wunderbare Dinge zu sehen, blanke Griffe und Uhren und das große Lenkrad und da waren noch viel mehr Sachen als an den Autos, die das Zwieselchen vom Onkel Sebastian bekommen hatte und dabei waren die doch genauso eingerichtet gewesen wie große Autos. Ich will auch mal Chauffeur werden, und gähnte so laut wie eine Hupe. Dann lehnte er sich in eine Ecke zurück und machte die Augen zu. Hast du auch Eis im Kühler? Und was für ein Wagen ist es denn? Ein Horchmal oder ein Nasch oder ein Zitronenlimonade oder ein Bück oder ein Rolls russ jüngere Linie? Eine olle Druschke ist das, antwortete der Chauffeur und gähnte wieder. Und nun lass mir mal hase gehen. Damit legte er sich wieder zurück. Als die Tante Marlene aus dem Haus herauskam, wurde der Chauffeur schnell wieder munter, stieg aus und öffnete die Autotür. Das Zwieselchen wollte schon wieder nach hinten kommen und die Tante Marlene wollte schon einsteigen, da rief sie plötzlich »Nanu, ich habe ja noch etwas vergessen« und lief wieder wieder die Augen zu und war gleich wieder eingeschlafen und das Zwieselchen blieb neben ihm sitzen und hörte zu, wie der Wagen knurrte, als ob er gleich von selber losfahren wollte. Und dann stand es auf und kniete sich ganz vorne hin und fasste erst dies an und dann etwas anderes und drehte ein bisschen herum und drückte ein wenig an einem Griff. Darüber hat sich das Zwieselchen wollte es schnell wieder zur Ruhe bringen, bevor der Chauffeur es noch gemerkt hätte und drehte und drückte woanders herum, da gab es plötzlich einen kleinen Schubs. Ganz nahe, auf derselben Straßenseite stand ein anderes Auto, das leer war und mit einem Male merkte es, dass es auf das andere Auto los fuhr. Das Zwieselchen bekam einen furchtbaren Schrecken und das Herz schlug ihm so, als wenn es entzwei gehen wollte. Es konnte gar keine Luft mehr bekommen vor Angst, es wollte um Hilfe schreien, aber es brachte keinen einzigen Ton heraus, es griff nur mit beiden Händen in das Lenkrad und drehte es rasch nach rechts, da gab es einen Knacks und das Auto rollte auf den Bürgersteig hinauf. Es kam ihm so vor, als als wäre Das alles war viel schneller gegangen, als ich es hier erzählt habe, weil Autofahren ja immer schneller geht, als erzählen, und auch der alte Chauffeur war viel schneller aufgewacht, als ich es hier erzählt habe, denn Aufwachen geht ja auch immer schneller, als erzählen. Na, was machst du auch für dumme Zicken, sagte er bloß, und dann fasste er zu, drückte ein bisschen, drehte ein bisschen und das Auto ging rückwärts und stand gleich darauf wieder an seiner alten Stelle, und in Wirklichkeit war es wohl auch bloß ein paar Schritte weit gefahren. Das Zwieselchen bekam jetzt wieder Luft und hörte auf zu zittern und dachte nur, es würde jetzt furchtbar ausgeschimpft werden, aber der Chauffeur schämte sich wohl ein bisschen, weil er geschlafen hatte, und so sagte er bloß, die Damen können auch nie fertig werden, wenn sie bei die Schneiderin sind. Na nun setzt ihr mal wieder hinten rin, Hasiken. Da kam die Tante Marlene schon aus dem Haus. Der Chauffeur sagte noch rasch, aber unter Männern wird nichts ausgeplaudert, verstehst du? Hand drauf. Das Zwieselchen gab ihm beim Aussteigen die Hand. Es weiß diese Geschichte auch nicht von ihm, sondern von dem Chauffeur. Der hat sie mir erzählt. Ich erzähle euch vom Hasenkopf und von der Abreise. Im Kindergarten sagte das Zwieselchen der Tante Montessori und allen anderen Kindern auf Wiedersehen, weil am nächsten Morgen die Reise anfangen sollte. Der Bibi gab ihm etwas, das in Zeitungspapier eingewickelt war und sagte, das schenke ich dir zum Abschied. Ich habe es mir extra von Ostern hier aufgehoben, aber du darfst es erst aufmachen, wenn die Reise angefangen hat. Am anderen Morgen beim Frühstück fragte das Zwieselchen, hat die Reise jetzt schon angefangen? Nein, antwortete die Tante Marlene, aber gleich fängt sie an. Ich glaube, da hupt schon euer Auto, sagte die Mutter. Als alle zusammen aus dem Haus durch den Vorgarten zur Straße gingen, hörte man ganz laut, jetzt hat aber die Reise angefangen. Damit wickelte es das Zeitungspapier auseinander und darin lag der Kopf von einem Schokoladen Osterhasen, von dem alles andere schon aufgegessen war. Als alle beim Auto angekommen waren, da sagte das Zwieselchen, eine so schöne Reise wie diese habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht, aber das konnte niemand Lade hatte. Vor dem Einsteigen, als es schon allen auf Wiedersehen gesagt und von jedem einen Kuss bekommen hatte, saß ich noch rasch den Chauffeur an, ob es nicht der von Neulich wäre, es war aber ein ganz anderer. Als das Auto schon fuhr und alle winkten, da schrie es noch, Mutter, Mutter, dass du ja nicht vergisst, mein Beet zu begießen, die Mutter nickte, aber was sie sagte, konnte es schon nicht mehr verstehen. Na, Zwieselchen, was glaubst du wohl, wo wir jetzt hinfahren? Zum Bahnhof natürlich. Nein, ganz woanders hin. Die Tante Marlene sagte ihm etwas ins Ohr. Da schrie das Zwieselchen vor Freude auf. Mit dem Flugzeug! Mit dem Flugzeug! hatte sie ihm nämlich ins Ohr gesagt. Ich erzähle euch erst von vielen Flugzeugen und dann von einem Flugzeug. Auf dem Flugbahnhof war manches so ähnlich wie auf einem anderen Bahnhof, aber manches war auch ganz anders. Sie kamen aus dem Flugbahnhof heraus und sahen viele Flugzeuge, manche flogen weg, manche kamen angeflogen und summten lauter als tausend Riesenbienen zusammen. Manche lagen auch still auf dem riesigen Grasplatz und ruhten sich aus. Das Zwieselchen wunderte sich darüber, dass sie so groß waren. Es hatte gedacht, die kleinen Flugzeuge wären so groß wie die Störche und die großen so groß wie Ruderboote. Beim Einsteigen wunderte schüttete es sich noch mehr, sah es ganz ähnlich aus wie in einem Zimmer oder wie in der Eisenbahn. Viele Menschen saßen da und lasen die Zeitungen und eine Frau schälte für ihre Tochter eine Apfelsine. Tante Marlene sagte, bleib sitzen, es geht gleich los. Und im selben Augenblick fingen die tausend Riesenbienen an zu summen und das Flugzeug hatte angefangen zu fahren. Es fliegt ja gar nicht, es fährt ja bloß auf der Erde, aber jetzt fliegt es, sagte bald darauf die Tante Marlene. Ja, jetzt flogen sie schon ganz richtig. Alles sah so klein aus wie Weihnachtsspielzeug, die Häuser und die Kirchen und die Bäume und Menschen und Autos. Tief unten blitzte das Wasser wie Fensterglas in der Sonne. Alles wurde immer kleiner und schließlich sah es auch nicht mehr aus wie Spielzeug, sondern wie Vaters Atlas. Die Städte rot und die Flüsse und Seen blau und die Wiesen und Wälder grün. Dem Zwieselchen kam es so vor, als hätte es das schon einmal erlebt, aber genau erinnern konnte es sich nicht, wann denn das gewesen sein sollte. Schließlich dachte es, vielleicht habe ich das alles auch bloß geträumt. Und ihr wisst ja, wie recht es mit diesem Gedanken hatte. Eine Zeit lang saß zum Fenster hinaus und fand alles wunderhübsch. Aber dann gefiel es ihm nicht mehr. Es wurde ihm heiß im Kopf und es wurde ihm schwindelig und es war ihm so zumut, als müsste es krank werden. Vielleicht kam das vom Fliegen, aber vielleicht kam es auch vom Schokoladenhasen und darüber ärgerte es sich und sagte zu Tante Marlene »Das Flugzeug soll jetzt anhalten, ich will aussteigen.« »Da musst du noch ein bisschen Geduld haben,« antwortete die Tante Marlene. »Ich will aber keine Geduld haben und ich will nie wieder Flugzeug fahren.« Dabei kam dem Zwieselchen schon die Tränen in die Augen. Aber das half alles nichts, es musste eben Geduld haben. Und dann wurde ihm auch bald besser. Und als ihm ganz gut geworden war, da ging das Flugzeug wieder hinunter und bald darauf lag es still auf der Erde und sie stiegen aus. Danach fuhren sie noch ein bisschen mit der Eisenbahn und dann waren sie nun wirklich an der See angekommen. Ich erzähle euch von einem Brief, von der wunderschönen Muschel, vom Wassermann und vom Seehund. Das Zwieselchen sagte, ich will dir einen Brief diktieren, Tante Marlene. Denn wenn man einem großen Menschen etwas sagte, und er mußte es aufschreiben, so nannte man es Diktieren. Das wußte das Zwieselchen schon. So diktierte es. Lieber Vater und liebe Mutter und liebe Else, ich bin jetzt an der See, ich kann schon baden, ich habe einen Fisch gefangen, da sagte die Tante Marlene, ich soll ihn wieder wegwerfen. Begießt mein Beet. Der Sand ist viel weißer als zu Hause. Das Zimmer, in dem sie beide wohnten, war nicht sehr groß, aber es hatte ein kleines Schränkchen, auf dem wunderbare Sachen standen, ein Pudel aus rosa Glas, ein halbes vergoldetes Osterei, ein kleiner Stiefel aus Eisen und eine Muschel, die fast so groß war wie eine Kokosnuss. Diese Muschel war das allerschönste und das Zwieselchen kletterte sehr oft auf einen Stuhl und holte sie sich herunter. Auf der Muschel war ein wunderbar buntes Bild, mit vielen Menschen und Häusern und Wagen, daneben stand etwas gedruckt, das musste die Tante Marlene vorlesen und es hieß »Herzliche Grüße vom Hamburger Hauptbahnhof« und wenn man sie ans Ohr hielt, dann hörte man es ganz laut rauschen, das kam daher, dass die Muschel so lange im Meer gelegen und dieses Rauschen festgehalten hatte. Das Zwieselchen hätte gern auch so eine Muschel gehabt. Am Strand, da wo die Wellen auf den weißen Sand geflossen kamen, konnte man Muscheln suchen. Da suchte es sehr oft, wenn es mit bloßen Füßen im Wasser planschen durfte. Aber die Muscheln, die es dort fand, waren alle viel kleiner und solche mit Bildern, mit herzlichen Grüßen vom Hamburger Hauptbahnhof waren überhaupt nicht dabei, die waren natürlich alle schon längst weggesucht. Am Strand konnte man aber auch sehr schöne andere Dinge suchen, bunte Steine, die ganz glatt waren, und kleine Korkstückchen, die sehr schön schwimmen konnten. Auch Seelöwen wollte das Zwieselchen suchen, aber die waren sehr schwer zu finden. Als es zum ersten Mal mit der Tante Marlene baden ging, da hatte es noch ein bisschen Angst, aber die Angst ging sehr schnell vorbei, und dann war es so schön, dass es am liebsten den ganzen Tag über im Wasser geblieben wäre, denn beim Baden konnte man herrlich spielen, bald im Wasser, bald in dem weißen Sand am Ufer, und es waren noch immer sehr viele andere Kinder zum spielen da. Da wurden im Sandburgen gebaut, und um die Burgen herum wurden richtige Flüsse aus Meerwasser gemacht, manche Kinder hatten Schiffchen, und beim nächsten Mal brachte das Zwieselchen sein Motorboot mit. Das konnte man freilich nicht mehr aufziehen, aber schwimmen tat es noch wunderschön. Es hatte einmal von der Else ein Lied gehört, in dem war ein Wassermann vorgekommen, der lange graue Haare hatte und im Wasser wohnte. Einmal badete es mit der Tante Marlene ganz früh am Morgen, und sie waren ganz allein im Wasser. Die Tante Marlene schwamm sehr weit weg, da wo es tief war, und das Zwieselchen war alleine, wo es flach war. Es stand bis zu den Knien im warmen Wasser, auf das die Sonne schien, und sah den Fischern zu, die am Strand ihre Netze zum Trocknen ausspannten, und den Booten, die auf das Meer hinaus fuhren, und den Dampfern, die ganz weit weg, wohin man kaum mehr sehen konnte, ihre dicken grauen Rauchwolken ausspuckten. Plötzlich hörte es dicht hinter sich etwas Schnaufen und drehte sich um. Da sah ein großer Kopf aus dem Wasser heraus mit langen grauen Haaren, die ganz wild durcheinander in den Haaren hängen geblieben, und einen großen grauen Bart hatte der Kopf auch. Dem Zwieselchen war es ein bisschen ängstlich, weil die Tante Marlene so weit weggeschwommen war. Der Wassermann hatte eine furchtbar tiefe Stimme, so tief wie der Nikolaus, und mit dieser Stimme sagte er, Na, mein Junge? Bist du der Wassermann? Nein, ich bin der Lehrer Brockmüller. Da hatte es gar keine Angst mehr, und außerdem kam die Tante Marlene schon wieder zurück geschwommen. Der Lehrer Brockmüller war sehr freundlich, und darum dachte das Zwieselchen, ich will ihn nach den Seelöwen fragen, weil ich doch im Zoo auch Seelöwen gesehen habe. Er muss es ja wissen, weil er ein Lehrer ist. Also fragte es ihn nach den Seelöwen. Der Lehrer Brockmüller sagte, Nein, Seelöwen gibt es in diesem Meer überhaupt nicht, aber Seelöwen. Dann schwamm er weg und sagte im Vorbeischwimmen zur Tante Marlene, Guten Morgen. Das Zwieselchen bekam auch wirklich einen großen Seehund zu sehen. Dieser Seehund lag vor einem Haus in der Sonne und schlief. Das Zwieselchen blieb stehen und wollte zusehen, wie der Fischer, der in dem Haus wohnte, sein Netz flickte. Aber da wachte der Seehund auf und fing an, sehr böse zu knurren. Es bekam Angst und ging schnell weiter. Nun stand der große Seehund auf, bellte und wollte ihm nachlaufen. Aber da sah der alte Fischer gerade von seinem Netz auf, schrie den Seehund an, willst du wohl hierher und schimpfte ihn tüchtig aus. Na, ihr wisst natürlich, dass ein Hund, der an der See lebt, noch lange kein Seehund ist. An einem Sonntag vor Mittag kam das Zwieselchen zur Tante Marlene gelaufen und schrie von weitem, heute Nachmittag ist ein Fest, heute Nachmittag ist ein Fest, der Lehrer Brockmüller war am Strand und hat mich gefragt, ob ich auch hinkomme. Als es von seinem Nachmittag Schlaf aufgestanden war, hörte man schon von draußen die Festmusik. Da ging die Tante Marlene mit ihm schnell hin zu war ein Leierkasten Mann und weil er so schnell und laut drehte, darum war die Musik auch so schön. Die Fischer aus dem Dorf hatten alle ihre Sonntagsanzüge an und tanzten nach der Musik mit den Fischer innen. Außerdem gab es noch eine andere Musik, die kam aus einem großen bunten Schrank und gehörte zum Karussell und war auch sehr schön und sehr laut. Diese beiden Musiken spielten immer gegeneinander, bald hatte die eine gewonnen und bald die andere. Das Karussell hatte lauter hölzerne Pferde, das Zwieselchen setzte sich auf ein braunes und die Tante Marlene auf ein weißes und dann fuhren sie im Kreis herum und waren sehr vergnügt. Auf der anderen Seite des Kirchplatzes war ein Tisch aufgestellt, hinter dem stand ein Mann mit einem weißen Rock und auf dem Kopf hatte eine rote Mütze mit einer kleinen blauen Troddel. Als die Musik an den Augenblick still war, da hörte das Zwieselchen diesen Mann rufen, türkischer Honig, leck, 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 smack, smack, Da dann konnte man so lange daran schlecken, bis es alle war. Es war süßer als Zucker und klebriger war es auch. Tante Marlene, das Fest ist wunderschön, sagte das Zwieselchen und lutschte an seinem türkischen Honig. Jetzt hatten sie die Musik gehört und türkischen Honig gekauft und waren Karussell gefahren, aber damit war das Fest noch nicht zu Ende, denn es stand noch eine Tassen und Küchensachen und noch etwas anderes, aber was das war, verrate ich noch nicht. Kaufen konnte man hier jedoch nichts, dafür konnte man aber etwas viel Hübscheres, nämlich man konnte gewinnen. Der Mann, dem die Bude gehörte, machte ein sehr lustiges Gesicht, erhielt einen Lederbecher in die Höhe und rief, immer heran, meine Herrschaften, jeder Wurf gewinnt. Was klappert denn so in dem Lederbecher? Das sind Würfel, sagte Tante Marlene. Da wollen wir mal würfeln. Zu Weihnachten hatte das Zwieselchen nämlich ein Spiel geschenkt bekommen, bei dem auch gewürfelt wurde, und daher konnte es das schon sehr schön. Die Tante Marlene gab dem Mann ein Geldstück und dafür sollte das Zwieselchen dreimal würfeln dürfen. Er schüttelte die drei Würfel sehr lange in dem Lederbecher herum und warf dann vier. Was habe ich gewonnen? Gar nichts, mein Junge, sagte der. Erst wenn man zwölf geworfen hat, gibt es einen kleinen Gewinn und bei achtzehn einen großen. Aber du hast doch gesagt, jeder Wurf gewinnt. Naja, wenn man es geschickt macht, antwortete der Mann und grinste. Beim nächsten Mal warf es neun. Siehste Tante Marlene, jetzt ist es schon mehr und dann würfelt es zum dritten Mal und jetzt hatte es mit jedem Würfel eine sechs geworfen. Das macht zusammen achtzehn und das ist das höchste, was man mit drei Würfeln überhaupt werfen kann. Hurra, schrie das Zwittchen und alle Menschen, die dabei standen und zugesehen hatten, riefen Bravo. Der Mann in der Bude sah jetzt gar nicht sagte dann na siehst du diesmal hast du es geschickt gemacht und jetzt darfst du dir unter den beiden Hauptgewinn aussuchen welches du haben willst hier ist eine Garnitur Kochtöpfe magst du die nein aber dann magst du wohl den anderen Hauptgewinn ja den mag ich da bekam es den anderen Hauptgewinn das war ein riesiger kirschroter Teddybär mit einer Schleife um den Hals er war noch um einen halben Kopf größer als das Zwieselchen und es konnte ihn kaum schleppen aber weil es so stolz war und sich so freute darum trug es den großen schweren Teddy ganz alleine bis nach Hause und ließ sich nicht einmal von der Tante Marlene dabei helfen ich erzähle euch wie nass es an der See war und wie Zwieselchen aus lauter Neugier wieder gesund wurde am Sonntagabend im Einschlafen hatte es immer noch daran gedacht wie schön es sein würde am nächsten Morgen mit dem roten Teddy an den Strand zu gehen ihn den anderen Kindern zu zeigen und ihm im weißen Sand eine richtige Bärenhöhle zu bauen aber am Montagmorgen regnete es am Dienstag regnete es auch noch und am Donnerstag schon wieder und zwischendurch am Mittwoch war es kalt und windig und der Sand war so nass dass man sich nicht hinsetzen und nicht buddeln konnte der Wind wurde immer lauter und das Meer auch und es gab riesige Wellen mit weißen Mützen so dass die Fischerboote nicht fahren konnten und es war auch so neblig dass man wenig sah davon wurde das Zwieselchen ganz verdrießlich und auch am Teddy hatte es nicht mehr so viel Spaß wie zuerst es drückte sich an der Fensterscheibe die Nase platt und sah immer wieder in den grauen Himmel ob nicht endlich ein kleiner Sonnenstrahl käme aber es kam gar keiner ich will wieder nach Hause fahren hier regnet es ja bloß immer bei uns zu Hause ist immer schönes Wetter Tante Marlene meinte das Wetter könnte ja wieder besser werden aber es wurde nicht besser und weil es so kalt und so nass und so stürmisch war fing das Zwieselchen an zu husten und schnupfen hat es auch der husten und das schnupfen wurden immer ärger und so sagte die Tante Marlene da hilft nur das warme Bett nun holte die Tante Marlene das Thermometer und das Fieber wurde gemessen der Schnupfen wurde ein bisschen besser aber der Husten blieb so stark wie er gewesen war die Tante Marlene brachte heiße Zitronenlimonade und las ihm aus einem Geschichtenbuch vor das fand das Zwieselchen ganz hübsch aber wenn es gerade nicht vorgelesen bekam und die heiße Zitronenlimonade gerade ausgetrunken hatte dann war es sehr ungeduldig und sehr verdrießlich und wollte schnell nach Hause fahren wo man immer gesund ist und wo es immer gutes Wetter gibt die Tante Marlene sagte sieh nur zu dass du schnell gesund wirst dann bringe ich dich gleich nach Hause da ist eine wunderschöne überraschung für dich was für eine das darf ich noch nicht sagen auch bitte sag es mir doch dann werde ich auch gleich gesund die Tante Marlene sagte nichts aber raten darf ich es doch schön dann rate wenn du nah heran rätst dann ein ganz großes automobil kalt etwas zum essen kalt etwas zum spielen warm ein kleines tier lauber ein hund kalt eine katze kalt ein elefant eiskalt ein igel wie mich friert nein dann kann ich es nicht raten und ich bin doch so furchtbar neugierig weil nun das Zwieselchen so furchtbar neugierig war und so furchtbar gern nach Hause wollte darum wurde es auch sehr schnell gesund ich erzähle euch nun von der überraschung als die beiden abreisten regnete es immer noch die fenster der eisenbahn waren so nass dass man fast gar nichts sehen konnte das war aber nicht sehr schade denn es gab draußen nichts zu sehen als grauen nebel und dicke regen wolken sind wir noch nicht bald da das fragte es sehr oft nämlich drei und siebzig ein halb mal ich habe es genau gezählt und das halbe mal kam daher dass es zuletzt bloß fragte sind wir noch aber dann hörte es auf denn eine alte frau die auch mitfuhr zeigte aus dem fenster und sagte da fangen ja schon die häuser an ja 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 rief nun auch der teddy so wie es geschieht wenn man ihm dreimal auf den bauch drückt nach der überraschung hatte das zwieselchen beinahe ebenso oft gefragt aber das hatte ihm nichts geholfen denn die tante marlene antwortete du kannst fragen so viel du willst ich sag es dir doch nicht unterdessen hatte der regen aufgehört und als die beiden vor dem haus aus dem auto stiegen da kam die sonne gerade aus den wolken heraus siehst du wohl tante marlene ich habe es dir doch gesagt dass zuhause schönes wetter ist aber du wolltest mir nicht lauben damit nahm es den teddy in die arme rannte zur haustür und klingelte gleich zehnmal hintereinander die tür ging auf und im vorzimmer standen die else und der vater und der onkel sebastian und lachten weil das zwieselchen so aufgeregt war dass es kaum guten tag sagen konnte und weil es so einen riesigen roten teddy im arm hatte wo ist die überraschung oben bei der mutter sagte der vater komm nur mit jetzt gingen sie alle drei hinauf die mutter lag zu bett aber sie sah sehr vergnügt aus neben ihrem bett stand ein körbchen da liegt die überraschung sagte der vater du hast nämlich ein schwesterchen bekommen als das zwieselchen wieder unten war sagte der onkel sebastian na wie hat dir die überraschung gefallen wunderbar ich habe dem schwesterchen auch gleich mein teddy geschenkt aber die mutter hat gesagt bis das schwesterchen größer ist soll ich lieber mit dem teddy spielen richtig meinte der onkel sebastian das hätte ich auch gesagt deine mutter ist die klügste frau auf der welt aber du glaubst wohl das war die ganze überraschung nein das war erst die eine es ist aber noch eine da noch ein schwesterchen nein aber geh mal in den garten das zwieselchen lief hinaus und lief natürlich zuerst an sein beet das war eine überraschung auf dem beet war eine kokosnuss gewachsen obwohl es doch noch gar keine stachelkastanie hineingesteckt hatte und es war eine große ananas gewachsen und es waren äpfel und kirschen und apfelsinen gewachsen ganz einfach aus der erde ohne stämme und zweige und eine bunte storchtüte war auch gewachsen und sie war voll von zucker zeug und schokoladensachen die storchtüte hat dir das schwesterchen mitgebracht erklärte der onkel sebastian aber das andere ist richtig aus dem beet gekommen ich habe das beet ja auch so viel begossen damit hat die geschichte vom zwieselchen ein ende auf wiedersehen liebe kinder wenn ihr größer seid will ich euch andere geschichten erzählen 1 1 2 2 2 2